Ich bin gut aufgelegt und das verstehen Sie bitte im doppelten Sinne. Einmal, weil Sie soeben den richtigen Anfang der Platte gefunden haben und zum anderen deshalb, weil ich Ihnen zwei Publikumslieblinge ansagen darf, deren Namen mit Heiterkeit, mit Lachen, mit Witz und Humor verbunden sind. Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil. So möchte ich Sie einladen, mit mir Gast zu sein bei einigen von den vielen hundert Veranstaltungen, in denen dieses Komikerpaar Lachstürme verursacht hat, wie zum Beispiel in der Szene über den Klavierkauf. Sie beginnt mit einer zunächst noch gütigen Belehrung durch Herrn Preil, aber blenden wir uns mal ein. Ich sage Sie doch, Sie können nicht einfach hingehen, sich ein Klavier kaufen, es ins Zimmer stellen und sich einbilden, Sie wären ein großer Musiker. Dazu gehört doch ein bisschen mehr. Herr Preil. Darum bin ich ja so glücklich, dass ich Sie getroffen habe. Sehen Sie mal, Sie wissen immer alles, Sie können immer alles und Sie haben immer ein offenes Herz für mich gehabt. Jetzt übertreiben Sie aber. Natürlich. Bitte? Ich wollte sagen, Sie waren doch immer mein Odol. Das heißt Idol. Jetzt geht das schon wieder los. Also kaum sagt man ein Wort, schon helfen Sie mir. Würden Sie mir auch helfen, wenn ich mir ein Klavier kaufen will? Beim Klavierkauf helfen? Natürlich. Aber sagen Sie, wozu brauchen Sie eigentlich ein Piano? Ne, nun ist es schon falsch. Also ich möchte, ich möchte mir ein Klavier kaufen. Ja, ein Klavier und Piano ist doch dasselbe. Ja, das ist dasselbe, ja, ja. Moment. Wissen Sie zum Beispiel, was ist Forte? Forte ist zum Beispiel eine Tür. Nein, das ist keine Tür. Das hätte ich mir denken können, das ist natürlich keine Tür. Forte heißt stark. Ja, das ist eine starke Tür. Nein. Es gibt doch zwei Forte. Ja, ein Eingang und ein Ausgang. Nein. Es gibt zwei Forte, lieber Freund. Eins mit P, F und eins mit F. Ah, Sie sprechen von Windfangtüren. Die machen so Pfff. Und die anderen machen nur Pfff. Ich rede, ich rede von musikalischen Werten. Was ist zum Beispiel das Gegenteil von Forte? Gegenteil von Forte? Mhm. Also Sie meinen Gegenüber von der Forte? Da ist vielleicht ein Fenster oder... Nein. Nein. Das Gegenteil von Forte ist Piano. Ich würde vorschlagen, wir machen es so wie immer. Ich probiere es mit Ihnen, nicht wahr? Damit es dann im Ernstfall auch klappt. Nehmen wir an, Sie hätten so einen alten Klavierladen. Ich komme des Weges und kaufe bei Ihnen ein... Das Spiel kenne ich. Aber ich bin einverstanden gut akzeptiert. Aber ich habe keinen alten Klavierladen, ich habe einen Musiksalon. Das ist klar. Ich bin ein Experte. Und zu mir kommen nur Kapazitäten, die ein neues Instrument erwerben wollen. Haben Sie das bitte schön verstanden? Ja, ist alles klar. Zu Ihnen kommen die Katzen... Ja, die Katzen, ja. Na, was ist? Kommen Sie nun, ja? Ich komme. In meinem Land, ja? In Ihren Land. Gut, das ist wunderbar. Herr Prell, nur eine Frage vorher. Wo ist Ihre Pforte? Wer bitte? Na, die Salonpforte. Oder die Ladentür. Das ist doch völlig egal. Das ist mir nicht egal. Ich komme ja nicht durch die Wand. Also bitte, wenn es Ihnen recht ist, Herr Reicht, ja? Hier ist der Laden, ja? Der Musiksalon, bitte hier. Ja. Da kommen Sie dann so herein. Ja, ist recht, Herr Reicht. Ich komme. Bitte schön. Oh. Ja. Schon komme ich. Na? Was ist denn, was machen Sie denn? Was sollen denn die Verrenkungen? Nun kommen Sie doch endlich. Herr Reicht! Was ist denn? Was machen Sie da? Ist Ihnen schlecht? Ich betrachte Ihre Schaufenster. Mensch, es geht nicht. Ich bin mir noch nicht recht schlüssig, nehme ich dieses oder jenes. Also kommen Sie jetzt endlich herein, ja? Ich komme, jawohl, ich komme. Bitte sehr. Kling, klang, klung. Bitte, was war das eben? Das war die Salonpfortenglocke. Oder schlicht die Ladenbimmel, nicht? Also bitte, lassen Sie jetzt den Blödsinn und kommen Sie endlich rein, ja? Ist recht. Kling, klang, klung. Was ist denn jetzt schon wieder? Hab die Tür zugemacht. Guten Tag, Herr Experten. Ich möchte gern, ich wollte, ich hätte gern. Ja, bitteschön. Ich bin eine Kapazi. Tät! Bitte? Tät! Ich tät gern ein Klavier kaufen, ja. Ich bin nämlich ein Bigamist. Sie sind kein Bigamist, Sie sind ein Pianist, ja? Ein Bigamist ist ein Mann, der zwei Frauen hat. Und ein Pianist ist ein Mann, der zwei Klaviere hat. Ach, da ist mein Kind! Ist gut. Das ist mir recht, Herr Ex. Ich nehme dann zwei Klaviere. Dürfte ich vielleicht erst einmal ein Instrument vorführen, ja? Ja, ja, was hätten Sie denn so auf Lager? Auf Lager, auf Lager. Ich habe am Lager, am Lager. Am Lager habe ich zwei wunderbare weiße Flügel. Ja, nein, Herr Preil, ich will ja kein Engelchen werden. Ich wollte... Wir haben uns da missvoll... Ich bin sicher im falschen Laden. Ich wollte ein Klavier kaufen. Ja, bitte, weiter jetzt, ja? Weiter. Schauen Sie sich um. Oh, oh, Herr Ex-Preil, hier ist was Schönes. Ja. Das würde genau meinen künstlerischen Ansprüchen genügen, hier, dieses... Darf ich das mal betrachten? Bitte sehr, betrachten Sie es. Das ist schön gebaut. Das ist hübsch, ja. Bitte sehr. So eckig, so schön. Oh! Wird ja immer schöner. Eins, zwei, drei, vier... Na, es wird stimmen, ne? Ich wollte die... So. Ah, ist ja wunderschön. Ja, ja. Hm, na ja. Ach, schade. Wieso schade? Schade, es ist schon verkauft. Wieso ist es verkauft? Na, hier steht es doch drin, an den Kollegen Blüthner. Blüthner. Blüthner ist die Herstellerfirma, lieber Freund. Ja, es ist eine Weltfirma. Sie können das Klavier haben. Bitte betrachten Sie es, überprüfen Sie es. Jawohl, überprüfen. Überprüfen. Ja, ja, ist stabil gebaut. Ich nehme es, wickeln Sie es bitte ein. Sie sollen die Resonanz überprüfen. Die Resonanz? Ja. Die, was? Resonanz überprüfen. Ja, ja, sehe ich auf den ersten Blick herrlicher Hochglanz hier. Das ist wunderbar. Herr Richt, wollen Sie bitte etwas spielen? Spielen? Ja, bitteschön. Ich? Ja, natürlich. Ja, spielen. Na ja, ein paar Töne anschlagen. Ein paar Kässe Töne anschlagen. Sie sollen keine Kässe Töne anschlagen. Eine Tonleiter probieren. Ah, oben auf der Leiter probieren, wie es von oben aussieht. Das kann ich machen. Also wenn Sie jetzt nicht spielen, gibt es überhaupt kein Instrument. Also bitte fangen Sie an. Ist recht, jawohl. Bitte sehr. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, es ist breiter. Herr Preil, entschuldigen Sie, eine Frage jetzt. Sagen Sie bitte, Herr Preil, könnte ich nicht vorher mal Einblick nehmen in die Gebrauchsanweisung? Ach, bitte. Zum Klavier gibt es doch keine Gebrauchsanweisung. Ist aber schlecht. Wieso ist das schlecht? Ist das ganz schlecht. Wie soll man sich auskennen hier bei den vielen Hebeln? Das sind keine Hebel, das sind Tasten. Das sind keine Hebel, das sind Tasten. Und die gibt es in schwarz und in weiß. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Die weißen sind für die heitere Musik und die schwarzen für die Trauermärsche. Die schwarzen sind die halben Töne. Halbe Töne? Halbe Töne. Halbe Töne? Halbe Töne. Dann kostet das Ding 2000 Mark. Das ist nichts. Halbe Töne. Aber die halben Töne brauchen Sie doch zum Musizieren. Ich brauche keine Halbe Töne. Die brauchen Sie zum Musizieren. Ich brauche keine Halbe Töne. Natürlich, Cis, des Fis, Gis. Was ist? Cis, des Fis, Gis sind halbe Töne, lieber Freund. Das brauchen Sie zum Musizieren, zum Beispiel, wenn Sie Bach spielen. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Also, das halte ich nicht aus. Nein, Bach ist auch schwer zu verstehen. Stehen Sie auf? Stehen Sie auf? Warum? Ich will Ihnen eine Tonleiter zeigen. Ja, ist mir lieb. Bitte passen Sie auf. C, D, I, F, I, A, H, C. C, ja, hier. So, das ist der Tonleiter. Ja, ja, ich kenne es ein bisschen anders. So, das glaube ich. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, B, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F... Hören Sie auf, Schluss jetzt! Sie können doch auf dem Klavier kein ABC spielen. Oh, es geht aber auf, das ist gut. Schön. Also, mir liegen die... Hier nochmal, Herr Preil. Was ist denn? Hier. A ist kaputt. Fangen wir bei B an. B. B. B bis Z hier. Und das Ganze am Abend. B, Z am Abend. Och, bitte. Also, bitte! Ist denn so was möglich? Nein, wir kommen ja wieder. Ach, das ist ja leckerlich. Es ist ja unglaublich. Äh, Herr Preil? Ja, bitte. Soll ich Ihnen noch ein bisschen was tauschen? Nein, Sie tasten nicht mehr. Aber dann eine andere Frage, Herr Preil. Sagen Sie bitte, aus was für Material sind Sie? Sagen Sie denn diese Tasten? Ach so, das möchten Sie wissen, aus welchem Material? Material. Aus Elfenbeinen. Ach, aus den Beinen von kleinen Elfen. Das ist ja... Aus Zähnen. Ach, aus... Aus Zähnen von Elfen. Das müssen aber alte Elfen sein, wenn die so groß sind. Von Elefanten. Herr Preil, jetzt reden wir aneinander vorbei. Sprechen wir bitte von Elfen oder von Elefanten? Was ist jetzt? Kennen Sie einen Elefanten? Ja, ich kenne mehrere Elefanten. So. Ja, im Busch sind fünf. Bitte? Im Busch sind fünf. Nein. Im Busch sind unzählige. Im Indischen sowie im Afrikanischen. Ja, und im Zirkusbusch sind fünf. Ach bitte, ja, im Zirkusbusch. Ach bitte, wie Sie wollen. Bitte, was hat der Elefant rechts und links am Kopf? Zwei Ohren. Nein. Das habe ich mir denken können. Er hat natürlich keine Ohren. Aber ich weiß es diesmal ganz genau, Herr Preil. Ein Elefant hat Ohren, der hat so große Ohren. Oh, Entschuldigung. Entschuldigen Sie, jetzt standen Sie meinem Elefanten im Wege. Also, der Ohren. Große. Ich rede jetzt vom Elfenbein, ja? Wie man sich verhören kann. Na, man hat ja auch nicht so große Ohren, nicht? Ich dachte, wir reden von Elefanten. Aber gut, zurück zu den Elfen. Was schaut dem Elefanten rechts und links aus dem Maul? Zwei Elfen. Nein! Elfenbein! Ach, nur noch die Beine von den Elfen. Hat er die gefressen? Ein böses Tier ist das. Nein, die Stoßzähne. Elfen haben Stoßzähne? Nein, Mensch, es geht nicht. Elefanten haben Stoßzähne, ja? Und die sind aus Elfenbein oder aus Zahnbein, wie man sagt. Ich dachte, was heißt Zahnstein? Nein, sie machen mich wahnsinnig. Elfenbein war sehr wertvoll, ist auch heute noch sehr wertvoll. Und früher wurde es sogar geschmuggelt, schwarz gehandelt. Ah ja, und daraus wurden dann die schwarzen Tasten. Ach, machen Sie doch was. Sie wollen, ich doch lächel mich. Es geht nicht. Albern zu was. Was gibt es am Klavier noch zu beachten? Ja, da gibt es sicher... Oh, ja, hier, ich sehe schon. Was denn? Herr Preil, hier unten, da sind noch zwei güldene Tasten. Das sind keine güldenen Tasten, das sind zwei Pedale. Und wo sind die Pedale? Wo sind die Pedale? Was weiß denn ich, wenn die Zwerge spielen hier, wenn die Zwerge... Die Zwerge, Mensch... Wo sind die Pedale? Wozu sind die... Was weiß denn ich, Herr Preil, vielleicht ist links das Gas und rechts die Bremse oder irgendwas. Ich kenne mich da nicht. Ich rede nicht vom Auto, ich rede vom Klavier. Also bitte schön, werfen Sie einen Blick hinein. Oh ja, gern. Bitte was stellen Sie fest. Es hat keinen Vergaser. Ist denn sowas möglich? Ein Klavier hat keinen Vergaser. Ich rede doch nicht vom Auto, Menschenskind. Schauen Sie hinein, ein Klavier hat Seiten. Ja, und die sind gespannt. Kreuzweise. Das habe ich mir gedacht. Was haben Sie sich gedacht? Dass Sie jetzt noch ausfallen werden. Wieso? Kreuzweise. Aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Kling, klang, klung. So gibt es immer wieder die bewussten Missverständnisse zwischen den beiden. Sehr zum Vergnügen des Publikums. Da treffen sich also wieder einmal Herrrecht und Preil rein zufällig. Und wie Sie von indischer Butter auf Suggestion und Hypnose kommen, entwickelt sich so. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Haben Sie Kummer? Haben Sie Sorgen? Kann ich Ihnen helfen? Ja, Herr Preil, also wirklich. Heute könnten Sie mir wirklich mal helfen. Also mal wissen Sie hier nicht in der Nähe ein Milchgeschäft? Seit wann trinken Sie denn Milch? Ich trinke keinen Schluck Milch. Aber, wissen Sie, ich will indische Butter kaufen. Bitte, was? Indische Butter. Indische Butter? Ja, meine Schwester hat Geburtstag, wünscht sich indische Butter. Und nun habe ich leider den Laden vergessen. Ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, weiß ich auch nicht. Aber ich gehe selber jetzt einkaufen. Vielleicht kommen Sie mit, vielleicht müssen wir unterwegs sein, ja? Oh ja. Ich will nämlich in einen Antiquitätenladen, ja? Ja! Was ist denn los, sagen Sie mal? Das war's. Was war? Das Milchgeschäft. Wieso, ich habe nur gesagt Antiquitätenladen. Ach so. Ha! So, was erschrecken Sie mich denn dauernd so? War's schon wieder. Was war's schon wieder? Das Milchgeschäft, wo es indische Butter gibt. Antimitätenladen. Aber, Antiquitätenladen. Aber da gibt es keine indische Butter. Da gibt es höchstens, jetzt weiß ich erst, was Ihre Schwester sich zum Geburtstag wünscht, ja. Einen indischen Buddha. Oh, Herr Prell, das habe ich ja die ganze Zeit gesagt. Nein! Nun streiten Sie nicht wieder, ja? Sie haben indische Butter gesagt. Hören Sie nicht den Unterschied, indischer Buddha. Na ja, Sie sprechen es indisch aus. Na bitte, ja. Indischer Butter, das ist eine Figur. Ja, Butter ist gut für die Figur. Nein! Nun regen Sie sich doch nicht auf, mir ist ja Margarine auch lieber. Also was ist, wollen Sie jetzt einen indischen Butter kaufen oder nicht? Ja, gern. Also für meine Schwester ist mir nichts zu teuer. Ja, wissen Sie, was ein indischer Butter kostet? Ja, der kostet etwa, also man könnte, vielleicht die Hälfte. Ich weiß nicht. Also da müssen Sie mit 100 Mark rechnen. Ja, muss man rechnen. 100 Mark? Ja, ja. Donnerretter, die habe ich ja gar nicht. Herr Prell? Ja, bitte schön. Haben Sie eine Schwester? Ja. Haben Sie auch 100 Mark? Ja, habe ich auch. Ach, könnten Sie mir vielleicht diesen geringfügigen Betrag zum Erwerb einer indischen Stempelfigur leihweise überlassen? Nein, das geht nicht. Aber erklären Sie mir erst mal die Figur vielleicht. Die Figur soll ich Ihnen erklären? Also bitte schön. War das eine Indische? Eine indische Figur, das ist ein Buddha, ja? Das ist eine indische Figur, das ist ein Buddha, der wird angeflägt von den Gläubigen, er möge ihnen etwas Gutes zukommen lassen, zum Beispiel... Ein Pfund Butter. Nein! Ah, na gut, also Sie geben mir das Geld nicht, vielen Dank, das habe ich mir gedacht. Natürlich gebe ich es Ihnen gerne, aber es geht, ich sammle selber Antiquitäten und dazu brauche ich das Geld, ja? Ach ja. Ja, ich sammle Antiquitäten, schauen Sie mal hier. Das ist zum Beispiel eine Antiquität, das ist eine Uhr. Eine Uhr, ja. Das ist ein uraltes Stück. Ja, sieht man aber auch, ne? Bitte? Wie nennt man solche alten Uhren noch? Zwiebeln. Na, das ist ein Taschenchronometer aus dem Jahre 1862, ne? Und geht noch? Ja, natürlich, läuft ja auf Steinen. Ach so, aus der Steinzeit. Das ist eine alte Uhr, ist das, ja? Eine alte Uhr, eine Indische, keine indische Uhr, jedenfalls eine alte Uhr ist das, ja? Eine alte Uhr, ja, eine uralte Uhr. Ja, es gibt ja zum Beispiel auch sehr merkwürdige Uhren. Kennen Sie zum Beispiel das Nürnberger Ei? Was finde ich? Das Nürnberger Ei. Nürnberg? Ja, Nürnberg. Nürnberger Ei. Ja, ja, kenn ich, ja, ja. Das ist ja von dem Klumbumbus da, der... Bitte? Der hat da Indien entdeckt. Nein, der Mann hieß Kolumbus und er entdeckte nicht Indien, sondern er entdeckte Amerika. Mit dem Ei? Nein! Mit der Zwiebel? Nein! Mit der Santa Maria. Ah, mit Tante Maria. Ist da. Mit der Santa Maria. Die Santa Maria ist ein Segelschiff und damit wollte er Indien entdecken. Er entdeckte aber was? Nürnberg. Nein! Er entdeckte Amerika, ja? Aha, ja. Nicht? Und da er glaubte, er sei in Indien, nannte er die ersten Einwohner, denen er begegnete, na, wie? Ne? Buddhas. Indianer. Ah ja, ja, da kenne ich mich ja aus. Also weiß ich genau Bescheid. Da gibt's ja verschiedene. Da gibt's zum Beispiel Indianer. Die Apathischen. Nein. Die Apathischen. Ja, diese. Die gibt's da. Und dann gibt's noch die Ultras. Bitte? Naja, Biox, Biox-Ultra. Nein! Die Siox. 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 Ja, na ja. Ja, und dann gibt's noch die Pyrenäen. Bitte? Was sagt sie? Pyrenäen. Nein, das ist ein Gebirge. Die Pyrenäen ist ein Gebirge. Sie meinen etwas ganz anderes. Sie meinen die Pygmäen. Aber das sind keine Indianer, das sind Buschmänner. Ah ja, die leben im Busch. So ist es. Ja, ja, und die tragen Buschmesser. So ist es. Ja, Buschhemden. Mit, mitunter. Ja, mit Unterhemden. Bitte. Und die klopfen auch immer drauf. Worauf? Auf dem Busch. Bitte? Also bitte, wo war ich stehen geblieben? Ja, Sie wollten mir 100 Mark geben, nicht wahr? Nein, das kann ich nicht. Das habe ich Ihnen gesagt, die gebe ich Ihnen nicht. Denn Sie haben gar keine Ahnung von Antiquitäten. Nein? Na doch. Schauen Sie mal, wie sieht denn zum Beispiel ein Buddha aus? Na, ich würde sagen, ziemlich indisch. Ja, was heißt denn ziemlich indisch? Beschreiben Sie ihn mal. Sie sind zwar ein Buddha, der sitzt so da, die Beine übereinander geschlagen, ja, und die Hände erhoben. Ach, der ist Kellner. Na, wie vor? Die Hände erhoben zur Meditation. Wozu? Zur Meditation. Ah, ja, ja, ja. Na ja, Meditation hat etwas mit Hypnose zu tun. Hüpfhose. Mit Hypnose. Hypnose, ja, ja. Hypnose. Ja. Ja, Hypnose kommt von Hypnotisieren. Ach, guck an. Ja, wissen Sie, was Hypnotisieren ist? Nein. Also, da muss ich Ihnen das wieder ganz primitiv erklären. Ja, anders habe ich es von Ihnen auch nicht erwartet. Na? Was macht eine Schlange mit einem Kaninchen? Also, Moment, Herr Frey, nun lenken Sie mal nicht ab. Sie wollten mir, wollten mir erklären, was mit der Hüpfung... Bitte beantworten Sie meine Frage. Was macht eine Schlange mit einem Kaninchen? Bitte? Ich würde sagen, sie frisst es. Ja, davor. Davor? Ja. Da hat die Schlange Hunger, nicht? Die Schlange hypnotisiert das Kaninchen. Und warum? Wird ihre Gründe haben, nicht? Die Schlange hypnotisiert das Kaninchen, um es zu lähmen. Ah, ja. Ja, was macht dann das Kaninchen? Es lahmt. Nein! Weißt du, ich weiß, jetzt kommt... Es hüpft nicht mehr. Die Schlange versetzt das Kaninchen in einen Dämmerzustand. Wie macht sie das? Ja, vielleicht macht sie das Licht aus, oder? Kennen die Schlange nicht. Also, bitte sehr, ich muss das jetzt... Also, zu einem praktischen Beispiel gehe ich jetzt über. Ich werde es Ihnen genau erklären. Ja, ich bin jetzt der Hypnotiseur. Ah, ja. Ich bin der Kunde, ich komme zu Ihnen in einen Laden. Nein, 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 Sie kommen in keinen Laden. Ich bin der Hypnotiseur und Sie sind jetzt mein Medium. Was bin ich? Mein Medium. Was ist jetzt wieder... Ja, Frey. Was denn? Also, bitte... Also, nicht von der Seite. Na? Also, was ich bei Ihnen alles bin, das... Medium, das ist ein... Das ist ein Subjekt. Ach, ich bin ein Subjekt. Ich bin ein Subjekt, also das verbinde ich mir... Ja, ein Subjekt, das ist der Partner des Hypnotiseurs, den braucht er, ja? Ach, den braucht er. Den braucht er. Der Partner führt alles das aus, was der Hypnotiseur von ihm verlangt. Donnerwetter. Das ist interessant. Interessant. Ja, dann passen Sie auf. Du stellst dich mal genau von mir gegenüber. Das reicht auf. Andersrum. So. Ja? So, schön. Dann stehst du mal ganz locker. Ganz locker. Locker habe ich gesagt. So. Völlig entspannt. Entspannt. So, nun blicken Sie mir bitte in die Augen. Ich blicke Ihnen in die Augen... In welches? Konzentrieren Sie sich auf meine Augen. Ja. Was bemerken Sie? Sie schielen. Bitte. Blicken Sie mir in die Augen. Ich blicke Ihnen in die Augen. Ganz tief. Ganz tief. Noch tiefer. Noch tiefer. Oh. Oh, kalte Nase. Bitte. Sie werden müde. Ich werde müde. Nein, die Zeit werde ich nicht müde. Konzentrieren. Ja, wenn ich mich konzentrieren soll, kann ich nicht müde werden. Also, sprich, jetzt machen wir was anderes. Oh ja, machen wir was anderes. Sie geben mir die 100 Mal. Nein, gebe ich Ihnen nicht. Jetzt machen wir es ganz anders. Ich sage, da können Sie schwimmen. Natürlich kann ich schwimmen, am besten im Wasser. Ja, das ist eilig. Jetzt werden Sie in Hypnose einen Weltrekord schwimmen. Ja. Hm? Ich? Ja? Ein Weltrekord. Ein Weltrekord. Ja, mache ich. Machen Sie, ja? Aber dann kriege ich die 100 Mal. Moment doch mal, jetzt geht es erst los. Bitte, für mich entspannen. Entspannen. Schwimmen. Gut. Sie sollen sich nicht ausziehen. Sie sollen sich entspannen. Ich soll mich entspannen. Ja, bitte sehr. Eine Frau, eine Frau noch. Moment, vorher noch ganz kurz. Wo soll ich eigentlich schwimmen? Na, hier. Ach, hier. Hier? Ja. Hier ist überhaupt kein Wasser. In Hypnose brauchen Sie kein Wasser. Aber heute kein Wasser. Ja. Ist gut. Aber Herr Frey, bitte. Wehe, Sie lassen mich vom Turm springen. Ich beginne jetzt mit der Suggestion. Gut, machen wir wieder was anderes. Wir beginnen mit dem. Suggestion ist dasselbe. Das ist die Willensübertragung. Ah, ja. Ich übertrage jetzt auf Sie meinen Willen. Das geht? Natürlich geht das. Kann das jeder? Das kann jeder. Ich auch. Ja, wenn Sie einen starken Willen haben. Oh, ich habe einen starken. Stellen Sie sich mal gegenüber. Jetzt mache ich es mal. Wie war es? Also ganz lecker. Locker. Locker. Und jetzt blicken Sie mir mal in die Augen. Ja, bitte. Ganz tief. Ganz tief. Noch tiefer. Noch tiefer. Spüren Sie schon meinen Willen? Mein Willen? Ich will nämlich was von Ihnen. Ja, bitte. Nur eine Kleinigkeit. Nur eine Kleinigkeit. Sie werden müde. Ich werde müde. Immer müder. Immer müder. Greifen Sie die Tasche. Greifen Sie die Tasche. Geben Sie mir die 100 Mark. Nein, das will ich mir noch. Damit habe ich gerechnet. Herr Frey. Herr Frey. Sie sind ein ganz schlechtes Mädchen. Bitte? Medium. Na ja, auf alle Fälle sind Sie ein schlechtes Objekt. Ja, hoffentlich sind Sie ein Besseres. Zurück zum Schwimmen jetzt. Bitte. So, bitte. Passen Sie auf. Bitte blicken Sie mir in die Augen. Blick in die Augen. Blick. Blick. Auge in Auge. Zahn um Zahn. Ich sehe da Wasser. Bitte. Passen Sie auch ganz ruhig. Sehen Sie mir in die Augen. Sie sehen Wasser. Ja, Sie haben Wasser in den Augen. Bitte. Denken Sie an Wasser. Ich denke an Wasser. Denken Sie an viel Wasser. Ich denke an viel Wasser. Oh, jetzt kriege ich durch. Das ist... Bitte konzentrieren. Konzentrieren. Überall Wasser. Überall konzentriertes Wasser. Überall Wasser. Moment, dann muss ich meine Badehose holen. Dann brauchen Sie doch nichts. Sie brauchen hier keine Badehose. Was denn? Ohne? Ach, hier ist FKK. Bitte. Schluss aus. Ich mache nicht mehr mit. Ach, Sie schämen sich wohl. Bitte. Kommen Sie her. Letzten Versuch. Jawohl. Noch einmal. Blick. Blick. Auge in Auge. Jawohl. So, jetzt geht's los. So. Passen Sie auf. Sie sehen Wasser. Ich sehe Wasser. Herrliches Wasser. Herrliches Wasser. Sie steigen hinein. Ich steige ein. Sie beginnen zu schwimmen. Ich beginne zu schwimmen. Ja, so. Gern, aber wie? Im Schmetterlingstil. Ja, ich fliege. Sie sollen nicht fliegen. Sie sollen hier schwimmen. Schwimmen. So, bitte schwimmen. Achtung, da kommt eine Welle. Eine Welle? Wo denn? Da von der Mitte. Von der Mitte? Ach, das ist die Mittelwelle. Schluss aus jetzt. Ich mache nicht mehr mit. Ich schwimme weiter. Brennen Sie auf. Ich schwimme weiter. Sie sollen aufhören zu schwimmen. Ich schwimme immer weiter. Ach, Sie sind doch gar nicht in der Bluse. Ich schwimme immer weiter. Herr Herrlich, wachen Sie doch auf. Ich schwimme immer weiter. Also, Moment. Ich krieg Sie schon wach. Kein Moment. Ich schwimme immer weiter. Hier wachen Sie auf. Hundertmal. Danke. Das hätte es aber einfacher handeln. Hören Sie nun, wie Herr Preil Coram Publico seinem Partner Rolf den ersten Schauspielunterricht erteilt. Herr Richt beginnt sogleich zu deklamieren. Ernst ist das Leben und heiter die Kunst. Ist Ihnen schlecht, sagen Sie? Gallenstein. Was ist? Gallenstein. Gallenstein, Wallenstein. Ach so, ja, das kann auch sein. Ähm, das ist, ähm, sieh da, sieh da, Tomatentheo. Bitte, was war das eben? Sieh da, sieh da, Tomatentheo. Tomatentheo. Timotheus. Spät kommt ihr. Doch ihr kommt. Allein der weite Weg entschuldigt euer Versäumnis. Oh je, entschuldigt euer Säumen. Ach, der war Schneider. Hätte ich ja da die Hose. Naja. Gut. Oktavio. Da steht ihr nun. Ein entstaubtes Lamm. Ein entlaubter Stamm. Menschenskind. Sieh Kunstbanause. Sagen Sie mal, Sie wollen Schauspieler werden? Ja, so ein Richtiger. So ein, so ein, so ein Haar. So, so. Haar, was denn? So ein, so ein Geschaffter. So mit Haar. Sagen Sie mal, seit wann wollen Sie denn umsatteln? Umsatteln? Ja. Das ist für mich das Stichwort, Herr Dereck. Stichwort, ja. Umsatteln. Ein Pferd, ein Pferd, ein Königreich für ein Stichwort. Für ein Pferd. Herr Sander, wissen Sie auch, dass dieser Beruf sehr schwer ist? Ach, früh übt sich, was ein Meister werden will. Goethe. Ja, der hat es auch nicht leicht gehabt. Also bitte, ja. Ich wollte damit nur gesagt haben, ja, dass zu diesem Beruf einige Fachgebiete gehören, die sehr schwer sind. Kenn ich das. Atemtechnik, Spracherziehung. Ja, kennen Sie? Kenn ich. Improvisieren. Kenn ich nicht. Wie war das letztes? Das kennen Sie nicht. Nein. Sehen Sie, das ist das Erste, was ein Schauspieler können muss. Improvisieren. Ach ja, ich weiß schon, Herr Dereckter. Ich weiß, ich weiß, das ist, wenn jemand gut aussehen will, er will Eindruck finden, er will improvisieren. Nein, das ist Imponieren. Ach so. Improvisieren ist etwas ganz anderes. Wie ist denn hier? Wie ist denn hier? Improvisieren, passen Sie auf, das ist Text erfinden zu einer Szene, ja? Verstehen Sie? Nein. Ja, passen Sie auf. Erfinden, ja, zu einer Situation aus dem Stehgreif spielen. Aus dem Stehgreif, ja, ja. Stehgreif? Ja, entschuldigung. Ja, Mensch, das geht ja furchtbar mit Ihnen. Passen Sie auf, ja? Also, das ist Improvisieren. Ist wahr. Wenn wir zum Beispiel jetzt eine Szene improvisieren würden, ja? Ja! Nein, Moment, das geht nicht. Wir können ja nicht in der Hotelhalle hier... Ach, guck doch kein Niemalschmeldung. Nein, nein, bitte, es geht nicht. Das geht. Meinen Sie? Ja. Also, bitte schön, damit Sie es lernen, damit Sie wissen, was das ist. Ja, los. Tassen Sie auf, wir improvisieren jetzt eine Szene. Ich heiße Emil und Sie heißen Franz. Jawohl. Wie heiße ich? Sie heißen jetzt Franz. Nein, Herr Derektor, da irren Sie sich. Ich heiße Rolf, aber schon lange. Ja, das weiß ich. Ab jetzt heißen Sie Franz. Ist klar. Jawohl, ja, ja. Also, bitte was. Natürlich heiße Franz. Klar. Ab heute, weil Sie es wollen. Ja, natürlich. Sie heißen Franz, ich heiße Emil und ich habe eine Geliebte. Ho, ho, ho. Ja, was sagt denn Ihre Frau dazu? Was, meine Frau? Die sagt gar nichts. Die weiß das gar nicht. Herr, wir wollen improvisieren hier. Natürlich. Rücken Sie vollkommen durcheinander. Sie sollen an meine Geliebte nur annehmen. Oh ja, ist sie hübsch? Also bitte, jetzt seien Sie vernünftig, ja? Sie haben Anneliese kennengelernt. Ich habe... Wen habe ich kennengelernt? Herrgott, Anneliese, meine Geliebte, haben Sie kennengelernt. Ach, die habe ich kennengelernt? Ja, natürlich. Wann habe ich die denn kennengelernt? Ach, Möseskind. Ist doch vollkommen wurscht, ja? Wurscht? Von mir aus vorige Woche. Vorige Woche. Nein, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Vorige Woche war ich im Urlaub. Unmöglich. Wir wollen improvisieren. Ja, das sagten Sie ja schon. Sie haben Anneliese kennengelernt und haben Sie geküsst. Ja, aber wie oft? Einmal. Ach bitte, Herr Direktor, wenn schon, dreimal. Also bitte schön, von mir aus auch dreimal, ja? In Ordnung. Und nun komme ich zu Ihnen und fordere eine Erklärung. Steuererklärung. Quatsch, Steuererklärung. Eine Erklärung, Rache, Genugtuung. Ich bedrohe Sie. Ja, aber nicht hauen. Das muss ja nicht gleich in Schlägerei ausarten, ja? Oh, dann, gut. Also bitte passen Sie auf. Ich komme nun zu Ihnen, ja? Ja. Nicht? Ich komme jetzt zu Ihnen in die Wohnung. In die Wohnung. Moment. Was ist denn nun? Sie wissen ja noch gar nicht, wo ich wohne. Wir machen es doch hier in der Halle. Hier in der Halle. Herr Gott, noch mal, begreifen Sie doch endlich. Ich komme jetzt in die Wohnung, öffne die Tür, trete ein. Ja, passen Sie auf. Sie treten an. Ha, mein lieber Franz. Gut, dass ich Sie antreffe. Herr Direktor, darf ich mal unterbrechen? Bitte schön, ja. Machen Sie doch bitte die Tür zu, es zieht so. Ist doch gar keine da. Ja, drum zieht es wohl so. Also bitte schön. Ha, mein lieber Franz, Sie haben meine Geliebte geküsst. Das ist nicht wahr, Herr Direktor. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, ich war vorige Woche im Urlaub. Gut, wunderbar improvisiert. Sie waren also mit meiner Anneliese im Urlaub. Nein, ich war mit Christa im Urlaub. Herrgott, wer ist denn nur wieder Christa? Meine Frau, mit der fahre ich immer in Urlaub. Also, mein lieber Rolf, so geht das nicht. Was ist denn nun los? Was suchen Sie denn? Ist jemand gekommen? Wieso denn? Man muss ja. Wer ist Rolf? Rolf? Aber lieber Freund, Sie sind Rolf. Ich bin Rolf. Ich denke, ich bin Franz. Von mir aus, Franz Rolf. Mit Bindestrich. Quatsch, Bindestrich. Das ist cool. Menschkind, passen Sie doch auf. Improvisieren. Wenn ich jetzt zu Ihnen in die Wohnung komme und Sie beschimpfe, dann müssen Sie doch ganz anders reagieren, ja? Nicht? Sie müssen empört sein. Ich bin empört, ich bin empört, ich bin empört. Dreimal. Quatsch, dreimal. Ist doch egal, wie viel. Nun drehen Sie den ganzen Spieß um. Sie leugnen alles ab. Sie kennen mich gar nicht. Ich habe mich nie gesehen, nie gesehen. Ich kenne Sie gar nicht. Nein. Ach, da brauche ich Ihnen auch die 100 Mark nicht. Nein. Was? Nein, 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 nein. Das hat damit gar nichts zu tun. Siehen Sie mal. Und nun drohen Sie mir, ja? Nun drohen Sie mir, Sie sagen alles meiner Frau und dann geht meine Ehe kaputt. Ist das wahr? Ja, dann gucke ich ganz dumm aus meiner Wäsche. Ja, das glaube ich. So ist das. Ja. Und nun machen wir nochmal, ja? Nein, nein, bleiben Sie gleich hier. Wieso denn? Ich kann das Türklappen nicht vertragen. Na gut, also bitte schön. Passen Sie auf, es geht los jetzt. Geht los. Jetzt, aber die Szene, ja. Oh. Ha, mein lieber Franz, gut, dass ich Sie antreffe. Ja, nein. Oh. Weiter, los, reagieren. Meine Brieftasche. Ach, Quatsch, Brieftasche, Menschen, es geht. Ha, mein lieber Franz, gut, dass ich Sie antreffe. Ja, ja, da sollte ich erwidern, ich bin empört, ich bin empört, ich bin empört. Oh Gott, nein, Mensch. Huh. Ach, mit Huh. Ja. Ja. Ja, sehr. Ich bin empört, ich bin empört, ich bin empört. Ja, gut, Herr Oster. Mein lieber Herr Preil, Sie, alter Emil, Sie. Was? Das kann ich Ihnen sagen. Jetzt drehe ich den ganzen Bratspieß, den ganzen Spieß, den drehe ich um. Dann erzähle ich alles Ihrer Frau und dann ist meine Ehe dies kaputt. Oh Gott, Gott. Und dann, dann gucken Sie ganz dumm aus meiner Fäsche. Nach dieser missglückten Schauspielerei folgt schnell ein Szenenwechsel. Gewissermaßen zwischen zwei Zügen überrascht der Bahnhofsgaststättenkellner Herrricht den Bahnhofsvorsteher Preil mit der Mitteilung, er habe sich der Heeren Dichtkunst verschrieben. Preil ist natürlich erstaunt und fragt. Und was ist das? Das ist was Schönes. Und für den, der Hunger hat, eine Bockwurst mit Salat. Nicht gut? Ich habe auch bessere Gedichte. Haben Sie auch bessere? Ja, warten Sie mal. Wieso machen Sie Gedichte? Ach, das habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt? Na hier, gucken Sie mal, wenn ich da ein bisschen Pause habe und Sie haben alle Leute wegfahren lassen, dann mache ich Gedichte. Dann machen Sie Gedichte? Dann mache ich Gedichte. Na guck, nein. Ja, ich habe jetzt vorhin wieder einige geworfen, äh, gemacht und da ist hier zum Beispiel mir ein sehr Gutes gelungen. So, ein sehr Gutes. Ja. Sagen Sie, verlegen Sie auch Ihre Gedichte? Ob ich die schon mal verlegt habe? Ja, zweimal, aber immer wieder gefunden. Nein, ich meine, ob Sie sie einem Verlag angeboten haben. Ja, aber die müssen verzogen sein. Wieso? Es kommt immer zurück. Na, also gut, pass auf. Ich rede Ihnen das. Hier ist ein schönes. Bitte sehr, tragen Sie es mal vor. Ja. Wie heißt es? Sie müssen schön ruhig sein, ja? Ja, ich sage dir nichts. Die Ziege. Bitte? Entschuldigung. Die Ziege. Bitte? Ach, na ja, mein Gott. Aber ich kann das nicht. Ja, ich weiß, ich weiß, ich sage nichts mehr. Ja, bitte. Die Ziege. Na? Na, nichts. Na ja, nichts. Eine Ziege stand einsam auf einem Feld und blickte traurig in die Welt. Sie rief eine zweite Ziege dann herbei und gründete eine Ziegelei. Das finden Sie also gut? Ja, ich finde es rührend. Rührend, ja? Ja, schon bessere Gedichte gehört. Ja, aber nicht von mir. Ja, das glaube ich auch. Also, weiter. Wieso weiter? Ich habe noch ein gutes. Noch eins? Ja. Ich lausche. Jawohl. Wie heißt es? Der Lauscher. Was? Der Teppich. Was? Nee, der Läufer. Warte mal. Der Rollschuhläufer. Na, also. Also bitte? Ein Rollschuhläufer. Der lief froh, die Straße lang, ohne Rast und Roh. Ruh. Ruh. Nein, Ruh. Also entschuldige, das müssen Sie mir schon gestatten. Das ist dichterische Freiheit. Ja? So. Ein Rollschuhläufer. Der lief froh, die Straße lang, ohne Rast und Roh. Am Montag lief er voller Lust, die Straße lang, mit stolzer Brust. Ein Rollschuhläufer. Der lief froh, die Straße lang, ohne Rast und Roh. Am Dienstag lief er voller Lust, die Straße lang, mit stolzer Brust. Der lief froh, die Straße lang, ohne Rast und Roh. Am Mittwoch lief er voller Lust, die Straße lang, mit stolzer Brust. Herr Preil. Was denn? Sie gucken hier mit rein. Ach Quatsch, ich gucke hier mit rein. Stimmte? Weiter. Weiter. Ein Rollschuhläufer. Der lief froh, die Straße lang, ohne Rast und Roh. Am Donnerstag lief er voller Lust, die Straße lang, mit stolzer Brust. Nein. Nein? Wieso nein? Donnerstag lief er gar nicht. Warum denn nicht? Lag im Bett, hatte sich ja erkältet. Schön gut, dann lief er eben am Freitag. Auch nicht. Wieso denn nicht? Er war zwei Tage krank. Aha, weiter. Wieder furchtbar heute mit dir. Na ja, bitte sehr. Albern Gedichte hier. Es geht weiter. Ein Rollschuhläufer. Der lief froh, die Straße lang, ohne Rast und Roh. Am Samstag hörte er einen Marsch und bumms, da lag er auf... Was? Die Zeile fehlt mir noch. Da bin ich ja nicht... Naja, die eine Zeile wird Ihnen ja wohl noch einfallen, nicht? Ja, hab schon. Na, also bitte. Am Samstag hörte er einen Marsch und bumms, da lag er auf dem Bauch. Was? Das reimt sich doch gar nicht. Ich kann's nicht ändern. Der ist verkehrt gefallen. Die folgende Begegnung auf der Bühne eines großen Kulturhauses ist voller Rätsel. Behauptet doch jeder, jedes Rätsel lösen zu können. Da hören Sie selbst, wie das weitergeht. Dann stimmt das also. Was stimmt? Naja, Sie lösen jedes Rätsel. Wie kommen Sie darauf? Ja, also hat mir vorhin einer in der Garage, in der Garderobe gesagt, Sie lösen jedes Rätsel. Das ist mein Hobby, Rätselraten. Ihr Hobby, das ist schön. Ja, das glaube ich bloß nicht. Wieso glauben Sie das nicht? Möchte ich mal probieren. Wolltest du mir ein Rätsel aufgeben? Ja. Na, das sollten Sie probieren. Sie lösen wirklich jedes Rätsel? Ihr ist bestimmt. Ist in Ordnung. Ihr ist bestimmt. Ich gebe Ihnen ein Rätsel auf, zur Belohnung. Wenn Sie es rausbekommen, kriegen Sie von mir, na, sagen wir, na, eine Mark. Eine Mark? Ja. Die werde ich mir gewinnen. Ist noch. Gut. So hoch. Eine Kleinigkeit noch. Was denn noch? Wenn Sie es nicht tragen. Ach so, was ich dann zahlen muss. Ja. Auch eine Mark? Nö, sagen wir 50 Mark. Wieso denn 50 Mark? Naja, nur, es kommt ja nicht vor. Es kommt doch nicht vor, Herr Pachter. Na ja, schön. Die Mark haben Sie gewonnen. Die 50 brauchen Sie natürlich nicht bezahlen. Das wäre doch unwahrscheinlich. Pass auf. So hoch, so lang. Zwei Ohren. Schnauze, Schwanz, vier Beine, Bett. Soll, danke schön. Gibt es die Mark her. Das ist ein Hund. Ach, es kommt doch schwerer. Sie müssen aufpassen, so hoch, so lang, so. Zwei Ohren, Schnauze, Schwanz, vier Beine, es bellt und sieht braun aus. Das ist ein brauner Hund. Ne, die Zeiten sind vorbei. Pass auf. Also bitte was stolz aus. So lang, zwei Ohren, Schnauze, Schwanz, vier Beine, es bellt, sieht braun aus und es fliegt. Jawohl, es fliegt. Pass auf, Herr Pachter. Im Herbst fliegt es weg. Ja. Das ist vier Beine, sieht braun aus, hat zwei Ohren. Im Frühjahr kommt es wieder, hat es nicht mehr zwei Ohren, sondern vier Ohren, hat nicht mehr vier Beine, sondern acht Beine und außerdem sieht es nicht mehr braun aus, sondern lila. Ja? Ja. Ja, 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 natürlich, es sieht lila aus. Au, au, au. Bitte sehr, das erste Mal, dass mir das passiert. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, Moment, Moment, Herr Herrchner, sagen Sie mir wenigstens noch, was das ist. Was das ist, Herr Pahl, hier haben Sie die Mark, ich weiß es auch nicht. Was? Nee, war ja sehr nett, Ihr Rätsel. Ich freue mich auch. Ja, sehr viel Spaß dabei gehabt. Ich freue mich auch über die Mark, die ich gewonnen habe. Ja, ich freue mich auch über die 50. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Aber wissen Sie, etwas gefällt mir nicht an Ihrem Rätsel. Was denn nun wieder? Dass es so primitiv ist. Aber nicht doch. Ja, wirklich primitiv ist. Ich liebe die Rätsel, die intellektuell sind. Die ganz schnell sind. Nicht ganz schnell, intellektuell, wo man den Geist ein bisschen anstrengen muss. So was kenne ich. Ja, so was kenne ich. Soll ich Ihnen mal eins zeigen? Na bitte, bitte. Machen Sie mal alles mehr. Machen Sie mal alles. Machen Sie mal was Sie wollen. Na gut, es ist auch eine kleine Spielregel dabei, ja? Die muss ja sein. Muss sein. Ich stelle einige Fragen an Sie, die Sie mir beantworten werden. Ja, mache ich. Weder mit Ja noch mit Nein, sondern mit einem speziellen Wort, was wir noch festlegen werden. Ja? Ja, ja, Moment. Jetzt geht es auch um einen finanziellen Einsatz. Ich gebe zum Beispiel 5 Mark in die Kasse. Ja, dann gebe ich natürlich auch. Auch 5 Mark und dabei ist einfach so 10 Mark. 10 Mark. Um die geht es jetzt. Und zwar folgendermaßen. Wenn Sie sich einmal versprechen und nicht mit diesem einen Wort, das wir noch festlegen werden, antworten, dann gehört der Einsatz mir. Halten Sie aber durch, zwei Minuten auf meine Fragen mit diesem einen Wort zu antworten, dann gehören die 10 Mark Ihnen. Schon gewalt. Na Moment, langsam, langsam. Ich halte durch. Sie halten durch. Ich antworte nur mit einem Wort. Was denn? Mikrofon. Mikrofon, nein. Hier, ab, Rechnung. Nein, da ist zu lang. Irgendwas Kürzeres. Gleichstift. Bitte, wie Sie wollen. Jawohl, ist recht. Ich antworte zwei Minuten, dann gehört es mir. Dann gehört es Ihnen. Aber nicht versprechen, nein? Nicht einmal versprechen. Gut, das ist eine Ahnung, ja? Was ist denn da oben? Ich sehe nichts. Was soll das denn? Ah, ja, nein, nein. Gemogelt wird nicht. Gewinnt es ja sowieso. Ja, Sie gewinnen es. Ich weiß es ja. Also, langsam, fragen Sie. Ich antworte. Was essen Sie Sonntag am liebsten? Bleistift. Was schenken Sie Ihrer Frau zum Geburtstag? Bleistift. Wie würden Sie Ihren Sohn taufen, wenn Sie einen hätten? Bleistift. Sie kennen das Spiel? Nein. Moment, Moment. Äh, Juncker, äh, hallo? Du, äh, Sie, kommen Sie mal, Herr Preil, bei Fuß. Wir machen es noch mal, ja? Machen Sie noch mal? Das geht nicht. Nee, nee, Herr Preil. Wieso? Wir machen es ja umgekehrt. Wieso umgekehrt? Jetzt befrage ich Sie. Na, das geht nicht. Ich kenne den Trick. Ich fall nicht drauf rein. Sie brauchen doch nur zu antworten mit Bleistift. Mit Bleistiftantworten? Na ja, natürlich. Na bitte, wie Sie wollen, Sie Dingschädel. Wenn Sie meinen, dass Sie damit Glück haben? Bitte. Bitte sehr. Ja. Und was geben wir? Na, ich würde sagen, wir erhöhen die Preise. Ich habe von Ihnen noch 50 Mark. Die gebe ich. Die geben Sie. Gut, dann kriegen Sie von mir auch 50 Mark. Ist in Ordnung. Die sollen Sie verlieren, mein Lieber. Jetzt werden Sie mal reinfallen. Gerne, gerne. Hier, die 10 Mark noch drauf. Ja, ist recht. So 110 Mark. Also zwei Minuten. Bleistift. Einmal versprechen. Ich weiß es doch. Geht los. Herr Preil, was schenken Sie Ihrer Frau zu Weihnachten? Bleistift. Was essen Sie am liebsten? Bleistift. Wie würden Sie ein Mädchen, so Sie eines hätten, es wohl nennen? Bleistift. Herr Preil, was ist Ihnen nun lieber? Die 110 Mark oder der Bleistift? Bleistift. Bitte schön. Die Pferderennbahn Hoppegarten kennt in unserem Berlin fast jedes Kind. Nur Rolf Herricht natürlich nicht. Bevor nun die beiden Streiter beim Pferderennen ankommen, gibt es erst einmal eine preilsche Lektion über Hoppegarten. Und die beginnt so. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie mit mit mir. Oh ja, gerne. Herr Preil, wo gehen wir denn hin? Ich will nach Hoppegarten. Ach, guck an, Sie haben einen Garten, wusste ich gar nicht. Haben Sie auch Äpfel gesät? Nur mal langsam, ja. Nur mal ganz langsam. Erst einmal Äpfel sät man nicht, sondern Äpfel pflanzt man. Und außerdem ist Hoppegarten kein Garten. Das hätte ich mir denken können. Ihr Garten ist natürlich kein Garten. Was heißt, wir kennen Sie Hoppegarten nicht? Lieber Herr Herricht. Lieber. Waren Sie denn noch nie auf einer Pferderennbahn? Lieber Herr Preil. Na nun, nun, nun. Ich war noch nie auf einer Pferderennbahn. Was denn? Sie gehen zum Pferderennen? Na ja, da kann ich mit. Ja, na freilich. Das hätten Sie doch gleich sagen können. Na ja, da darf man reden. Dann lerne ich doch wieder viel von Ihnen. Ach, Sie wollen das lernen? Ja, gerne. Dann passen Sie auf, da werfen Sie erst mal einen Blick in diese Zeitung. Danke, ich habe heute schon zwei Blicke in die Zeitung geworfen. Das ist aber sehr wichtig, denn in dieser Zeitung steht alles drin, was man über Pferde und den Rennsport wissen muss. Ach, über Pferde weiß ich doch alles. Über Pferde wissen Sie alles? Ich weiß über Pferde alles. Sie wissen alles? Alles. Ah, großartig. Na dann beschreiben Sie mir doch mal ein Pferd, ja? Das reicht ja. Ein Pferd beschreiben? Ich bitte darum, ja. Das Pferd ist ein Haustier. Sehr gut. Das Pferd ist ein sehr gutes Haustier. Was ist zum Beispiel ein Pony? Ja, das ist nur ganz was anderes, eine Damenfrisur. Nein, das ist ein kleines Pferd. Mit einer Damenfrisur. Aber nicht doch, das ist ein Zwergpferd. Ein Pferd für Zwerge. Für Gartenzwerge. Für Hoppe-Gartenzwerge, ist ja klar. Also wollen Sie mir nur ein Pferd beschreiben oder nicht? Ja, natürlich will ich ein Pferd beschreiben. Also Sie können es ja aussuchen, einen Schimmel, einen Rappen oder einen Fuchs. Ach, wir sprechen von einem Fuchs. Ja. Soll ein Fuchs beschreiben? Ja, bitte. Dann schreibe ich einen Fuchs. Na also. Beginne wieder von, alles über den Fuchs. Der Fuchs. Der Fuchs ist nun kein Haustier. Bitte? Denn er stiehlt Gänse. Was ist los? Wie es schon in einem Kinderlied meiner Mutter hieß, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Das Pferd. Pferd, du hast die Gans gestohlen. Muss meine Mutter das falsch gesungen haben. Wovon reden Sie eigentlich? Vom Fuchs, von meiner Mutter. Vom Fuchs meiner Mutter, Herr Preil. Meine Mutter hatte einen Fuchs um den Hals. Das Pferd. Meine Mutter hat nie ein Pferd um den Hals gehabt. Also ist das möglich? Ich meine doch das Pferd, das man Fuchs nennt, weil seine Farbe auch rötlich ist. Ach, das Pferd. Außerdem kann ich es beweisen, hier in der Zeitung ist ein Bild, ist ein Bild, hier, ist ein Bild von Trabant. Ach, jetzt sprechen wir von Trabant. Ja. Soll ich auch beschreiben. Na endlich. Na bitte. Trabant. Los. Also der Trabant ist nun überhaupt kein Haustier, aber auf den Straßen sehr häufig. Was ist los? Trabant ist ein Pferd. So. Was ist jetzt los? Was ist? Ruhig, ruhig bleiben. Was ist? So, also Herr Preil, bis hierhin habe ich das alles mitgemacht. Jetzt langt es mir. Jetzt ist der Fuchs ein Pferd, der Trabant ist ein Pferd. Vielleicht bin ich zum Schluss auch noch ein Pferd. Also reden Sie kein dummes Zeug. Trabant ist eine Stute. Ja, ja, der Trabant hat eine Tute. Bitte. Trabant ist eine Stute und die Stute ist das weibliche Tier. Ja. Ja, natürlich. Wie heißt denn das männliche Tier? Wasburg. 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 Ich möchte wetten. Wetten möchte ich, dass Sie das nie lernen werden. Apropos wetten, Herr Preil, stimmt es denn, dass man beim Pferderennen wetten kann? Ja, natürlich. Richtig wetten? Richtig wetten. Ich würde gerne mal wetten. Was Sie wollen wetten? So wetten, so ruhig. Sie wollen wetten? So jückt. Sie wollen richtig wetten, ja? Wetten. Sie sind für ein Hasardeur. Nee, ich bin Magdeburger. Warum? Bitte. Hasardeur ist ein Glücksspieler, der versteht was vom Wetten. Ich verstehe auch was vom Wetten. Ach, bitte, bitte, bitte. Ja, nun mal langsam. Dann beschreiben Sie mir mal eine Platzwette. Eine Platzwette. Nee, lieber nicht. Wieso nicht? Wetten, dass Sie Platz sind? Ja, das kann sein. Das kann allerdings sein. Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag, damit ich mich nicht mehr ärgere über Sie. Ja. Na ja, da würde ich sagen, dann machen wir jetzt mal unser altes Spiel. Ach du liebe Zeit. Was heißt nach Liebe Zeit? Jetzt geht es wieder los. Jetzt haben Sie einen Laden, Sie sind doch Verkäufer. Nein, nein, völlig falsch. Ich habe keinen Laden, ich bin auch kein Verkäufer, sondern ich habe ein Wettbüro und ich bin der Buchmacher. Der Buch. Buch? Buchmacher. Ah ja, ich dachte, ich soll wetten. Ja, das sollen Sie auch. Wir machen es praktisch, passen Sie auf. Wir nehmen den Tisch, stellen ihn zwischen uns, das ist jetzt der Schalter, ich stehe hinter dem Schalter, Sie stehen vor dem Schalter, ja? Das ist das Wettbüro. Ich bin der Buchmacher und Sie kommen herein als, als, ne? Als Wetter. Ach, ich bin das Wetter. Nein, der Wetter. Donnerwetter. Bitte jetzt, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Guten Tag. Ich bin ja noch gar nicht drin. Dann kommen Sie doch endlich. Oh, oh, unerträglich. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Herr, wie war es? Herr Buchbinder. Halt, 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 halt. Äh, Entschuldigung, Herr Buchhalter. Nein, Macher, Buchmacher. Ach so, ich komme nochmal. Oh Gott, oh Gott, das ist zum Verzweifeln mit Ihnen. Guten Tag, guten Tag. Ach so, das machen Sie hier hinter mir. Hinten bei Ihnen war auch geöffnet. Bleiben Sie jetzt hier vorne. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Sie Macher. 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 Naja, Sie wissen doch, was Sie hier sind. Also. Guten Tag. Ich wollte mal fragen, haben Sie vielleicht ein Buch über Pferde? Ja. Ah. Sie, Sie sollen wetten. Wetten, dass Sie kein Buch haben über Pferde? Nein. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel, Sie setzen jetzt fünf Mark auf Neptun. Ah ja. Auf wen bitte? Wer ist das? Auf Neptun. Wer ist denn das nur wieder? Oh, mein Gott, wissen Sie denn nicht, wer Neptun ist? Nein. Neptun mit dem Dreizack. Ach, Napoleon. Quatsch, Mensch. Der hat einen Dreispitz. Spitz. Neptun ist der Gott des Meeres. Und der kriegt fünf Mark von mir? Nein. Das Pferd. Ach, es ist ein Seepferd. Es ist doch kein Buch, es sollt. Sie setzen auf das Pferd, das Neptun heißt. Setze ich mich drauf? Nein, da setzen Sie sich überhaupt nicht drauf, denn da sitzt ja schon einer drauf, nicht? Schade, schon besetzt. Da sitzt nämlich der Jokai drauf. Ach, den kenne ich. Den kennen Sie? Ja, den kenne ich. Wer ist denn das? Kennen Sie nicht? Bube, Dame, König, Ass, Jokai. Schluss, aus, Feierabend. Ich werde mit Ihnen auf die Rennbahn gehen. Keine Ahnung vom Pferden, keine Ahnung vom Rennen. Vielleicht noch vom Reiten hier, was? Oh, Herr Preilse, das hätten Sie jetzt nicht sagen sollen. Wieso? Sie sollten mich mal reiten sehen. Bitte, wie war das? Sie sollten mich mal reiten sehen. Sie können reiten. Aber natürlich kann ich reizen. Sie können reiten. Gestatten Sie bitte, dass ich das überprüfe, ja? Nur Mut, nur Mut. Das darf ja nicht wahr sein. Gehen Sie weg, den Tisch umgedreht. So. Was ist das? Ja, ich würde sagen, es ist ein Tisch. Nein. 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 Das ist kein Tisch. Das ist jetzt ein Pferd. Das ist ein Pferd. Ein Pferd. Das ist ein Pferd, ja. Das ist ein Pferd, das ist ein Pferd. Natürlich. Bitte? Das ist ein Pferd, das ist ein Pferd. Das ist jetzt Ihr Pferdchen. Das ist immer mein Pferdchen gewesen. So ist es. Und wie heißt Ihr Pferdchen? Wollen wir mal nachgucken? Wird ja dran stehen. Ja, V.I.B. Möbelwerke. Bitte. Trabant. Ach, der Tisch ist ein Trabant. Nein, der Tisch ist kein Trabant. Der Tisch ist ein Pferd und das Pferd heißt Trabant. Was machen Sie jetzt? Jetzt reite ich den Tisch. Quatsch zum Zeug. Jetzt steigen Sie erst mal auf. Moment, Moment. Nun langsam. Was ist das? Also, Herr Freil, bevor ich jetzt so richtig losreite, muss ich ja erst mal wissen, wohin reite ich überhaupt? Mensch, das Kind, das weiß doch jeder Reiter, wo es hingeht beim Rennen. Sie werden es mir doch sagen. Ich sage es Ihnen ja auch. Ja? Wohin reitet der Reiter beim Rennen? Wohin? Zum? Zum? Einlauf. Ja, äh, nur Herr Preil. Herr Preil? Ja, bitte schön. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Bitte. Der Einlauf gehört noch zum Rennen. Äh, ja, wenn Sie einen gekriegt haben, dann rennen Sie. Bitte, Herr Herrrecht, schwingen Sie sich jetzt in den Sattel. Na, was ist? Sattel. Wo liegt denn der Sattel? Ja, was weiß denn ich, wo Sie ihn hingelegt haben? Der Sattel liegt zwischen Widerrist und Truppe. Schlamperei, und da soll ich ihn jetzt finden? Los, jetzt raus, Schwer. Ach, bin ja längst oben. Natürlich, bin ja längst oben, bin ja längst oben. Verkehrt herum. Ja, ja, was ist? Sie sitzen verkehrt herum. Ja, Sie wissen ja nicht, wo lang ich reiten will. Na, ich... Da liegt das Ziel. Na? Macht nichts, reite ich so rum. Ach, runter. Werde ich Ihnen zeigen, wie man auf einem Pferd sitzt. Bitte halten Sie den Tisch fest. Das ist kein Tisch, das ist ein Pferd. Bitte halten Sie den Tisch fest, der wackelt. Ein Pferd wackelt nicht, ein Pferd fenzelt. Bitte, 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 ja. Sparen Sie sich die albernen Belehrungen. Bitte, gehen Sie weg. So schwieg ich das Bein über den Pferdenrücken, und schon sitze ich im Sattel. Das ist eine echte Reiterhaltung. Na, wie sehe ich aus? Wie der Erlkönig. Weißt du? Wie bitte? Wie der Erlkönig. Wieso? Wer reitet so spät? Die Nacht ist frisch. Das ist Herr Preil auf seinem Tisch. Hau Sie ab! Ach, 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 so ein Pech. Alle Büchsen auf einmal. Na, das kann ja heiter werden. Eigentlich sollte es das ja auch. Aber doch nicht gleich so. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte ganz seriös anfangen. Und dann sowas. Na ja, weil mir doch alle Büchsen runtergefallen sind. Ich stehe nämlich hier auf einer Leiter, wie Sie sehen. Ach so, Entschuldigung, das können Sie ja gar nicht sehen. Es sind natürlich keine gewöhnlichen Büchsen. Natürlich sind das gewöhnliche Büchsen. Wissen Sie, so runde Büchsen. Nein, keine Fleisch- oder Obstkonservenbüchsen. Es sind eigentlich Filmbüchsen, in denen man keine Tonbänder aufbewahren sollte. Aber ich habe es natürlich getan, weil ich wieder mal schlauer sein wollte. Weil ich dachte, die rutschen dann nicht. Die rutschen aber doch. Und jetzt bin ich nervös. Na ja, weil der Anfang verpatzt ist. Ich wollte Sie begrüßen, guten Tag sagen. Und dann wollte ich Ihnen erklären, dass ich Tonbänder archiviere. In Blechbüchsen. Sozusagen sortiere und aufräume. Ah, und hier steht zum Beispiel drauf. 1957. Und da ist ein Tonband drin. Na sowas. Das ist ja das Tonband. Na ja, das Tonband, das den Anfang einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen meinem Freund Rolf Erricht und mir begründete. Unsere geliebte Schachpartie. Wollen Sie es mal hören? Sag es mal, was bringen Sie denn da an? Da sehen Sie doch einen Tisch. Einen Tisch. Einen Tisch mit was drauf. Mit was drauf? Ja, das ist, Herr Frey, das ist ein Bettspiel. Das habe ich jetzt gekauft. Bitte, Moment, Moment. Was ist das? Ein Bettspiel, das schon die Alten ohne Pfarrer gespielt haben. Moment mal langsam. Das ist kein Bettspiel, sondern ein Brettspiel, ja? Und das haben nicht die Alten ohne die Pfarrer, sondern die alten Pfarrer-ohnen gespielt. Ich weiß doch, Herr Frey, ich weiß, ich kenne mich doch aus in der Mistelolololosologie. Die saßen nämlich immer zu Füßen einer Pyramidon. Nein, die saßen nicht zu Füßen einer Pyramidon, sondern zu Füßen einer Pyramide. Ja, ja, und das war für Sie ein Mirakel. Nein, ein Orakel. Also, Herr Frey, wenn Sie alles wissen, was ich meine, warum verbessern Sie mich dann? Ja, gut, erledigt Schwamm drüber. Nö, sauber. Ist das schön. Ich meine, erledigt Papierkorb. Viel zu groß, geht ja nicht rein. Also, los. Also, sagen Sie mal, Sie spielen Schach. Ja, bitte? Was spielt Sie? Sie spielen Schach. Wie kommt die da? Naja, das ist ein Schachspiel. Ach, das ist Schach. Ja, dann spiele ich Schach. Ja, natürlich. Wie gesagt. So, Sie spielen Schach. Denn dieses Schachspiel ist auch ein Brettspiel. Ja, das haben schon die Altenfaraonen gespielt, die Syrer und die Inder, ja? Die haben... Und damit spielten Sie schon vor 2000 Jahren. Sonnenwetter. Sieht man dem Ding gar nicht an. Das ist ein Material, was? Das ist ein Material. Also, das ist ein ernsthaftes Spiel, bitte, ja? Ja. Also, Sie spielen Schach. Jawohl. Gut, wie wär's? Wollen wir eine kleine Partie wagen? Ja, warum nicht? Warum denn nicht, Herr Breuer? Ich bin ja kein Schachverderber. Kein Spielverderber. Natürlich. Also, gut. Bitte aufstellen. Aufstellen. Und was nehmen Sie? Ja, also, ich nehme schwarz und Sie nehmen weiß. Ja, jeder, was er wert ist. Bitte, ja? So. Herr Breuer? Ja, bitte? Herr Breuer, wir können nicht anfangen. Wieso können wir nicht anfangen? Ich hab was vergessen. Was haben Sie denn vergessen? Die Würfel. Die Würfel. Zum Schach braucht man doch keine Würfel. So, dann spielen Sie das hier anders. Das ist... Also, bitte aufstellen. Aufstellen? Jetzt, äh... Sagen Sie mal, Herr Breuer? Ja, bitte? Wie stellen Sie denn Ihre Figuren auf? Wieso denn? Wir haben ja alle so an den Rand, die Steinchen. Na ja, das muss doch. Das muss und da bleibt für die Mitte ja gar nichts. Sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Ist doch alles bunt durcheinander. Tja, das sieht nicht so eintönig aus. Sagen Sie mal, also, was ist mit Ihren Bauern los? Wir stehen hier alle auf dem Haufen. Ja, Produktionsbesprechung. Sagen Sie mal, ich sehe keinen einzigen Turm bei Ihnen. Wo sind Ihre Türme? Ja, getarnt, getarnt, Herr Breuer. Gut getarnt, daraus lasse ich Sie beobachten. Sagen Sie mal, und wo sind die Läufer? Die Läufer? Die Läufer? Äh, Herr Breuer braucht einen Läufer. Ähm, wollen Sie Bier holen lassen? Ich meine, die Läuferfiguren. Wo haben Sie die? Ah ja, die, die habe ich in der Tasche. Wieso in der Tasche? Ja, die spiele ich als letzten Stich aus. Was ist denn mit Ihrer Dame los? Ach, danke. Sie hat ja die Grippe, wie Sie wissen, aber es geht wieder besser. Nein, ich meine die Figur. Ja, ausgezeichnet. Teil der 58, oben rum 1, 10. Nein, bitte schön, kommen Sie hier rüber. Also, es geht los. Es geht los jetzt. Contra. Was heißt Contra? Wen denn Contra? No, dem kleinen Dicken da. Dem kleinen Dicken da. Der kleine Dicke, das ist der Turm. Ach so. Also, passen Sie auf. Äh, so Turm. Passen Sie auf. Ich mache jetzt einen sehr gewagten Zug. Ist wahr. Ja, und Sie setzen jetzt erst mal Ihre Bauern ins Feld. Meine Bauern ins Feld? Natürlich. Die müssen aufs Feld. An die Arbeit, an die Arbeit. Die Ernte ruft. Die Ernte ruft. Ich setze meinen Bauern vor Ihrem Pferd. So, bitte. Was? Ja, was machen Sie jetzt? Das ist schön. Was? Ja, was machen Sie jetzt? Das macht gar nichts. Sie müssen doch was unternehmen. Es soll nichts passieren. Bleibt das Pferd zu stehen. Ja, natürlich. Das besteht doch da so friedlich. Also, schön, dann schlage ich es. Was machen Sie? Ich schlage jetzt Ihr Pferd. Herr Pfeil, Sie Tierquäler. Ich schlage jetzt. Wenn Sie mein Pferd schlagen, dann nehme ich hier meinen alten Dings hier. Das ist der alte Dings. Das ist der König. Jawohl, der alte Dingskönig. Und dann schlage ich, schlage ich, schlage ich. Ich schlage alles auf. Ich gebe es auf. So. Dann habe ich gewonnen. Sie ist mit der Revanche, Herr Pfeil. Eine Revanche. Was? Sie wolle mein Pferd schlagen? Für den Anfang war das doch schon ganz schön ulkig. Nicht wahr? Und so fassten wir damals auch den Mut, auf diesem Gebiet weiter solche amüsanten Szenen zu spielen. Und das Publikum hatte uns einfach animiert. Dieses Lachen, diese Spontaneität, der Heiterkeit und der Begeisterung. Das hatte Beifall. Das war ungeheuer reizvoll. Wir nahmen uns aber auch vor, wenn schon, dann mit aller Ernsthaftigkeit diese Sketch-Partnerschaft zu betreiben. Und ganz plötzlich merkte ich beim Erfinden dieser Sketche, dass die Vorlagen dazu eigentlich das Leben schrieben. Sehen Sie mal, zum Beispiel die Fahrschule. Angeregt durch die eigene Fahrschule, die Herricht und ich zusammen in Magdeburg, wo wir am Theater waren, dort auch absolvierten, entstand diese Szene. Wir waren ein bisschen der Schrecken des Fahrlehrers. Ja, also das war Spielstraße, Verkehrsverbot für Fahrzeuge aller Arten. Aber was haben Sie denn da? Was machen Sie denn? Verkehrszeichen, ja, ich muss lernen. Was müssen Sie? Ich muss lernen, ich mache am Montag meine Fahrprüfung. Ach, oh Gott. Ja, Fahrprüfung? Und jetzt lerne ich und lerne und lerne. Da will man die Verkehrsunfallziffern, will man senken, ja, und dann setzt man Sie an Steuer, was? Mit Recht, mit Recht. Und nun habe ich gelernt und jetzt gehe ich eigentlich schon ziemlich sicher am Montag in die Prüfung. Am Montag haben Sie Prüfung? Nächsten Montag habe ich Prüfung. Wissen Sie, dass das sehr schwer ist? So sehr komplizierte Fragen stellen. Ja, Herr Palt, es ist gut, dass Sie hier sind. Können Sie mal ein paar Fragen stellen? So vielleicht hier so mal ein bisschen abfragen? Abhören. Ja, so ein bisschen. Man geht dann noch sicherer in die Prüfung. So vielleicht 200 Fragen. In 200 Fragen. Ne, passen Sie auf, ich werde aus meiner Praxis ein paar Fragen an Sie stellen und Sie überprüfen. Ich brauche das Buch nicht. Nicht. Dankeschön, stecken Sie weg. Es geht los. Es geht los. Das passen Sie auf, ich würde zum Beispiel fragen, was muss ein Autofahrer bei sich haben? Na, so 20 Mark muss er bei sich haben. Nein. Geht das schon wieder los? Bitte konzentrieren Sie sich auf meine Fragen. Ich meine, was muss ein Autofahrer bei sich haben, wenn der Polizist ihn aufschreiben will? Äh, ein Bleistift. Nein. Er braucht einen ganz bestimmten Gegenstand, so groß wie eine Postkarte. Ah, Tafel Schokolade. Nein. Eine Fahrerlaubnis. Ach so, ja, das weiß ich. Ja, ja, jetzt. Das müssen Sie gleich wissen. Ja, jetzt weiß ich gleich. Meine Frau, wie sieht es denn aus mit technischen Fragen? Gut, sieht gut aus. Komm, die Antwort sofort. Wie aus der Technische? Was verstehen Sie unter erstem Gang? Der erste Gang ist bei uns meistens... Super. Super. Ich meine, passen Sie auf, was machen Sie, was machen Sie nach dem ersten Gang? Nach dem ersten Gang? Na, vielleicht, ähm, hupen. Nein. Nach dem ersten Gang geben Sie Gas. Ach, gleich nach der Suppe. Ich denke, komm, Sie sagen. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Also, bitte nehmen Sie sich jetzt zusammen. Ähm, passen Sie auf eine andere Frage. Was machen Sie? Was machen Sie zum Beispiel, wenn der Benzintank leckt? Dann nehme ich ein Messer und schneide ihm die Zunge weg. Mensch, nicht. Der Benzintank hat ein ganz kleines Löchlein. Och, wie niedlich. Dieses Löchlein müssen Sie jetzt suchen. Wie machen Sie das? Ja, das machen Sie. Dann nehme ich, ähm, dann nehme ich ein Streichholz. Ja! Suche und... Jawohl, und am Donnerstag ist die Beerdigung. Warum? Na, warum? Ist doch ganz klar. Warum ist denn das... Wenn Sie mit dem Streichholz an das kleine Löchlein rankommen, dann fliegt doch alles in die Luft. Das ist ja prima. Brauche ich das Loch nicht zu suchen. Eine andere Frage. Eine Situation, die sich ergeben kann für einen Autofahrer. Bitte schön. Sie befinden sich mit Ihrem Wagen auf der Autobahn. Oh ja. Moment. Plötzlich macht es Peng. Knopf ab. Quatsch. Reifen geplatzt. Oh, das ist schlecht. Na ja, nur einen Moment. Bitte, was machen Sie dann? Dann? Hm? Ja, das weiß ich nicht. Das müssen Sie aber wissen. Was machen Sie dann? Der Reifen ist geplatzt. Na, also... Erstes, ich würde zunächst erst einmal anhalten. Gut, gut, genehmigt. Jawohl, Sie halten an. Was machen Sie dann? Ich mache die Tür auf. Ja, auch, ist auch richtig. Steige aus. Jawohl, alles richtig. Und dann rufe ich Hallo. Nein. Sie brauchen gar nicht Hallo rufen. Sie sind Mutterseelen alleine. Na ja, vielleicht ist einer im Wald oder... Nein, es ist kein Mensch da. Sie sind ganz allein auf der Autobahn. Was machen Sie? Das ist schlecht. Ja, dann... Dann nehme ich die Mütze ab. Bitte was? Dann nehme ich die Mütze ab. Was denn für eine Mütze? Na, die am Rad, die Radmütze. Nein, das ist keine Radmütze, das ist eine Radkappe. Ist doch egal, ob Radmütze oder Radkappe. Nein, ist nicht egal. Also schön, Sie nehmen die ab und was machen Sie dann? Dann... Dann rufe ich wieder Hallo. Nein, ich habe schon mal gesagt. Es ist kein Mensch da. Na, es kann doch inzwischen einer gekommen sein. Nein, es kommt auch keiner. Na, also wenn Sie keinen kommen lassen, kann ich keinen fragen. Nein, nein. Also passen Sie auf, die Radkappe ist da runter. Was machen Sie jetzt? Dann... Na, nur los jetzt. Ja, das weiß ich nicht. Das müssen Sie aber wissen. Jetzt nehmen Sie erst einmal einen Engländer. Einen Engländer. Das weiß ich nicht. Oh, wir sind schon über Marienborn hinaus. Ja. Das hat doch mit Marienborn nichts zu tun. Sie haben gesagt, ich nehme einen Engländer. Na, jawohl. Mit Engländern haben Sie doch bei sich. Ich habe einen Engländer bei mir. Jawohl. Wie komme ich denn dazu? Na, der ist doch hinten im Kofferraum. In meinem Kofferraum? In Engländern? Ja, in einer Kiste. Ach, der schläft da, oder? Ja. Dieser Engländer, das ist ein Universalwerkzeug, ja? Genau wie ein Franzose. Ist wahr. Ja, dann sehen Sie mal an, ja? Na, gucke mal. Und diesen Engländer nehmen Sie jetzt und damit schrauben Sie jetzt einmal die Mutter ab. Nehmen Sie mal an. Oh. Was ist denn nun schon wieder? Herr Frey. Was denn? Wer hat denn die arme alte Frau da drauf geschraubt? Das ist keine arme alte Frau, das ist eine Schraube. Das verbindet mir. Meine Mutter ist noch sehr fängig. Schraube. Also Schluss jetzt. Letzte Frage. Bitte. Was verstehen Sie unter Kupplung? Oh, das ist ganz gefährlich. Können Sie fünf Jahre drauf kriegen, Sie? Wissen Sie, was Sie sind? Nein. Sie sind ein glatter Versager. Herr Frey, das weiß ich. Heißt nicht Versager, das heißt Vergaser. Nein, ich bin jetzt. Von wegen Versager. Ein Wettrennen mit der Zeit begann. Das Maxim-Gorki-Theater in Magdeburg nahm uns einerseits Konzertdirektionen und Kulturhäuser, aber andererseits ganz gewaltig in Anspruch. Man war schnell auf das Gespann Herrrich Preil aufmerksam geworden. So meldete sich eines Tages das Haus der Heiteren Muse in Leipzig. Ergebnis? Herrrich Preil Revue für das Leipziger Publikum. Eine Hotelrevue, in der Rolf Herrrich und ich Portier und Hoteldirektor spielten. Also reichlich Anlass für komische Szenen im Hotelbereich. Na, da habe ich doch schon was. Natürlich muss sich ein Hotelangestellter auch mit Ausländern verständigen können. Wie sieht es denn mit Fremdsprachen aus, Herr Herrrich? Mein Herr, wir haben die besten Zimmer für Sie. Sie können eine ganze Etage bekommen. Was Sie wollen, alles... Wollen Sie? Jawohl, alles gut. Jawohl, Sie haben völlig recht. Nein, wirklich, ganz im Ernst. Ich würde Ihnen empfehlen, nehmen Sie doch mal ein Augenblick Platz. Moment, Moment, Moment. Bitte setzen, Herr Direktor. Bitte setzen Sie sich doch einen Augenblick. Es geht ja gleich, Herr Direktor. Herr Direktor, ganz schnell mal. Ja, was ist denn, was ist denn? Hier ist ein Mensch, der kein Deutsch versteht. Ja? Ist nicht ein Ausländer. Das könnte man vermuten, ja. Also, wieso? Ich habe Ihnen schon hundertmal gesagt, Sie sollen sich qualifizieren. Ja, ja. Dazu gehören Fremdsprachen. Ja, ich lerne doch, ich mache ja. Was machen Sie? Ich quazifiliere mich. Quazifilieren? Sie sollen sich qualifizieren. Jawohl. Wie heißt das Wort? So, wie Sie eben gesagt haben. Bitte, was soll das, ja? Ich lerne, ich lerne jetzt Französisch, Herr Herrrich. Ich lese ja hier ein Französisch. Oh, ein Sonderlob, ja. Ein französisches Buch. Unser Portier lernt Französisch, das ist sehr schön. Was haben Sie da für ein Buch? Aha, einen historischen Roman. Ja. Da lesen Sie mir mal einen Satz vor. Yes. Was? Jetzt, jetzt. Yes, yes, das ist Englisch. Was, denn Englisch kann ich auch? Also bitte, ja. Also, pass auf, jetzt Französisch. La Marquise de Pompadour était la maîtresse de Louis XV. Sehr schön, wunderbar. Sehr schön gestaunen. La Marquise de Pompadour était la maîtresse de Louis XV. Französisch. Na mal schön. Übersetzen Sie mal. Jawohl, bitte. Übersetzen. Moment mal, äh, übersetzen. Ja, natürlich übersetzen. Auf Deutsch. Wie denn sonst? Könnte ich mir ja gleich ein deutsches Buch kaufen, könnte ich mir ja Französisch lernen. Mein Gott, sonst begreifen Sie doch den Inhalt nicht. Sie müssen doch das Französisch übersetzen können. Kann ich mir denken. Nein, das können Sie sich nicht denken, das müssen Sie übersetzen. Also bitte übersetzen Sie mal den Satz, das ist doch einfach. Übersetzt. La Marquise de Pompadour... Und im Keller die Kiste, wissen Sie... Bitte, ja, kommen Sie doch mit Ihrer Kiste jetzt nicht. Bitte, kommen Sie, los, 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 übersetzen. Ich habe wenig Zeit. Herr Direktor, la Marquise de Pompadour était la maîtresse de Louis XV. Ja, weiß ich. Ich bin ja ganz leicht. Na, bitteschön. Also Marquise, 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 warte mal. Das ist Jalousie, das Sonnendach. Pompadour, Pompadour ist so ein Ding, so ein Handtäschchen, wissen Sie? Et la maîtresse war die Lehrerin, Cairns ist der 15. Und Louis, na, Louis ist Louis. Also, das Sonnendach des Handtäschchens war die Lehrerin des 15. Louis. Ist denn sowas möglich? Steht hier. So grundverkehrt, was Sie da übersetzen. Ich muss falsch gedruckt. La Marquise de Pompadour, die Marquise von Pompadour, war die Maitresse Ludwigs des 15. Und nicht des 15. Louis. Na ja. Herr Direktor, Sie haben den noch persönlich gekannt. Ach, was soll das? Aber Herr Direktor, das braucht man ja auch gar nicht. Natürlich brauchen Sie, das habe ich Ihnen eben ja gesagt. Nein. Kommt ein Ausländer. Ich habe doch eine Erfindung erfunden. Was haben Sie? Eine Erfindung erfunden. Sie haben eine Erfindung erfunden? Ich habe eine Erfindung erfunden. Ach, was denn? Ja, ich habe ein Wort erfunden. Ein Wort? Das man überall da einsetzen kann, wo man ein Fremdwort vermeiden will. Was? Ja. Wirklich? Ja. Das ist ja toll. Nee, perfunieren. Bitte, wie heißt das? Perfunieren. Perfunieren. Ja. Das ist interessant. Na, das ist so ein Fall. Sehen Sie, Herr Direktor, sagen Sie doch nicht interessant. Sagen Sie perfunant. Ach, perfunant interessant. Nee, das ist ja doppelt gewoppelt. Nur einfach. So, perfunant. Aha. Gut, ausgezeichnet. Ja, toll. Dann sind Sie ja direkt ein Erfinder. Ein Perfonist. Was sind Sie? Ja, ich mache jetzt meinen Doktor der Perfunilologie. Also Quatsch, was soll das? Man muss natürlich dazu das Perfunasium besucht haben. Aber das ist doch kein Blödsinn. Sagen Sie, kann man dieses Perfonieren auch konjugieren? Perfonieren kann man konjugieren. Warum soll man Perfonieren nicht konjugieren können? Zum Beispiel ich konjugiere, du konjugieren. Nein, Perfonieren konjugieren. Ach, Perfonieren konjugieren. Ja, kann man auch. Ich perfuniere, er perfuniert. Du perfunierst. Ja, dass ich perfuniere, ist ja klar. Nein, ich meine ich, du, er, wir, ihr. Ja, alle Leute perfunieren. Ja, ja. Dann sehen Sie, wenn alle Leute wieder perfunieren, dann wird das Wort zu einem Schlagwort und zu einer Krankheit. Macht nicht. Wieso nicht? Dagegen gibt es ja Mittel. Dagegen gibt es ja Mittel? Ja, Perfunicillin. Was? Ja, das kriegen Sie in jeder Perfunotheke. Also reden Sie doch keinen Blödsinn. Wirklich weit. Aber das Wort hat doch gar keine praktische Bedeutung. Aber doch, sehen Sie mal zum Beispiel vorhin, Herr Direktor, da habe ich eine Kollegin gesehen, in einer Bluse. Ach, ach, ach. Wissen Sie, so durchsichtig. Ja, so du. Wer? Die Bluse? Perfunös. Was? Die Bluse war nämlich aus Perfunolon. Ja, und was soll ich Ihnen sagen, Herr Direktor? Da sah man die ganze Perfunage. So ein Hotelbetrieb bietet natürlich ungeheuer viel Möglichkeiten, sich mit dem Fachgebiet Gastronomie auseinanderzusetzen. Wo aber die Idee herkam, sich in einer Hotelhalle über Jagdleidenschaft und die Handhabung eines Gewehres zu streiten, erscheint mir auch heute noch sehr rätselhaft. Doch das Publikum schien da völlig anderer Meinung zu sein. Dann wollen Sie also auf Jagd gehen und ein Haar schießen und können ihn nicht leiden will. Ich will es ja gar nicht, Herr Direktor, aber ich dachte mir, wenn Sie vielleicht mitkommen lernen, darum habe ich ein Gewehr besorgt. Bring doch mal ein Gewehr. Und dafür habe ich mir eine... Das ist Ihr Gewehr hier bei mir in der Hotelhalle? Na ja, Herr Direktor... Das ist Ihr Gewehr. Ich würde vorschlagen, dass wir beide auf Jagd gehen. Sie zeigen mir, wie man das macht. Sie wissen doch immer alles. Na ja, Moment, Moment, bitte. Wir werden es gleich feststellen. Das ist Ihr Gewehr und damit wollen Sie auf Jagd gehen. Moment, geben Sie mal her. Ja, Herr Direktor, nur habe ich mir eine Gebrauchsanweisung besorgt. Aber was wollen Sie denn mit einer Gebrauchsanweisung? Fürs Gewehr. Aber nicht doch. Sie können doch die Gebrauchsanweisung nicht rausholen und lesen und da hinten läuft der Hase. Wie Sie es ausgelesen haben, ist der Hase weg. Ja, der wird ja mal wieder zurückkommen. Also was soll das? Also bitte, was wissen Sie von der Jagd? Von der Jagd? Also erzählen Sie mir was von der Jagd? Ich weiß nicht. Müssen Sie aber wissen. Wissen Sie, was Anstand ist? Anstand. Nein. Wissen Sie, dann muss ich Ihnen das beibringen. Nicht? Also passen Sie auf. Wissen Sie, was Pirsch ist? Pirsch, ja. Pirsch ist ein Druckfehler. Muss Pirsch heißen. Nein! Ist ja zum Verzweifeln heute mit Ihnen. Pirsch heißt durch den Wald pirschen. Wir pirschen beide durch den Wald. Also keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer haben Sie. Passen Sie auf das Gewehr hier erstmal nehmen, ja? Ja, was ist denn Anstand? Moment, dazu kommen wir noch, ja? Jetzt erstmal das Gewehr. Gewehr. Also das ist das Gewehr und Sie nehmen also Ihre Büchse. Ich nehme, bitte? Sie nehmen Ihre Büchse. Welche? Wieso welche? Wie viele haben Sie denn? Zwei. Wieso zwei? Eine mit Rotwurst, eine mit Hering. Da hinten. Nein! Ich meine doch hier die Büchse oder auch Flinte genannt. Also Herr Dirk, jetzt erzählen Sie von Flinte, Büchse. Büchse, ja. Und so und alles sowas. Aber ich wollte doch wissen, was Anstand ist. Ja, Moment, wissen Sie nicht, Flinte, den Ausdruck, dieses schöne alte deutsche Sprichwort, die Flinte ins Korn werfen. Die Flinte ins Korn werfen. Kennen Sie? Ja, das kennen Sie. Na, endlich mal, was Sie wissen, ja? Also passen Sie auf, die Flinte ins Korn werfen. Werfen, jetzt kommen wir also zum Gewehr. Das ist hier vorne? Ja. Das ist der Lauf. Das ist der Lauf. Das ist der? Kloben. Kolben. Kolben. Kloben. Das ist die Kimme. Das ist das Korn. Ah. Und da hinein wird die Flinte geworfen. Ach, erzähl doch kein Grund, den Menschenkind. Ich erzähle Ihnen was von Büchse, von Gewehren, von Flinte und Sie kommen in Ihrem Kornfeld dazwischen. Ach, den kennen Sie auch? Wen? Den alten Kornfeld. Netter Kerl, nicht? Mein Mathematikprofessor. Also bitte, ja? Herr Direktor, jetzt sehe ich gerade etwas hier. Ja? Hier vorn, ja? Ja? Hier ist ein Loch. Ja, na und? Ja, damit Sie nachher nicht sagen, ich war es. Aber was soll denn das? Das muss doch sein, da kommt doch die Ladung raus. Ach, ich dachte, da kommt sie rein. Nein, da kommt sie nicht rein, die kommt doch rein. Herr Direktor, jetzt haben Sie es kaputt gemacht. Nein, wieso denn? Das ist doch ein Luftgewehr, da schießt man doch Bolzen mit. Ja, Sie schießen ja manchen Bolzen ab. Bitte, ja? Nehmen Sie das Gewehr, legen Sie es an die Schultern. Nicht doch so, Sie wollten einen Hasen schießen. Da hinten angenommen einen Hasen, auf den zielen Sie jetzt. Ich schiele. Nicht schielen, zielen. Über Kümmel und Korn? Über Kimme und Korn. Herrgott, nochmal, nehmen Sie sich doch bitte zusammen, ja? Über Kimme und Korn, ja? So schön, so und jetzt ganz ruhig. Also wo schießen Sie denn hin? Sie schießen doch ins Gras. Macht ja nichts. Wieso nicht? Ich bin Vegetarier. Also bitte, nicht so hoch, der Hase fliegt doch nicht. Na, der kann ja gerade springen mal, oder? Also bitte, ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. So, und so passen Sie auf. Und jetzt? Ja. Jetzt drücken Sie auf den Hahn. Herr Direktor, jetzt haben wir die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Wieso denn? Ja, ich denke, wir sind auf Hasenjagd. Wo kommt plötzlich ein Hahn her? Aber lieber Freund, der ist doch am Gewehr unten dran. An meinem Gewehr unten dran ist ein Hahn? Na ja, natürlich. Ja, wer hat denn da einen Hahn dran gebammelt? Doch nicht dran gebammelt. Der ist unten dran, das ist so ein kleiner Hahn. Ach, so ein Küken. Nicht doch, Mensch. Also muss ich mich anders ausdrücken. Dann drücken Sie bitte auf das Züngelchen. Jawohl. Herr Direktor, der Hase ist so weit weg. Wie soll ich das kleine Züngelchen erkennen? Das sieht man doch gar nicht. Nein, das ist der Hahn, der Abzugshahn oder das Züngelchen. Und darauf drücken Sie jetzt bitte. Jawohl, das mache ich. Oh, bumm, bumm, Menschenskind. Wie Sie das Gewehr halten wie ein Lämmerschwanz. Weg ist Meister Lampe. Ach, da ist auch ein Elektriker im Wald. Wieso denn? Ich sagte Meister Lampe. Ja, das muss ja Mampe heißen. Das ist aber Likör, ganz was anderes. Also wollen Sie sowas wissen doch nicht. Ja, eben, Herr Direktor. Jetzt habe ich es wirklich langsam gesagt. Die erzählen mir so viel hier. Ich kann das gar nicht. Ich will wissen, was Anstand ist. Ja, Moment. Sie lassen mich ja nicht zu Wort kommen. Also passen Sie auf, was Anstand ist. Bitte. Also bitteschön. Wir beide pirschen durch den Wald. Jawohl. Klar, ja? Klar. Wir pirschen, ja? Von Baum zu Baum. Ja? Nicht? Und nun plötzlich hocken Sie sich hinter ein Gebüsch und drücken los. Herr Direktor, das nennen Sie Anstand? Na und nun frage ich Sie, wenn also ein Hase mit so viel Anstand erliegt, wurde, ob es da nicht nahe liegt, sich mit der kulinarischen Zubereitung zu befassen. Ich wünsche Ihnen, hoffentlich vergeht er Ihnen nicht, guten Appetit. Halt mal an. Halt mal an. Komm auf, komm auf, komm auf. Ähm, hallo, hör mal. Moment. Hör doch mal auf einen Augenblick. Macht doch mal einen Moment Pause. Guten Tag. Das war toll. Sag mal, wie geht's euch? Ja? Ja, alles gesund. Herr Herrlich! Alles gesund. Alles gesund. Herr Herrlich! Sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Sagen Sie, Sie stören doch das ganze Programm. Ja, was schieben Sie sich nicht auf Alokoll. Kommen Sie mal her in Ihrem Aufzug. Kommen Sie her. Sagen Sie mal, wie sehen Sie denn auch, Menschenskinder? Wie sehen Sie aus? Herr Frey, Sie haben vorhin gesagt, ich kann nicht kochen. Ich werde es Ihnen beweisen. Wieso? Wollen Sie zu einem Kostüm fest? Herr Frey, mit Nichten. Ja, mit Nichten. Ihre Nichten kenne ich. Ich beweise Ihnen, dass ich kochen kann. Sie können kochen. Ich bin ein zweiter Kolololus. Ein bitte, ähm... Ein bitte was? Ein zweiter Kololololus. Sie meinen wohl Lukulus? Nee, das ist ein Bruder. Das ist ein Bruder. Das ist... Also wollen Sie damit unter Beweis stellen, dass Sie kochen können? Ja, ich beherrsche nämlich von A bis Z die astronomische Miserie. Die gastronomische Materie. Ja, können Sie bei mir auch kriegen, natürlich. Also... Also... Fassen Sie sich auf, Sie können also kochen. Ja. Können wir ein Gericht zusammenstellen? Natürlich. Fassen Sie sich auf, ein Gericht, ein Menü à la carte. Ein Menü... was? Ein Menü à la carte. Also das steht nicht in meinem Kochbuch, die Fleischart können Sie nicht... Das ist keine Fleischart. Menü à la carte heißt, ein Gericht nach der Karte zusammenstellen. Ja, ich koche ja nach dem Kochbuch, nicht nach dem Atlas. Walsch, Atlas. Also bitte los, was gibt es jetzt? Ich würde sagen, als erstes vielleicht bei mir einen Hasen. Wild, wild ist ganz mein Geschmack. Ja, bitte. Also wild, ein Hasen. Wo nehmen Sie einen Hasen? Hier? Ja, genau. Das habe ich ja nicht in meinem Hasen. Du hast geschossen. Na, ich schieße doch keine Hasen. Wunder. Das ist ja Quälerei. Ich sammle die Hasen. Was machen Sie? Sie sammeln die Hasen? Kennen Sie wohl nicht. Nein, das kenne ich nicht. Hasen sammeln. Hasen sammeln. Frühmorgens in den Wald, einen großen Sack mit, angenommen, das ist der Sack. Jetzt gehen Sie also frühmorgens los in den Wald und dann haben Sie große Feldsteine, ja, die nehmen Sie sich mit, große platte Feldsteine. Ja, ja. So rumliegen. Alle drei Meter einen Baum, einen Feldstein, darauf ein Salatblatt. Ein Salatblatt? Grün. Gut. Und in der Mitte, in der Mitte etwas Pfeffer. Etwas Pfeffer. Ja? Was sagt, jetzt geht es vollkommen los. Jetzt kommen die Häschen, kommen raus, die müssen ja morgens mal raus. Und nun kommen die, jetzt sehen die den Salat, sehen die, nun haben sie einen Salat. Nun haben sie Hunger. Jetzt gehen die ran an den Salat und nun fressen sie sich langsam an die Mitte ran so. okay, müssen Sie niesen, so, ne? Wie zu mittig. Jetzt stoßen die an den Pfeffer. Was mache ich? Stoßen an den Pfeffer? Ja, der kommt ja nun dran ans Ziel, nicht? Pfeffer. Und jetzt reißt das so ein bisschen, ja? Das reißt, das müssen Sie niesen, so. Ja? Und dann schlagen Sie mit dem kleinen Köpfchen auf den Feldstein und dann sind Sie betäubt. Und jetzt brauchen Sie nur hingehend immer aufsachen. Immer! כן. Also das sind dann also Ihre gesammelten Hasen. Das sind meine gesammelten Werke. Meine Hasen. Also was machen Sie mit Ihren gesammelten Hasen? Naja, die werden dann zubereitet. Die werden zubereitet, ja. Ich meine, es gibt ja verschiedene Hasengerichte. So? Ja, natürlich. Zum Beispiel einen falschen Hasen. Sö mal, wenn mir einer probiert, mir einen falschen Hasen anzudrehen, das merkt man. Also der Hase wird zunächst genommen. Sie nehmen den Hasen. Hasen, ja. Was wollen Sie jetzt bitte? Ja, bitte. Sie wollen von mir lernen. Alles. In Ordnung. Sie nehmen den Hasen, der Hase wird gerupft. Ja, ja, ja. Der Hase hat keine Ente. Nein. Und der Hase wird nicht gerupft. Dem Hasen ziehen Sie das Fell über die Löffel. Raphael, geht das mit dem Messer nicht viel einfacher? Seht ihr mal, das ist doch so unnötig. In der Fachsprache heißen die Ohrenlöffel. Ach, das ist doch unnötig. Gehen Sie mal zum Arzt und sagen, ich habe Löffel zu Hause. Lacht ab. Also bitte weiter. Bitte weiter. Dann wird der Hase zwei Tage gereizt. Ach so, ne? Gereizt. Nein, der wird gebeizt. Gegeizt. Und dann wird der Gewürz mit einem Spezialmittel. Gewürz? Ja, mit einem Büchse so streuen. Hasenpfeffer. Hasenpfeffer. Nee, doch. Immer rein. Hasenpfeffer. Das ist doch kein Gewürz. Das ist auch ein Gericht. Sonderwetter haben die Hasen viele Gerichte. Das ist für die reinste Hasenjustiz. Aber wenn Sie es besser wissen, bitte schön machen Sie es. Na, jetzt wird der Hase gebraten. Nee, bei mir nicht. Wieso nicht? Ja, Quälerei. Ich kann das Tier nicht leiden sehen. Was soll's? Also bitte, was soll's dann geben? Dann soll's. Ja, klingt schon das Neueste. Was Neueste? Haben Sie was davon? Ah, das Neueste. Das haben wir nämlich folgendes. Mini, mini, lapini, pomperanelli. Bitte nochmal, was ist das? Mono, lapini, pomperanelli. Nee, 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 Moment. Zuerst haben Sie was anderes gesagt. Ja, das erste war mit Soße. Nicht, dass es... Mono, lapini, pomperanelli. Ist ein bisschen zu süß, ein bisschen zu herbst, aber dafür herzhaft lasch. Nee, also, schön bitte, und wie macht man das? Ach, jetzt sind es hart drauf, weil... Ja, gewiss, wir wissen, was das ist. Ich werde den erklären. Ich nehme einen Pfund Grieß, einen Pfund Zucker, einen Pfund Mehl, drei Pfund Marmelade, einen Harzer Roller, Backaroma, zwei Liter, und das Ganze gut durchrühren. Immer gut durchrühren. Und eine Messerspitze Zement. Eine was? Eine Messerspitze Zement. Und dann nochmal gut durchrühren und hurtig, hurtig aufs Gas. Ja, und dann? Ja, dann kochen wir es auf und wieder ab. Und dann, nach Erkaltem, gibt das Ganze einen ganz verzüglichen Anstrich für Gartenmöbel. Amen! Amen! Ich bitte Sie herzlichst, zeigen Sie mir doch mal bitte jetzt Ihren Tippschein. Nein, nein. Ich interessiere mich doch auch dafür. Ja, für meine Zahlen. Sie wollen abgucken. Das ist mein Tipp, Herr Freyler. Nein, nicht abgucken. Jeder tippt doch nach System. Tippen Sie nicht auch systematisch? Wieso asthmatisch? Ich bin gesund. Der eine tippt Rennsport, der andere tippt Wassersport, ja? Ach so. Und was tippen Sie? Zeigen Sie mal ja. Na ja, nur, ich will das sehen hier. Was ist hier? Nummer 11 Fechten. Fechten? Das ist eine elegante Sportart. Ja, Sie sagen es. In der einen Hand hat man ein Barrett. Was hat er denn? So ein Barrett? Barrett? Ja. Nein, das ist ein Florett. Ach, ein Florett. Ein Florett, das ist eine Stoßwaffe. Ah ja. Ja, und was ist ein Barrett? Keine Stoßwaffe. Ein Barrett ist eine Kopfbedeckung. Beim Fechten. Aber nicht nur beim Fechten. Der Florettkämpfer hat bitte was auf dem Kopf? Einen Florettiner. Aber nicht doch. Das ist doch was ganz anderes, das ist ein Florentiner und das ist ein Hut. Aber womit schützt der Fechtkämpfer seinen Kopf? Indem er auf der Hut ist. Nein. Indem er eine Maske trägt. Ach, um seinen Gegner zu erschrecken, so. Bitte. Was muss ich denn jedes Mal mit Ihnen ganz von vorne anfangen? Gut, ich werde es Ihnen in aller Ruhe erklären. Kann ich mal bitte vom Orchester einen Geigenbogen bekommen? Dankeschön. Ah, wunderbar, sehr schön. Nun passen Sie mal auf, was ist das hier? Das ist, ja, wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Geigenbogen. Nein. Das ist jetzt kein Geigenbogen? Nein, nein, nein. Das ist jetzt ein Florett. Das ist ein Florett. Ein Florett, ja. Das ist jetzt ein Florett. Ein Florett, ja. Nun sehen Sie sich mal dieses Florett ganz genau an. Was stellen Sie dabei fest? Ich stelle fest, ein Florett hat eine große Ähnlichkeit mit einem Geigenbogen. Aber bitte, vergessen Sie doch bitte mal den Geigenbogen. Gut, ich vergesse den Geigenbogen. Vergessen. Vergessen. Das ist das Florett, hier vorne ist die Klinge. Ach ja. Na, woher kommen die besten Klingen übrigens? Die kommen aus Klingenthal. Aber nicht doch. Aus Klingenthal kommen Musikinstrumente, wie zum Beispiel das hier. Was ist das? Ein Florett. Nein, das ist ein Geigenbogen. Ich denke, den sollte ich vergessen. Naja, das sollen Sie auch. Also bitte, zurück zum Fechten. Der Kampf beginnt. Bitte. Wie beginnt der Kampf? Indem sich die Fechtkämpfer begrüßen. Und wie machen Sie das? Womit? Mit dem Geigenbogen. Nein, mit dem Florett. Aber jetzt ist wieder ein Florett. Naja, natürlich. Die machen das so, 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 so. Ah ja. Soll ich mal? Ja, bitte sehr. So, so und so. Oh, oh. Entschuldigung. So. Zeigen Sie bitte. Sie waren die Klingenthal. Moment, ich gehe nochmal. Passen Sie doch auf. Ja. Was haben Sie noch getippt? Na, Segeln habe ich. Segeln noch getippt. Was haben Sie? Segeln. Verstehe ich auch was davon? Das darf ich wohl nicht machen. Ja, ja. Sie verstehen was von Segeln? Ich habe schon so manche Fregatta gewonnen. Bitte, was haben Sie gewonnen? Schon manche Fregatta habe ich gewonnen. Re? Bitte? Re-gatta. Re? Re. Also Sie sind schon auf dem Rückweg. Also bitte. Sondern könnten wir nicht beide mal zusammen, sagen wir mal, in See stechen? Ja, wenn Sie ein Messer mit haben, können wir es machen. Aber nicht mit dem Messer. In See stechen, ja. Wenn ein Schiff ausläuft, ja? Dann hat es ein Loch. Nein, dann hat es kein Loch. Dann hat es kein Loch, es hat dann ein Leck. Ein Leck? Ja. Und wenn ein Schiff ein Leck hat, ja? Dann ist es nicht mehr so lecker. Nein. Wenn ein Schiff ein Leck hat, dann kann es gar nicht auslaufen. Nee, weil das Wasser reinläuft. Aber nicht doch, da läuft kein Wasser rein, es läuft aus dem Hafen aus. Das Wasser? Nein, das Schiff, mein Schiff, das ist ja alles durcheinander. Stellt sich doch mal vor, Sie hätten eine Yacht. Ach, jetzt sprechen wir mal von was anderes. Sprechen wir von einer Yacht. Ach, Sie wissen also, was eine Yacht ist? Ich weiß, was eine Yacht ist. Mein Großvater hatte ja eine. Ach, Ihr Großvater hatte eine Yacht? Wie hieß denn die? Weidmannsheil. Eine Yacht kann doch nicht Weidmannsheil heißen. Sorry, sag dir mal, ich gehe auf die Jagd Weidmannsheil. Aber nicht doch, eine Yacht heißt zum Beispiel Seemöfe, Seeadler oder Adele. Nee, mit Adele war der nie auf der Yacht. Aber nicht doch, Yacht ist das Schiff, ja? Ach so. Und die heißt Adele, diese Yacht. Ja, ja. Es gibt doch verschiedene Typen. Gibt's verschiedene Typen. Kennen Sie denn noch eine Type? Ja, ich kenne nur Sie. Bitte! Schiffstypen! Schifftüten! Ach, wegen der Seekrankheit, mein Lieber. Was ist zum Beispiel eine Jolle? Oh, das zischt weg, das geht so rund hier. Schmeckt gut. Ich sagte Jolle, nicht Molle. Was ist eine Molle? Ja, da liegen die Schiffe dran, im Hafen. Nein, das ist eine Molle. Nee, das ist ein Getränk mit Erdbeeren drin, so Früchte. Das ist eine Bohle. Das ist ein Seezeichen. Das ist eine Boje. Ja, da schlafen die Matrosen. Also nein, das ist eine Toje. Ich bringe alles durcheinander. Ich denke, Sie haben Ahnung von der Seefahrt. Ich schon, ja. Das ist klar. Das ist eine einzige Frechheit. Das ist eine einzige Frechheit. Aber Moment. Ich habe eine Idee. Ach, du liebe Zeit. Was heißt nach der Liebe Zeit? Jetzt weiß ich, jetzt spielen wir wieder. Jetzt kommt bestimmt wieder irgendein Spiel. Jetzt haben Sie einen Hafen, Sie verkaufen Schiffe, ich muss eins kaufen und sowas. Nein, nein. Ich weiß schon, was jetzt hier... Ich bin jetzt ein Kapitän. Ja, und ich bin Matrose. Na ja, bitte, wenn Sie wollen, würden Sie ein Matrose. Ich bin der Kapitän und ich liege vor Anker. Vorm goldenen Anker, wie der die ganze Nacht rum... Bitte? Ich liege im Hafen, um zu löschen. Den Durst. Nein, den Durst. Das Schiff. Ach, das brennt. Wieso denn? Das ist vielleicht ein Feuerschiff, man weiß ja nicht. Ein Schiff entladen. Die Ladung entladen heißt das Schiff löschen. Die Ladung löschen. Was heißt löschen? Ist das klar, ja? Alles klar. Die Ladung löschen. Löschen. So. Also ich habe einen Frächter. Dann müssen wir alles abräumen. Jawohl, es wird entladen. Das heißt, alle Säcke müssen von Bord. Einschließlich Kapitän. Bitte? Ich habe gesagt, ich habe einen Frachter und dieser Frachter ist ein Schoner und auf diesem Schoner bin ich Kapitän. Ah, der schont sich und ich schleppe die Säcke. Das kann ich mir sagen. Sie sind ja noch gar nicht da. Sie kommen jetzt. Ich bin doch gar nicht da. Nein. Wiedersehen. Moment mal. Sie wissen ja gar nicht, wo Sie hinkommen sollen. Man kann ja fragen. Wird ja am Hafen irgendwo ein Schiff herumstehen. Na gut, den fragen Sie. Den fragen Sie was? Na, wie geht's denn? Nein, Sie fragen ihn nach der Santa Maria. Ist recht. Bitte? Nach der Santa Maria. Wer ist denn das denn wieder? Das ist mein Schiff, das heißt so. Komm, ich komme jetzt in den Hafen. Gut, ich stehe auf der Brücke, ja? Ach, schon wieder ein Teppich. Gut, ich komme jetzt also in den Hafen. Ach, schöner Hafen. Hallo, Sie da. Das heißt nicht Hallo, Sie da. Das heißt Ahoi zum Kuckuck. Ach so, dann komme ich nochmal. Also, mich noch halten Sie mich doch nicht dauernd auf. Ach, äh, hallo. Ahoi zum Kuckuck. Nein. Nur Ahoi. Nur Ahoi. Also, was wollen Sie? Äh, Verzeihung. Sind Sie die Tante Maria? Nein. Sie suchen Heuer. Ich suche Feuer. Ach ja. Ja, hier soll es brennen. Was ist los? Ja, ich komme nämlich zum Löschen. Sag mal, haben Sie überhaupt Papiere? Ja, Löschpapiere. Ach so, das sind wirklich... Komm, bleiben Sie hier jetzt. Sie kommen jetzt an Bord. Jawohl, ist recht. Oh. Was denn jetzt? Ich bin über die Bordkante gestolpert. Dann bin ich mit dem Säugel. Sie sind jetzt an Bord. Tag Käpt'n. Tag Käpt'n. Was heißt denn Tag Käpt'n hier? Na ja. Sie sind jetzt Matrose und Ihre erste Aufgabe wird es sein, den Anker zu lichten. Den Anker zu sichten? Ach. Ja, Käpt'n, man sicht gar nicht. Sie können gar nicht sehen, der Anker ist doch im Wasser. Wer hat denn den da reingelegt? Wir liegen vor Anker. Wir liegen direkt davor, werde ich ihn ja finden, nicht? Sie ziehen den Anker aus dem Wasser mithilfe einer Winde. Einer. Was ist denn hier los? Äh, wie bitte? Sie ziehen den Anker aus dem Wasser mithilfe einer Winde. Was gibt's dazu? Ja, ja, es kann passieren. Ah, Herr Frey, entschuldigen Sie. Eines Windes. Einer Winde. Ja, ja, Käpt'n, finden Sie nicht auch? Heute bläst eine mächtige Winde. Das ist kein Wind, der bläst, das ist eine Winde, die zieht. Das zieht. Oh, ist ja durchzug. Man müsste auf dem Schiff mal die Fenster schließen. Das sind keine Fenster, das sind Bullaugen. Oh, da müssen die Bullen die Augen schließen. Wir sprechen gleich vom Schiff, wir sprechen vom Rinder-Offensteig rumziehen. Ich hab' ja mich völlig verhört. Hören Sie auf! Ja. Mausch in den Mastkorb! Was mach' ich? Mausch in den Mastkorb! Aha. Bis ans Ende des Mastes. Mastende? Ja. Was sind Sie jetzt? Eine Mastente. Quatsch, eine Mastente! Sie sind ein Signalgast. Ich bin Signalmast. Quatsch, Signalgast. Signalgast, Sie müssen jetzt signalisieren. Ist recht. Können Sie überhaupt signalisieren? Ja, auch, kann ich nicht. Oh, ja, auch, auch. Ja, ja, drei. Mit zwei Fahnen? Ja, von mir aus mit drei Fahnen oder vier. Dann mach ich nicht. Geben Sie mir ein Taschenzug. Ja, haben Sie wieder keins mit? Bitte geben Sie mir ein Taschenzug. Als Fahne. Gut, hier haben Sie meine Fahne. Also bitte. Was heißt das? Für Fußgänger gesperrt. Verstanden? Ja, hab ich verstanden. So, Sie haben verstanden, alles verstanden. Dann machen Sie es doch besser, bitte schön. Bitte schön, so. Was soll? Was soll denn der Blödsinn? Ja, ich gebe eine wichtige Nachricht an alle Sie, Leute. Was, eine wichtige Nachricht? Was ist eine wichtige Nachricht? Es wird eine Winde mit Stärke acht. Doch Käpt'n Preil hält heute die Wacht. Und alle Schiffe haben Ruhe. Mach's Bulläuglein zu. Mach's Bulläuglein zu. Mach's Bulläuglein zu. Und der Tipp versteht man also. Wink, Wink, Andeutung, Vorhersage, Hinweis. Beim Lotto einen ausgefüllten Tippschein. Folglich dachten auch wir, mit dieser Szene richtig getippt zu haben. Es war ein Fünfer. Das dabei noch Seemannsgarn gesponnen wurde, war eben ein Fünfer mit Zusatzzahl. So geschehen in der beliebten Fernsehreihe, da liegt Musike drin. Und einmal stand auch in der Musike Weihnachten vor der Tür. Anlass an Begriffe wie Weihnachtsmann, Geschenke, Rute, Sack, Nikolaus oder Knecht Ruprecht zu denken. Wir nahmen uns dieses Gedankens beinahe schon mit kindlicher Vorweihnachtsfreude an und spielten mit Begeisterung Weihnachtsmann. Applaus Guten Tag, was denn nun los? Na, Sie sehen doch, ich komme vom Einkaufen und ich gehe auch gleich wieder einkaufen. Wiedersehen. Wiedersehen. Moment mal, nein, 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 schauen Sie es erst mal an hier, was ich alles zu schleppen habe hier. Pakete über Pakete. Ja, ja, ich sehe. So, ich muss nämlich gleich wieder los. Sag mal, wie sehe ich denn überhaupt aus? Wie Sie aussehen? Man könnte sagen, wie ein Packesel. Was heißt ein Packesel? Überlegen Sie mal, um diese Jahreszeit. Jahreszeit? Na ja, ich sehe doch aus wie ein Weihnachtsmann. Ja, das ist ja klar, ja, ja. Ja, ich weiß nur nicht recht, was hat das bei Ihnen mit der Jahreszeit zu tun? Ja, bitte. Sag mal, waren Sie denn noch nie ein Weihnachtsmann? Ich war noch nie ein Weihnachtsmann. Noch nie? Nie. Na ja, bei mir am Hause freuen sich immer die Kinder, wenn ich die Treppe heraufgepoltert komme. Was machen Sie? Ich poltere die Treppe hinauf. Und ich dachte mal, Sie trinken gar nicht. Ich spiele einen Weihnachtsmann, einen alten, derweißigen Mann. Na ja, so schwer dürfte Ihnen das ja nicht fallen, ne? Der bringt Geschenke und da sind Geschenke drin. Schauen Sie rein, da... Ach, wäre ich nie drauf gekommen. Da sind alles Geschenke drin, die ich selbst eingekauft habe. Hier, gucken Sie mal hier, ja. Auto, Malbuch, eine Puppe. Herr Preil, das könnte ich auch alles für meine Familie gebrauchen. Ja? Alles könnte ich gebrauchen. Hier, das sind mal ein Seidenschal für meine Frau. Oh, den könnte ich auch für meine Frau gebrauchen. Das ist ja zauberhaft. Schauen Sie mal, was können Sie eigentlich nicht gebrauchen? Ich könnte das alles gebrauchen, außer dem Sack, den können Sie behalten. Aber das andere könnte alles gebrauchen. Schauen Sie mal, haben Sie denn noch keine Geschenke? Genau, Herr Rattenherr, jetzt sind Sie genau drauf gekommen, auf den springenden Punkt. Ich habe noch nicht ein einziges Geschenk. Was? Ich kann nicht einkaufen. Ich kann es einfach nicht, die vielen Menschen, das Gedränge, die schöne Zeit, die man verliert. Einkaufen ist für mich eine große Freude. Einkaufen ist für Sie eine große Freude? Eine große Freude, ja. Natürlich, das Einkaufen der Geschenke, die Vorfreude des Schenkens, die Atmosphäre im Warenhaus, ist für mich eine große Freude, das Einkaufen. Ja, die große Freude könnte ich Ihnen machen. Bitte, was können Sie machen? Ja, Sie gehen für mich einkaufen, da haben Sie eine große Freude. Nein, 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 nein. Ich kann Ihnen aber behilflich sein, ein paar Geschenke auszusuchen. Na, das geht auch. Was wird Sie denn so für Ihre Frau anlegen? Nee, ich will mich mit meiner Frau nicht anlegen, ich wollte ihr was schenken. Wissen Sie, was ich Ihrer Frau schenken würde? Sie wollen meiner Frau auch was schenken. Ja, ich meine, wenn Ihre Frau meine Frau wäre. Moment, wenn meine Frau Ihre Frau wäre? Na ja, dann können Sie sich das nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum denn nicht? Meine Frau hat einen guten Geschmack. Also bitte. Ihre Frau würde sich bestimmt freuen über ein gutes Parfum. Ja, das ist möglich. Na sehen Sie, kennen Sie da zum Beispiel schwarzen Samt? Schwarzen Samt kenne ich, er hat seine Jacke, trägt sie sehr gern. Schwarzen Samt trägt man nicht, schwarzen Samt riecht man. Ja, wenn er eingemottet war, riecht man ihn. Das ist ein Wohlgeruch. Mottenpulver ist ein Wohlgeruch. Wir reden hier von Mottenpulver. Aber sicher kennen Sie Viola. Viola, wie kommen Sie jetzt auf Viola? Die kennen Sie auch? Das ist die Tochter von meinem Zahnarzt. Ich meine doch das Parfum Viola. Ja, Parfum kenne ich nicht, nein. Aber stellen Sie mal vor, Ihre Frau öffnet den Sack und was lacht ihr als erstes entgegen? Die Tochter von meinem Zahnarzt. Das Parfum Viola, hier ist es, ich werde es Ihnen zeigen. Moment mal, hier bitte sehr, sehen Sie es an. Ach, das ist ja zauberend, Herr Preil, diese schöne Verpackung. Ach, und dieser Duft, können Sie mir das nicht für meine Frau geben? Nein. Sie haben doch genug anderes, Herr Preil. Nein. Ich bezahle es Ihnen auch. Nein, 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 nein. Ich habe noch einen Prospekt, aber wir werden schon etwas finden für Sie. Wir wären erstaunt, wenn Sie sehen würden, wie ich einen Weihnachtsmann spiele. Ach was, Sie spielen einen Weihnachtsmann? Na, aber wie ich einen Weihnachtsmann spiele, Herr Preils. Wie spielen Sie denn? Na ja, ich würde ins Zimmer treten, den Sack auf den Tisch ausschütten und dann würde ich wieder gehen. Und das ist die ganze Bescherung? Das ist doch eine schöne Bescherung. Nein, der Weihnachtsmann kriegt gar nichts. Der Weihnachtsmann, nein. Wieso kriegt der Weihnachtsmann auch was? Ja, wenn es zum Beispiel Ihr Freund ist, der den Weihnachtsmann spielt, können Sie zum Schluss auch eine kleine Freude machen. Dem Weihnachtsmann muss man auch eine kleine Freude machen? Das kann man, natürlich. Also da spiele ich ja einen Weihnachtsmann auch mal so gern. Moment mal. Sie wollen Weihnachtsmann spielen? Würde ich machen, ja. Sie können Weihnachtsmann spielen? Aber immerzu. Wunderbar, wunderbar. Dann machen wir jetzt mal eine Probe. Wir machen eine Probe. Wir machen eine Probe. Eine Probe. Ich habe es geahnt. Was haben Sie geahnt? Na, wir spielen jetzt irgendwann. So ist es. Wir spielen jetzt. Ich rate mal. Ja? Ich nehme an, wir spielen Weihnachten. Jawohl, wir spielen Weihnachten. Und da muss ja nur einer der Weihnachtsmann sein. Und das sind Sie. Ist ja völlig klar. Und wer sind Sie? Weil ich bin die Familie Frey. Die Familie. Und Sie kommen zu mir. Ich komme zu Ihnen. Ja, Sie kommen zu Ihnen. Wo soll ich hinkommen? Na ja, hierher. Ich wohne jetzt hier. Ach, Sie wohnen hier? Ich wohne hier. Schönes, großes Zimmer, nicht? Wir spielen das doch nur. Sagen Sie mal, Herr Frey, eine Frage davon. Wo soll ich denn kommen? Ganz wichtig, ganz wichtig. Ganz wichtig. Von draußen, vom Walde, da komme ich her. Was? Von so weit? Na, das sagt... Wollen Sie so lange warten, oder was? Das sagt doch der Weihnachtsmann, wenn er angestappt kommt. Ei. Was macht der? Angestappt. Ach, der kommt angestappt. Angestappt, durch den Schnee. Durch... Wie? Hier liegt Schnee? Ja, natürlich. Ja, Moment. Dann muss ich sehen, ob ich hier... Hier war doch ein Besen. Den nehme ich dann vorsichtshalber mit. Das ist doch kein Besen. Das ist eine Rute. Ach, dann fege ich mir erst mal eine Rute. Das ist ein dummes Zeug. Also ich komme jetzt, Herr Frey. Ich bin der Weihnachtsmann, wir machen eine Probe. Jawohl. Äh, ohne Bart. Ohne Bart. Aber mit Sack. So ist es. Ich komme. Stopp, 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 da bin ich. Was heißt denn, selbst, 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 da bin ich. Naja, so schlecht war ich nicht. Doch, nicht so schnell. Warum, ist doch gefegt. Ach, Quatsch. Es ist Abend. Ja, es ist dunkel. Und dann das Poltern nicht vergessen. Herr Frey, das Beste ist, ich komme nochmal. Na, also dann kommen Sie nochmal, bitteschön. Also ohne Bart, aber mit Sack, Probe. Ja, doch. Stopp, stopp, stopp. Ho, 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 ist das hier dunkel heute Abend. Polter. Polter, hier ist Polterabend. Was? Ich denke, es ist Weihnachten. Bitte jetzt das Gedicht. Ja, das, was für ein Gedicht? Das Gedicht da draußen vom Walde, da komme ich her. Das Gedicht von Knecht Ruprecht. Von wem? Von Knecht Ruprecht. Der hat ein Gedicht gemacht? Soll der das alleine aufsagen oder was? Das ist doch der Nikolaus. Ach, der kommt auch noch. Jetzt kommen Sie jetzt mal. Jetzt kommen Sie mal. Halt, Moment. Was denn nun wieder? Na, jetzt richtig, wenn es geht hier. Oh, jetzt geht es Bart. Mit Bart, jetzt mit Hand und Fuß. Und Sie werden, so, bitte. Mütze und Bart. Sie werden sehen, Herr Frey, jetzt wird es auch gleich viel besser werden. Sollste. Was denn jetzt, Mensch? Wer hat denn das Licht ausgemacht? Licht. Achso, Entschuldigung. So, bitte nicht vergessen, nicht vergessen, das Stiefelstapfen. Ist ja völlig klar, Herr Frey, ich komme also nochmal. Moment. So. Jetzt geht es richtig los. Stiefelstapfen nicht vergessen. Stiefelstapfen nicht vergessen, poltern, dunkel heute Abend. Ho, 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 heißer Juchhe, es weihnachtet sehr. Polter, polter, und jetzt stapfe ich mit den Stiefeln. Und da steht... Na nun, wer ist denn da? Hier ist Klaus Ruprecht, der Stiefelknecht. Nein! Nein? Ja, dann weiß ich auch nicht, wer hier ist, da habe ich keine Ahnung. Der Weihnachtsmann. Ja, der Weihnachtsmann ist auch dabei, wir kommen heute zu dritt. Das ist ja... Von wo kommst denn du, Weihnachtsmann? Von da? Dicht! Ja, bitte? Gedicht! Ja, aus dem Dickicht! Von draus, von draus. Ja, 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 ja. Boah, was kommt von draußen rein? Von draußen, vom Walne, da komme ich her! Ja, was Sie auch, hätten wir uns ja treffen müssen. Noch was? Also kommen Sie her, stellen Sie den Sack ab. Na gut, dann stelle ich ihn ab. Da grüßen Sie jetzt erst einmal den Familienvater. Ja, den? Na, den Familienvater. Wer ist der? Na, das bin ich. Guck mal. Ich bekomme das erste Geschenk aus dem Sack. Das ist ja vollkommen klar, ich komme also am besten nochmal. Sie bekommen erst den Familienvater, es geht los. Oh, 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 Donner und Polter und, ach, was weiß ich alles. Ja, ja. Da bin ich. Guten Abend, Weihnachtsmann. Gute Nacht. Sind Sie hier der Familiensack? Bitte! Vater! Ach, du lieber Vater. Hier ist das erste Geschenk aus dem Sack. Gib Sie das hier, jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie das gemacht wird. Na, endlich. Was heißt denn hier, na, endlich? Na, ich nehme an, dass Sie jetzt einen Weihnachtsmann spielen. So ist es. So ist es. Sie werden sehen, ich bin ein richtiger Weihnachtsmann. Na, das kann man wohl sagen. Bitte. Ich wollte sagen, das weiß ich schon lange. Na? Herr Breit, muss ich denn jetzt dem Weihnachtsmann auch eine Freude machen? Ja, das können Sie machen, wie Sie wollen, wir haben ja drüber gesprochen. Ist ja vollkommen klar. Na, also bitte, jetzt komme ich, passen Sie auf. Na, das wird doch gut. Passen Sie genau auf, jetzt so wird es gemacht. Na, das kann ich nicht. So wird es gemacht, passen Sie auf. Steuermann, halt die Wacht, oder was ist hier alles? Da draus vom Wald, da komme ich her. Das ist ja Horror. Was? Letztrum. Wohnt hier die Familie Herr Richt? Ach du, also lieber Weihnachtsmann, es tut mir leid, nur ist ja alles falsch gelaufen. Hier wohnt die Familie Preil. Nein! Nein! Sie wohnen jetzt hier! Ich wohne auch hier, das ist ja auch Platz genug. Lieber Freund, schauen Sie her, das ist alles für Sie. Alles? Das ist alles für mich? Alles für Sie. Oh, dann muss ich dem Weihnachtsmann auch eine Freude machen. Nicht nötig. Hier hat er 150 Mark und du kannst er noch mal einkaufen gehen. Das ist alles für mich. Dass zwei erwachsene Männer, wie Rolf Herricht und ich, so herrlich albern sein konnten, lag einzig und allein in unserer Natur. Wir waren stets, und das in allen Lebenslagen, auch in der miesesten Situation bereit, allem etwas Heiteres abzugewinnen. Als 1953 sein Engagement am Bernburger Theater, wo ich zurzeit Oberspielleiter war, nicht klappte, da die Ökonomie seine Gagenforderung nicht erfüllen konnte, sprach Herricht einen für mich klassischen Satz. Ein Gutes hat das Ganze doch für uns, Herr Preil. Wir beide haben uns kennengelernt. Es war die Bekanntschaft unseres Lebens. Und dieser Begriff Bekanntschaft wurde das A und O unseres gemeinsamen Weges. So begann es, und so endete es, mit dem Sketch Reisebekanntschaft. Es war eine lange und fröhliche Reise. Es war eine schöne Reise. Und ich danke auch Ihnen, meine lieben Freunde, für Ihre Bekanntschaft. Die Bekanntschaft. Es war wirklich ein Zufall, dass ich Sie hier treffe. Ja, das ist wahr, ja. Es tut mir furchtbar leid, Herr Herrrich, ich muss mich gleich wieder verabschieden. Gleich wieder verabschieden? Das ist doch eine richtige Freude, ist das. Ich meine, das ist ja... Was ist eine Freude? Ich will verreisen. Wir werden uns einige Zeit nicht sehen. Ach, die Freude wird ja immer größer. Ich meine, es ist ja richtig schade... Nun seien Sie mal nicht traurig, ich komme ja bald wieder. Ich mache nur eine kurze Erholungsreise. Eine Erholungsreise? Ja, deswegen will ich auch gleich zum Bahnhof. Zum Bahnhof? Ach, Sie fahren mit der Bahn? Ja, Sie würden staunen, wenn Sie wüssten, wohin ich fahre. Ja, wohin denn? Ich verrate nur an so viel, in ein Land, wo es scharfe Sachen gibt. Scharfe Sachen? Scharfe Sachen. Na, wo fahre ich da hin? Ja, wahrscheinlich dahin, wo der Pfeffer wächst. Jawohl, ich fahre nach Ungarn. Ungarn? Ja, Ungarn, ein herrliches Land. Ungarn. Rotwein, Paprika, hübsche Mädchen. Das wird ja eine feine Erholungsreise. Reisen ist ja auch eine feine Sache, nicht? Ja, das war. Ich meine, Reisen bildet. Bitte? Reisen bildet. Reisen bildet? Naja, so oft waren Sie ja auch noch nicht weg, das ist... Sagen Sie mal, was haben Sie bloß dauernd heute zu nörgeln? Apropos nörgeln, fährt denn Ihre Frau auch nicht? Nein, ich fahre alleine. Aha. Was heißt denn hier, aha? Na, ich dachte an Ihre Worte, scharfe Sachen, mit Gerätchen und so. Sie meinen Reisebekanntschaften? Das meinte ich, ja, ja. Bekanntschaften kann man überall schließen. Bekanntschaften kann man überall schließen? Überall. Na ja, Sie vielleicht, ich kann es nicht. Können Sie auch. Nein, ich kann es nicht. Können Sie auch. Also wollen wir wetten? Sagen Sie mal, muss ich denn mit Ihnen immer alles schon vorne anfangen? Ja, besser ist es natürlich. Also gut, diese Reise auch von vorne, kommen wir erstmal zu den Reisevorbereitungen. Was machen Sie also zuerst? Zuerst bereite ich mich vor. Ja, bitte, was machen Sie dann? Dann bereite ich mich weiter vor. Warum denn so lange? Das wird vielleicht eine lange Reise, wie man weiß. Interessieren Sie sich für die See? Nein. Fürs Gebirge? Überhaupt nicht. Na, wofür interessieren Sie sich denn dann? Vielleicht für einen See im Gebirge, das könnte sein. Na, das ist doch kein Reiseziel. Ah. Also kommen Sie, wir suchen uns mal eins raus. Ja. Sehen Sie mal, was ich hier habe. Ein Buch. Ja, was für ein Buch? Schönes Buch. Ja, das ist ein Kursbuch. Kursbuch. Ein Kursbuch. Ja, und von wem ist das? Von der Kursmaler, oder wie die? Von der Reichsbahn. Die Kursmaler war bei der Reichsbahn? Das ist ja ganz neu. Da stehen Züge drin, mit denen können Sie verreisen. Jetzt nehmen Sie mal das Buch, schlagen Sie es auf und lesen Sie mir was vor. Vorlesen. Vorlesen. Margon, Wasser, prickelnd und frisch. Quatsch. Bitte. Das ist doch Reklame. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Uns interessiert doch jetzt ein Reiseziel. Nun suchen Sie mal ein schönes Reiseziel raus. Schönes? Ein schönes. Wo denn? Wo denn? Wo denn irgendwo? Irgendwo. Ja. Hier ist was Hübsches. Hohenwulsch. Bitte, was ist los? Hohenwulsch. Ist das überhaupt eine Idee? Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in Hohenwulsch. Ich fahre mal nach Hohenwulsch. Was wollen Sie denn in Hohenwulsch? Sie fahren nicht nach Hohenwulsch. Sie sollen erst mal lernen, einen Kursbuch zu lesen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also es geht weiter von Hohenwulsch. Von Hohenwulsch geht es nach Kalbe an der Milde. Bestimmten Druckfehler muss Mulde heißen. Milde ist richtig. Da kennen Sie nicht die Milde. Ich kenne nur eine Hilde, die ist übrigens draußen. Die Milde ist ein Fluss und die Mulde ist ein Fluss. Und was ist die Mulde für ein Fluss? Ein milder Fluss. Ein linker Nebenfluss der Elbe. Und die Milde? Ein rechter Nebenfluss der Elbe. Die Milde fließt in die Biese. In die Biese. Wohin? In die Biese. Biese. Ja, Biese. Kennen Sie die Biese auch nicht? Nein, ich kenne nur Bisenne. Ich hatte mal eine Hose. Da waren an der Seite so Streifen. Nennt man Bisenne. Biese. Sagen Sie mal, wen interessieren denn hier Ihre Hosen? Lassen Sie doch Ihre Hosen weg. Gut, lassen wir sie weg, wie Sie wollen. Also es geht weiter von Hohenwulsch. Und wie? Ohne Hosen. Ich meine, lass mal mit. Bitte, was kommt nach Hohenwulsch? Tiefenwulsch. Wie kommen Sie denn darauf? Nach dem Hoch kommt immer ein Tief. Nach Hohenwulsch kommt, geben Sie hier, ich lese ihn vor. Nach Hohenwulsch kommt Bismarck. Oh. Muss aber ein altes Kursbuch sein. Das ist ein Ort mit einer Station. Und demzufolge ist Bismarck... Ach, der war der Stationsvorsteher. Sagen Sie mal, da wollen Sie ein Kursbuch lesen? Sie wollen Auskunft geben können? Nun stellen Sie sich doch mal vor, ich komme zu Ihnen. Und ich habe keine Ahnung. Was würden Sie denn da sagen? Sie haben sich ja überhaupt nicht verändert. Also gut, ich sehe schon kommen. Es wird das Beste sein. Wir reisen überhaupt nicht. Doch, wir reisen jetzt erst recht. Jetzt kommen wir nämlich zur Praxis. Ach du liebe Zeit. Was heißt ach du liebe Zeit? Na dann weiß ich, was jetzt kommt. Na was kommt denn? Jetzt spielen wir schon wieder irgendwas. Jawohl. Und dazu brauchen wir wie immer, ne? Na was brauchen wir denn? Einen Tisch. Nein, keinen Tisch. Keinen Tisch? Keinen Tisch, nein. Das ist neu. Dazu brauchen wir nämlich diese beiden Stühle. Zwei Stühle? Zwei Stühle, ja. Und diese beiden Stühle sind was? Einen Tisch. Na, wenn ich einen Tisch brauche, nehme ich einen Tisch und nicht zwei Stühle. Ja. Also diese beiden Stühle sind was? Na, kein Tisch. Sondern? Stühle. Nein. Ja, was? Nein. Ein Abteil. Ein Abteil? Das wird ein Abteil, ja. Das wird ein Abteil. Bauen wir mal auf. Stellen Sie mal einen Stuhl da drüben hin. Ja, ist ja klar, ja. Ich stelle den Stuhl hier hin. Gut. Beide Stühle stehen sich gegenüber. Ja. Das ist jetzt also das Abteil. Gut. Das Abteil. Und ich bin der? Der Abteilungsleiter. Ich komme jetzt rein. Sie kommen jetzt rein? Ich komme jetzt rein. Ins Abteil? Ins Abteil. Wunderbar. Ich habe eine Frage noch vorher. Der Zug fährt schon. Natürlich. Der Zug fährt schon. Zug fährt schon. Der fährt schon eine ganze Weile. Eile schon. Ja, ja. Und jetzt komme ich rein. Passen Sie auf. Ganz einfach mit der Bekannten. Ich komme jetzt. Komm, jetzt geht los. Na, warte. Sasse. Sasse, was machen Sie denn da? Der Zug fährt schon. Warum sitzen Sie denn nicht still? Geht nicht. Wieso geht das nicht? Ich sitze auf einer Achse hier. Was? Guten Tag. Tür zu, es zieht. Bitte, was ist los? Ja, das Fenster ist hier immer noch offen. Es gibt ja Durchzug. Ich warte. Nun lassen Sie mal das alberne Fenster in Ruhe. Kann ich denn endlich anfangen? Ach, Sie könnten schon wieder weg sein. Na. Herr Pry, Sie sind ein Reisender? Ich bin ein Reisender. Ich bin auch ein Reisender. Auch, auch, auch. Aber wir kennen uns nicht. Nein, wir kennen uns nicht. Fremd. Fremd. Völlig fremd. Völlig fremd. Guten Tag, mein Herr, Sie werden verzeihen. Ist dieser Platz noch frei? Keine Ahnung, bin hier völlig fremd. Ich wollte gerne nur fragen, kann ich diesen Platz belegen? Du wolltest ja nicht erst mal sitzen. Kann ich denn wenigstens meinen Koffer da hinauflegen? Den Koffer? Sie haben einen Koffer? Natürlich, jeder Reisender hat einen Koffer. Ja, wo denn? Ach, wo denn, wo denn? Mensch, wir spielen das doch nur. Hatte ich ja vergessen, wir spielen ja nur. Na also, kann ich jetzt meinen Koffer da hinauflegen? Ja, ja. Nein, nein, es geht leider nicht. Wieso geht das nicht? Da liegt schon mein Koffer. Entschuldigen Sie bitte, den habe ich nicht gesehen. Nein, den konnten Sie auch nicht sehen. Wieso konnte ich den nicht sehen? Das ist ein Luftkoffer. Aber jetzt, jetzt geht's richtig los. Jawohl. Fassen Sie auf. Ja, geht los. Geht los. Guten Tag. Guten Tag. Sie werden verzeihen, mein Herr. Ja. Fahren Sie auch nach Ungarn? Nein, nein, Sie werden staunen. Wissen Sie, wo ich hinfahre? Ich fahre nach Hohenwulsch. Nicht Hohenwulsch! Wir fahren jetzt nach Ungarn. Da bin ich an falschen Zug. Wiedersehen. Hier. Wo wollen Sie denn hin? Habe ich aber einen Schreck bekommen, Sie. Au. Also nochmal in aller Ruhe jetzt. Nochmal. Guten Tag, mein Herr, Sie werden verzeihen. Ja. Fahren Sie auch nach Budapest. Nein, wie ich eben höre, fahre ich ja nach Ungarn. Budapest liegt doch in Ungarn. So ein Zufall. Sagen Sie mal, was zieht Sie eigentlich nach Ungarn? Geh ich nicht mal an die Lokomotive, nicht? Haben Sie vielleicht zufällig ein Kursbuch? Hören Sie bitte mal so freundlich sein und nachsehen. Ich möchte ja nach Budapest. 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 Nachsehen. Bitte nachsehen. Das ist ja so schwer. Ja. Also Sie fahren zunächst nach Hohenwulsch. Ja. Nicht Hohenwulsch, Budapest. Ja, warum nicht über Hohenwulsch? Mensch, wo liegt denn Budapest? Wissen Sie doch, wissen Sie, wollen doch hin, oder? Also sagen Sie, sehen Sie nur nach oder nicht? Ja gut, also Hohenwulsch, Berkau, Neuendorf, Kalbe, Ende der Reise. Vom Budapest steht hier kein Wort drin. Bitte schön. Bitte, was ist los? Ja, tut mir leid. Steht kein Wort drin? Kommen Sie her. Kommen Sie her. Bitte sehr, ich beweise es Ihnen, schlage auf. Da steht was. Was steht da? Hunger. Quatsch, Hunger. Hungaria. Oder so. Hungaria. Ja, und das ist der Ungarn-Express. Ah. Ja, das ist der D75. Ah ja, Donnerwetter hat der Verspätung, ne? Wieso hat der Verspätung? Na, wir haben doch schon 77, oder? Das ist doch die Zugnummer. Ach so. Ja, das sind doch alles Hinweise für Reisende. Wofür ist das Bett? Ein Bett? Ein Bett. Für die Reisebekanntschaft. Ja. Also jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Schluss. Jetzt kommen Sie mal rein. Jawohl. Jetzt werden Sie mit mir eine Bekanntschaft anfangen. Jetzt komme ich ins Abteil. Jetzt kommen Sie rein. Sie werden es inzwischen begriffen haben, ne? Und jetzt schließen wir beide eine Bekanntschaft. Jetzt schließen wir meine Bekanntschaft. Alles klar, Herr Breit. Ich komme rein. Nur, ich muss ganz schnell noch mal hier rauf. Was wollen Sie da oben schon wieder? Ich muss ja meinen Koffer mitnehmen. Lass doch jetzt den Koffer da liegen. Gut, bleib Ding. Der Koffer bleibt liegen. Guten Tag. Guten Tag, mein Lieber. Na, Kumpel, auch bereit. Moment. Wollen Sie nicht erst mal höflich fragen, ob dieser Platz noch frei ist? Ne, das brauche ich ja nicht. Wieso brauchen Sie das nicht? Das ist ja mein Platz. Wieso ist das Ihr Platz? Ja, mein Koffer liegt ja noch da oben. Ach, Menschenskind, warum können Sie es nur nicht so machen, wie ich es Ihnen vorgemacht habe? Ich komme ja auch mit jedem ins Gespräch. Mit jedem? Mit jedem. Da kann hier sitzen, wer will. Ich bekomme immer Kontakt. Immer? Immer. 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 Und da kann hier sitzen, wer will? Ja, doch. Da kann hier sitzen, wer will. Das ist ja unglaublich. Was heißt unglaublich? Tausend Mal habe ich es vorgemacht. Das mache ich das letzte Mal vor. Hier haben Sie das Kursbuch. So, und jetzt komme ich nun noch mal rein. Mein Gott, ist denn das so schwer, Menschenskind? Nun passen Sie doch mal auf, wie es gemacht wird. So, und komm mal rein. Geht los. Guten Tag. Guten Tag, mein Herr. Sie werden verzeihen. Ist dieser Platz noch frei? Dann über... Was ist jetzt los? Was machen Sie denn da? Hallo, mein Herr. Oh Gott, Sie müssen doch reagieren. Schönes Wetter heute, nicht? Nichtes Reisewetter. Ja, da lernt man Menschen kennen, der Eisenmann, der Teile im Speisewagen. Überall nette und aufgeschlossene Menschen. Überall nette und aufgeschlossene Menschen. Herrgott, wollen Sie nicht auch mal was sagen? Ich, Ausländer, nix verstehen. Hallo und ahoi, Herr Preil. Ja, guten Tag, Herr Herrrichter, sind Sie ja endlich. Ich warte schon eine ganze Weile. Wo stecken Sie denn? Mein Kommen verzögerte sich ein bisschen. Ich musste erst noch diesen Seesack füllen. Was ist das? Naja, eigentlich ein Rucksack. Aber da ich jetzt eine Seereise antrete, bezeichne ich ihn gleich seemännisch als Seesack. Was ist denn das wieder für eine Schnapsidee? Seereise? Seesack? Ja, 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 ja. Da staunen Sie. Sie unterschätzen meine Quantitäten? Qualitäten. Das ist sozusagen ein Lapsus Linguae. Nein, das Schiff kenne ich nicht. Das ist kein Schiff. Ein Lapsus Linguae ist lateinisch und heißt so viel wie ein Ausdrucksfehler. Was Sie alles wissen, werde ich mir merken, diesen... Na, wie hieß der Ausdruck? So, wie Sie gesagt haben. Und jetzt muss ich leider schon gehen, sonst verpasse ich noch mein Schiff. Was denn? Sie wollen wirklich auf ein Schiff? Herr Preil, ich mache doch jedes Jahr eine Schiffsreise. Sozusagen eine Weltreise. Alter, warum müssen Sie immer so schamlos übertreiben? Urlaubsreise genügt doch auch. Na, Ihnen vielleicht. Meine Ansprüche sind gehobenerer Natur. Ich fahre jedes Jahr in die weite Welt hinein. Hinaus? Ja, erst hinaus und dann hinein. Entschuldigung, war das wieder ein Blattschuss, äh, Pinkulae? Ich sagte ein Lapsus Linguae. Das ist ein Fehler der Sprache. Ich habe doch keinen Sprachfehler. Das ist lateinisch und heißt genau übersetzt ein Fehler der Zunge. Was an der Zunge? Bitte, lassen wir das jetzt, ja? Da muss ich wohl schnellstens einen Arzt kondolieren. Konsultieren. Kondolieren ist jemand sein Beileid aussprechen. Also ist konsultieren? Wenn ein Konsul gestorben ist. Machen Sie es gut, Herr Preil. Ich muss los, denn wir stechen pünktlich ins Wasser. Sie stechen in See. Was ist denn bloß heute los mit Ihnen? Da ist ja ein Fehler am anderen. Das ist das Reisefieber. Was? Das ist jedes Jahr so. Voriges Jahr war es ganz schlimm. Da war ich mit der Kegelbahn, äh, Kegelboot, äh, Segelboot unterwegs. Ach so, da war ich vielleicht aufgeregt. Was denn, Sie waren mit einem Segelboot auf einer Weltreise? So ist es. Erst sind wir die Mulde runtergemuldert, dann die Elbe raufgealbert, äh, geälbert und plötzlich, nichts Gutes ahnend, waren wir in einem Hafen. Also, wenn ich Ihnen weiter zuhören soll, dann spinnen Sie bitte keinen Seemannsgarn. Wo werde ich denn? In diesem Hafen stieg ich dann um auf ein großes Schiff mit ungeheuer vielen Segeln. Ah, meinen Sie eine alte Fregatte? Nein, meine Frau war nicht mit. Ach, nicht zu fassen. Wie kamen Sie denn überhaupt an Bord? Ich stand da so auf der Bohle. Mole. Das verwechselten Sie mit einem Bier, Herr Preil. Ein Bier ist eine Molle. Sie standen also auf einer Mole und Sie... Und sangen leise vor mich hin. So, Sie sangen. Was sangen Sie denn? Nämlich mit, Kapitän auf die Reise. Ach, das ist... Und das muss der Kapitän gehört haben, denn, äh, er sagte in einer unbekannten Sprache, Küm Röver, mein Jung. Und das haben Sie verstanden, ja? Wenn ich mal übersetzen darf. Küm heißt, trink mit mir einen Kümmel. Röver heißt, wenn du kein Römer bist. Ach, das... Min ist ein Minenräumboot und Jung, ich sei noch so jung. So ein horrender Blödsinn ist das. Das habe ich ja auch gesagt. Aber da im Augenblick kein anderes Schiff hinter dem Anker lag... Vor Anker lag? Nein, es war hinter dem Anker. Wenn hier der Anker liegt, und da ist das Schiff, da liegt es doch hinter dem Anker. Ach, gut. Meinetwegen. Und was war dann? Dann begrüßte mich der Kapitän. Wie begrüßte er Sie? Indem er Hand an sich legte. Was bitte? An seine Mütze, meine ich. Wer war der Kapitän? Heidewitzka. Was? Paul Heidewitzka. Was? Und ich fuhr mit als Augenarzt. Aber Sie sind doch kein Arzt. Nein. Ich musste mich beim Schmutzigen melden. Und der ließ mich dann Kartoffeln schälen. Wissen Sie, so immer mit dem Messer die Augen herausschälen. Das war der Smut hier. Und dann sind Sie in See gestochen, ja? Genau. Einfach reingestochen. Es war natürlich ganz schön nass. Aber dann ging es geradeaus. Dann links, quer rüber, wieder rechts und vorbei. Was soll denn das für ein Kurs sein? Ganz miserabler. Ich konnte nichts umtauschen. Ich meine, wo ging Ihre Fahrt entlang? Entlang? Ja, Sie ging immer entlang. Also an lauter Kisten dann rum. Immer zu rum. Was denn für Kisten? Ach, Sie meinen wohl Küsten? Ja, an der Küste von Balalaika. Jamaika. Ja, hat der Kapitän auch gesagt. Was hat der Kapitän gesagt? Wir brauchen noch ein paar Küsten mit Rum von Jamaika. Erzählen Sie einfach weiter, ja? Weiter. Dann ging es vorbei an USA-Dom. Dom, was bitte? Was für ein Dom? USA-Dom. Kennen Sie wieder nicht. Weil Sie nie weit, 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 weit gereist sind. Das müssen Sie mir gerade sagen. USA-Dom. Das gibt es doch gar nicht. Keine Ahnung, aber streiten. Hier habe ich es mir aufgeschrieben. USA-Dom. Ach doch, nicht USA-Dom. Das heißt U-Se-Dom. Ach, hören Sie bloß auf. Fängt ja gerade erst an, Herr Preil. Ich glaube Ihnen nichts mehr. Das können Sie mir ruhig glauben. Da kam nämlich ein ungeheurer Sturm. Wann? Am Mittwoch. Was denn für ein Sturm? Ein Torero. Sie meinen einen Tornado. Den meine ich ganz bestimmt nicht. Das sind Flugzeuge. Der NATO. Tomatos. Tornados. Und was war mit diesem Orkan? Unser Kahn war sicher. Es war nur Windstärke 28. Ach Quatsch, die gibt es doch gar nicht. Doch, im Schatten. Aber dann, dann ging es durch die Meerenge von Garibaldi. Gibraltar. Jawohl, das war vielleicht eng. Wir mussten uns alle so hinstellen, aber dann kam eine Flöte. Bitte, was kam? Eine Flöte. Ach, Sie meinen eine Flaute. Nein, ich meine eine Flöte. Der Kapitän hat es doch gesagt. Zu wem hat er das gesagt? Zu mir. Ja. Damit hat er Sie gemeint, sie flöte. Denn es heißt nicht Flöte, sondern Flaute. Und eine Flaute ist ähnlich wie ein Monsoon. Nun, was Sie nun wieder erzählen, da gibt es doch keinen Konsum. Weiter, weiter. Dann shiften wir in den Mistipipi. Durch den Mississippi. Mensch, Sie müssen doch geschlafen haben auf Ihrer Weltreise. Und immer in einer engen Boje. Koje. Nein, das sind ja diese Netze. Das sind die Hängematten. Und dann? Dann kamen wir nicht weiter. Da war plötzlich ein Geschunkel. Dschungel. Kennen Sie denn keinen Dschungel? Einen Urwald, wo Lianen von den Bäumen hängen. Ich kenne das ein bisschen anders. Was Sie meinen, sind Schneemassen im Gebirge. Das sind Lawinen. Lawinen. Ich dachte, das wäre dieses herrliche Konfekt. Das sind Pralinen. Ja, die Eingewickelten. Ach, und ich falle doch immer wieder auf Ihr Geschwätz herein. Aber es ging doch noch weiter. So, weiter. Und wohin? Nein, dann gang es durch den Ginges. Wie bitte? Dann gang es durch den Ginges. Dann ging es durch den Ginges. Nein, Herr Preil, dann gang es durch den Ginges. Nein, das ist auch wieder falsch, falsch, falsch. Dann ging es durch den Ginges. Tja, Preil, Sie kommen von der anderen Seite. Nach! Warum darf ich das denn nicht mal versuchen? Aber Herr Preil, nur mal versuchen. Eine ganz kleine Ansage. Nein, nein, die ist so klein, das ist schon beinahe eine Absage. Aber reden Sie doch kein dummes Zeug. Nur mal so, gewissermaßen zum Lernen. Ich lerne doch immer so viel von Ihnen. Weder eine kleine noch eine große Ansage. Und schon gar nicht in diesem Anzug. Wieso? Was haben Sie gegen meinen Anzug? Das ist doch ein sehr schöner Anzug. Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Sehen Sie mich an. So sieht ein Bühnenanzug aus. Würden Sie denn einen Bläser tragen? Ich weiß zwar nicht, wie Sie jetzt darauf kommen, aber wenn er sich verletzt hat und nicht mehr laufen kann... Was reden Sie denn da? Ich sagte Bläser. Kennen Sie denn keinen Bläser? Doch. Ich kenne den Bläser Ludwig Göttler. Ach was denn? Und der kann nicht mehr laufen? Nein, doch nicht so einen Bläser. Was ich hier anhabe, das ist ein Bläser. Diese Jacke nennt man einen Bläser. Ich würde sagen, gehört einem Bläser. Nein, ich trage hier einen Bläser. Und warum? Weil er wirkt so aufgeblasen. Äh, verzeih. Bitte, nun nehmen Sie sich mal zusammen. Weil er gut zu mir passt. Aber betrachten wir doch erstmal Ihre Hose. Bitte, was gibt's denn dazu zu sagen? Die passt nun wiederum gut zu mir. Nein, nein, nein. Das geht ganz und gar nicht. Das ist wahr. Alleine nicht. Ich muss schon selbst damit gehen. Nicht doch. Sie bringen ja wieder alles durcheinander. Diese Hose, die Sie da anhaben, die passt überhaupt nicht zu einem Bläser. Herr Göttler hat sie auch noch nicht angehabt. Ja, ich rede doch nicht vom Trompeter Göttler. Ich rede von Ihrer Hose. Und die passt nur zu... Zu einem Streicher. Ach, Quatsch! Sagen Sie mir lieber, woher Sie die haben. Dann hat mir mal ein Bekannter geschenkt. Wer ist denn dieser geschmacklose Mensch? Sie. Ich. Äh, na ja. Ja, so schlimm ist ja nun auch wieder nicht. Trotzdem, für die Bühne müsste es was völlig anderes sein. Müsste es? Ja, völlig anders. Herr Preil, ich hätte da zu Hause noch eine Hose. So, na ja. Und wie sieht die aus? Völlig anders. Können Sie die beschreiben? Beschreiben? Ich? Ja. Die Hose? Naja. Ja, das kann ich. Na, zuerst das Dessing. Zuerst das was? Das Dessing. Verstehe. Also, die Badehose. Die Badehose ist nun auch völlig anders. Was denn für eine Badehose? Fürs Barsen. Nein, nicht doch nicht Barsen. Dessing. Sie sollen Ihre Anzughose beschreiben. Muster. Stoffart. Gut. Also nochmal. Ich beginne wieder von vorn. Ja. Die Hose. Die Hose ist also zum Baden nicht geeignet. Aber das liegt nicht an der Hose, sondern am Barsen. Dann hören Sie auf mit dem Blödsinn! Ihre Hose ist zum Beispiel, ist die kariert? Oh nein. Was ist sie dann? Nicht kariert. Gestreift? Jawohl, gestreift. Mein Gott, wer trägt denn heute noch gestreifte Hosen? Niemand. Ich trage meine Hosen immer allein. Also gut. Beschreiben Sie die Hose. Gut. Also nochmal. Ich beginne wieder von vorn. Die Hose. Die Hose ist also zum Baden nicht geeignet. Aber das liegt, wie gesagt, am Barsen. Die Streifen! Wie sind die Streifen? Gestreift. Wie gestreift? Soll ich beschreiben? Ja doch, mein Gott, nochmal. Also. Ein Streifen, kein Streifen. Ein Streifen, kein Streifen. Ein Streifen, kein Streifen. Bitte. Die Hose besteht doch nicht nur aus Streifen, oder? Nein. Zwischendurch sind sie mit Stoff verbunden. Ja. Aber das Tolle ist ja, das andere Hosenbein ist ganz genauso. Ein Streifen, kein Streifen. Ein Streifen, kein Streifen. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Und der Bund? Nein, die Hose ist nicht bunt. Ich sagte ja schon, die Hose ist gestreift. Ein Streifen, kein Streifen. Nein! Nein! Hier oben ist der bunt. Nein, da oben ist sie auch nicht bunt. Da hast du ja auch gestreift. Ein Streifen, kein Streifen. Ein Streifen, kein Streifen. Schluss jetzt mit den Streifen. Sie machen mich ja völlig wahnsinnig. Eine andere Frage. Stoßen sie auf. Wie bitte? Ob sie aufstoßen. Ja, meist nach dem dritten Kognak. Ob die Hosenbeine aufstoßen. Also, da müsste ich beim Trinken mal drauf achten. Ob die Hosenbeine auf die Schuhe aufstoßen. Auf die Schuhe? Ja, dann bekämen sie nämlich Falten. Oh, das müssen aber Schuhe sein. Also, wenn die von dem bisschen Hosengewicht gleich Falten bekommen. Schluss mit ihrer Hose. Eine andere Frage, eine ganz andere Frage. Haben sie nur Straßenanzüge? Man kann sie auch in der Wohnung anziehen. Ich möchte wissen, ob sie einen Anzug haben, in dem sie sich besonders wohl fühlen. In meinem Schlafanzug. Wollen Sie vielleicht im Schlafanzug eine Ansage machen, ja? Wäre vielleicht eine Möglichkeit für eine Nachtvorstellung? Warum erkläre ich Ihnen das eigentlich alles? Das frage ich mich auch. Weil Ihnen ein eleganter Bühnenanzug eine ganz andere Haltung gibt. Man bewegt sich zwangsloser. Zwangsloser? Ja, darum nennt man eine solche Jacke auch. Eine Zwangsjacke. Quatsch! Hier, jetzt ziehen Sie mal meine Jacke über. So, Sie werden feststellen, Sie bewegen sich plötzlich ganz anders darin. Ihr Gang wird auf einmal legerer. Das ist mir neu. Mein Gang wird auf einmal viel lusgerer. Lusgerer. Das heißt, völlig ungezwungen schlendern Sie über die Bühne. Nehmen Sie meine Jacke. Ich? Ihre Jacke? Ja, ja, doch. Ziehen Sie sie mal über. Doch nicht über Ihre Jacke ziehen. Entschuldigung, ich dachte es an einen Überzieher. Ach, ziehen Sie Ihre aus. So, geben Sie her. Moment, meine Brieftasche. Na ja, ich nehme ja nichts heraus. Ist ja auch nichts drin. So, nun ziehen Sie bitte meine an. Na bitte. Fantastisch. Ja, fantastisch weit. Quatsch. Brust raus. Die Ärmel sind viel zu lang. Heben Sie die Schultern. Noch höher. Den rechten Arm anwinkeln. So, den linken lässt sich auf den Rücken. Tief einatmen. Na bitte, sitzt doch prima. Ja, was glauben Sie, was das Publikum sagen wird? Diese Ähnlichkeit mit Herrn Preil. So, nun treten Sie bitte auf. Doch nicht mit dem Fuß. Sie kommen auf die Bühne zu Ihrem Auftritt. Ach, zu meinem Auftritt. Ganz luger. Léger. Soll ich auch schlendern? Ja, doch, von mir aus schlendern Sie. Gut, dann komme ich jetzt geschlendert. Ja, doch, nur los schon. Was machen Sie denn da? Ich schlendere. Ja, mein Gott, Sie sehen ja aus wie ein Lastensegler. Sie sollen sich zwangslos bewegen. So, stellen Sie sich doch mal vor, Sie sind zu einer Gesellschaft eingeladen. Oh ja. Ja, und alle Gäste stehen schon am kalten Buffet. An einem alten Buffet. An einem kalten Buffet. Und Sie kommen plötzlich dazu. Geschlendert? Ja, doch. Ich schlendere zum kalten Buffet. Ja, zum kalten Buffet. Mensch, das Kind, wenn Sie sich so bewegen, was glauben Sie denn, was die Leute da sagen? Im Ärmsten ist sicher kalt. Sagen Sie mal, ich muss Ihnen wohl nicht noch ein kaltes Buffet erklären, oder? Besser wäre es vielleicht. Ach, also gut. Hier, nehmen wir mal diesen Tisch. Ja? Der Tisch ist nämlich jetzt was? Ein Pferd. Wir sind doch hier nicht in Hoppegarten. Das ist ein ganz anderer Sketch. Nein, das ist das kalte Buffet. Richtig, das hätte ich weiter vergessen. Das kalte Buffet. Ja, und wer steht am kalten Buffet? Das Pferd. Aber wieso denn? Wieso steht am kalten Buffet ein Pferd? Vielleicht ein Kaltblüter? Ja, hören Sie sich bitte auf mit dem Blödsinn. Das ist jetzt das kalte Buffet. Und was ist das hier? Die kalte Platte. Die Tischplatte. Und auf der Tischplatte sind Speisen und Getränke aufgebaut. Zum Beispiel, äh, zum Beispiel kalter Braten. Was noch? Kalter Kaffee. Ach, Unsinn. Was holen Sie sich am kalten Buffet? Kalte Füße. Zum Essen. Eisbein. Essen Sie eher gern halbe Eier? Ich esse auch gern ganze Eier. Salat? Ja, Salateier. Nicht Salateier. Das heißt Eiersalat. Man sagt Fleischsalat, man sagt Heringssalat, man sagt Kartoffelsalat. Ich allerdings bevorzuge nur einen Salat. Ja, ich weiß. Ochsenmaulsalat. Also bitte, ja? Nun kommen Sie jetzt zum kalten Buffet. Da steht wer? Ein Ochser. Quatsch. Da steht ein sehr sympathischer Herr. Wer soll das denn sein? Das bin ich. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. So, nun treten Sie in Ihrer neuen schicken Jacke ans kalte Buffet. Ganz zwanglos. Und schlendern? Ja, ja. Machen Sie, was Sie wollen. Aber kommen Sie endlich. Guten Abend. Guten Abend, ja. Na nun, was machen Sie denn hier? Ich mache hier, was ich will. Das heißt, eben schlendere ich. Ach, Verzeihung. Wie war doch gleich Ihr Name? Schlendrian. Gestatten. Schneider. Das trifft sich gut. Das trifft sich gut. Sie sind ein Schneider. Wie finden Sie denn diese abscheuliche Jacke? Nein, nein, nein. Also wenn Sie dauernd an der Jacke herumnörgeln, so, da vergeht einem ja die Lust. Na, mir auch. Ich meine, Herr Schneider, könnte man die Jacke vielleicht ändern? Ach, dann reden Sie doch keinen Blödsinn. Nein, meinetwegen nehmen Sie die Jacke und gehen Sie damit zu irgendeinem Schneider. Zu irgendeinem Schneider? Und damit wären Sie einverstanden? Zu irgendeinem Schneider? Ja, damit wäre ich einverstanden. Mit Ihrer wunderschönen Jacke. Zu irgendeinem Schneider? Ja, mein Gott, ja doch, zum Donnerwetter nochmal. Es ist ja nur das Problem. Was soll ich dem Schneider sagen? Der Schneider wird Sie schon beraten. Mich beraten? Ja. Aber ich verstehe doch nichts von der Schneiderei. Also Sie stellen sich auch wieder an. Nein, der Schneider fragt Sie zum Beispiel, möchten Sie hinten einen Schlitz? Was möchte ich? Ob Sie hinten einen Schlitz haben wollen. Ach, jetzt reden wir von der Hose. Nein, ich rede von der Jacke. In so einer Jacke kann man hinten einen Schlitz haben. Ist ja ein Ding. In der Jacke auch. Ja, ebenso an den Ärmeln. Schlitze. Wie soll denn das gehen? In den Ärmeln? Ja, ja, meinetwegen ins Kind und auch an den Seiten. Schlitze. Auch an den Seiten? Ja, und dazu passt dann am besten, ne? Schlitzaugen. Mann, 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 Mann. Nicht mal zum Schneider kann man Sie gehen lassen. So, wir nehmen jetzt wieder unseren Tisch hier. Oh Gott, jetzt geht das auch wieder los. Ja, was geht wieder los? Dieser Tisch ist jetzt was? Ein Schneider. Was ist das hier? Ein Tisch. Und wo ist bitte hier ein Schneider? Vielleicht ist er gerade zu Tisch. Jetzt ist hier eine Schneiderwerkstatt. Schneiderwerkstatt. Folglich ist der Tisch. Was? Die Werkstatt. Von wem? Vom Tischler. Nein, kann denn ein Tischler eine Jacke ändern? Wenn er ungeschult ist? Das ist die Schneiderwerkstatt. Und der Schneider sitzt jetzt wo? Am kalten Buffet. Was macht denn der da schon wieder? Er friert wie ein Schneider. Wo sitzt der Schneider und näht? An der Nähmaschine. Auf dem Tisch. Und warum? Er hat eine Tischnähmaschine. Ach, so, so sitzt ein Schneider bei der Arbeit. Er kreuzt die Beine. Wie sagt man dazu? Er hat es im Kreuz. Achtung, wir spielen jetzt, ja? Ich bin der Kunde und komme mit der Jacke. Und Sie sind der Schneider. Los, rauf auf den Tisch. Was ist los? Rauf auf den Tisch. Das geht nicht. Warum denn nicht? Ich habe es auch im Kreuz. Jetzt rauf auf den Tisch. Der ist zu hoch. Ich bin doch nur ein kleiner Schneider. Mein Gott, haben Sie doch mal ein bisschen Mut. Jawohl, ich bin das tapfere Schneiderlein. So, ich sitze. Warum denn verkehrt herum? Ich kehre der Arbeit den Rücken zu. Gut, gut. Komm, ich von der anderen Seite. Poch, poch, poch. Poch, poch, poch. Kann ich hereinkommen? Ach, guten Tag. Nicht so laut. Wieso? Meine Beine sind gerade eingeschlafen. Ich komme zur Anprobe. Es war eine dunkle Jacke zum Ändern. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja, haben Sie sie auch gut gefüttert? Ja, morgens, mittags und abends. Sie können sie mitnehmen. Wollen Sie sich nicht erst probieren? Wieso? Ich? Nein, ich. Sie, mir. Ja, Sie mich auch. Wo wollen Sie denn hin? Gewerbe anmelden. Na nun, Herr Herricht. Als Maler verkleidet. Sie wollen doch nicht etwa den Pinsel schwingen? Selbst ist der Mann. Ja, so. Und warum haben Sie sich so viel Material besorgt? Ja, da können Sie doch auch gleich bei mir malern, nicht? Mit tausend Freuden? Oh, ja. Naja, es muss ja nicht gleich sein, oder? Ich hätte aber gleich Zeit. Ja, können Sie das denn überhaupt? Ich meine, wie viele Wohnungen haben Sie denn schon so gemalert? Ach, na ja, so zum Beispiel, lassen Sie mich mal nachdenken. Ich würde sagen, Ihre Wohnung wäre die erste. Sollten Sie nicht lieber Ihre Wohnung erst mal in Angriff nehmen, nicht? Das bisschen Renovieren bei mir, das hat noch Zeit. Mit V? Nein, nicht mit meiner Frau, ich mache das allein. Ich sprach nicht von Ihrer Frau, ich sprach vom Renovieren. Und das schreibt sich mit V. Wenn man es mit M schreibt, dann heißt das? Nominieren. Das heißt Zahlen aufschreiben, etwas, etwas nominieren. Nein, das heißt nummerieren. Und was ist mit dem V? Da ist doch kein V drin. Warum erzählen Sie es mir dann? Ja, ja, schon gut, schon gut, schon gut. Äh, wir warten besser noch ein bisschen mit deiner Wohnung. Ich meine, bis Sie mehr Übung haben, ja? Das ist ja sehr interessant. Das bisschen Tapete klatsche ich doch allemal an die Wand. Was machen Sie mit der Tapete? Die Tapete befestige ich an der Wand. Das habe ich gewusst, ja. Also wenn Sie es auch gewusst haben, dann kann es wohl nicht so schwer sein. Herr Herrricht, kein Mensch sagt, die Tapete befestige ich an der Wand. Man klebt sie an die Wand. Jetzt geht das wieder los. Gut, gut, dann klebt man sie an die Wand. Jawohl, richtig. Und nachdem man sie eingestrichen hat, nicht wahr, Herr Herrricht? Wie bitte? Nachdem man sie eingestrichen hat. Einstreichen. Aber Herr Preil, man sagt, ich streiche etwas an. Nein, man sagt ein. Eine Tapete streicht man ein. Und zwar mit Kleister. Mit Tapetenkleister. Kleister, wenn ich das schon höre. Jawohl, Kleister. Aber ein Fenster streichen Sie an mit? Mit Scheibenkleister. Och, das... Und Sie wollen Ihre Wohnung renovieren. Sie trauen mir wohl überhaupt nicht zu. Oh, doch, Ihnen traue ich alles zu. Sie werden Ihre Wohnung nicht wiedererkennen. Das befürchte ich allerdings auch. Und jetzt werde ich gehen. Ich besorge noch einige Farben, da ich befürchte, diese entsprechen nicht ganz Ihrem erlesenen Geschmack. Warten Sie, warten Sie mal eine Frage. Kennen Sie sich in Farben überhaupt aus? Natürlich kenne ich mich in Farben aus. So, hm, was ist das? Na, grün. Ja schon, aber was für ein grün? Ein grünes Grün. Das ist Flaschengrün. Sieh mal einer an. Ich hätte das für eine Büchse gehalten. Das ist doch auch eine Büchse. Und das hier, wofür halten Sie das hier? Das halte ich für eine Tube. Und was ist da drin? Tubengrün. Nein, Scharlachrot. Das habe ich mir natürlich gedacht. Und worauf ist da besonders zu achten? Was weiß denn ich, dass die Tube immer schön gut verschlossen bleibt? Wieso denn das? Weil Scharlach ansteckend ist. Ich rede von keiner Krankheit. Ich rede von einer Farbe. Eine Farbe mit großer Leuchtkraft. Und wenn ich nun sage Rot, Gelb, Grün, an was denken Sie da? Rot, Gelb, Grün, an was denke ich? Da denke ich, da denke ich an eine Ampel. Aber nicht doch. Es kommt doch noch etwas hinzu. Es kommt noch etwas hinzu? Was kommt denn da hinzu? Blau. Blau? Blau kommt noch hinzu. Aha. Na, und wenn Blau hinzu kommt, was haben wir dann? Alkohol am Steuer. Oh, nicht doch. Die Ampel habe ich doch schon längst wieder vergessen. Das scheint mir auch so. Ich will wissen, was Sie da sehen. Das sehe ich schwarz. Passen Sie mal auf. Passen Sie mal auf. Wenn es regnet und die Sonne scheint, was haben wir dann? Schlechtes Wetter. Einen Regenbogen. Und nun denken Sie noch mal an die Farben. Was sehen Sie im Regenbogen? Eine Ampel. Die Grundfarben. Und diese Grundfarben brauchen Sie, wenn Sie malen wollen. Und was können Sie mit diesen Grundfarben in Ihrem Zimmer machen? Einen Regenbogen. Ach, was soll denn der Regenbogen in Ihrem Zimmer? Habe ich ihn da reingebracht oder Sie? Hört mal ganz ruhig, ganz ruhig. Was kann man mit Farben alles machen? Na, da kann man sicher eine ganze Menge mit machen. Ja, na, sehen Sie. Zum Beispiel? Also, ich sehe zum Beispiel, dass ich gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll. Zum Beispiel, man kann Sie mischen. Was sagen Sie dazu? Mir fehlen die Worte. Ja, mischen. Sie mischen zum Beispiel Erdbeerrot mit Zitronengelb. Was bekommen Sie da? Mischobst. Mischfarben. Und die entstehen aus den Grundfarben. Und diese Grundfarben sind worin enthalten? In den Büchsen. In was denn für Büchsen? Mit dem Mischobst. Im Licht. Im Büchsenlicht. Ach, Büchsenlicht ist doch ganz was anderes. Büchsenlicht heißt es in der Jägersprache. Wenn ein Jäger in der Abenddämmerung schießen will und er kann nichts mehr kennen, dann hat er was? Seine Brille vergessen. Nein! Es dämmert. Beim Jäger. Wieso denn beim Jäger? Vielleicht ist ihm eingefallen, wo er die Brille gelassen hat. Nein! Es dämmert und das nennt man Dämmerzustand. Und wenn er also schießen will, so sagt man, er schießt im Dämmerzustand. Büchsenlicht! Ich rede vom Büchsenlicht. Was er sieht, ist alles grau in grau. Er trifft nichts. Oder ein Tier, das er gar nicht schießen will. Einen Esel. Wieso denn ein Esel? Der Esel ist ein Grautier. Schluss, Schluss, Schluss mit dem Unsinn. Hier haben Sie einen Bleistift und einen Zettel und nun schreiben Sie. Gern. Und an wen? Sie sollen aufschreiben, was mir fehlt. Ach, was fehlt Ihnen denn? Und ich dachte, Sie wären kerngesund? Gott, das ist ja nicht an den Himmel zu pinseln. Ja, ich schreibe auf. Was schreiben Sie auf? Pinsel. Haben Sie denn keine? Nur einen. Was denn für einen? Rasierpinsel. Malen Sie mit einem Rasierpinsel? In den selbensten Fällen. Also bitte, werden Sie nicht albern, ja? Nein, nein, ich schreibe schon. Also, einen Pinsel. Doch, nicht einen Pinsel. Wir brauchen mehrere. Sie wollten ja auch noch malern, nicht wahr? Bei mir? Ja, hätte ich ja beinahe vergessen. Ja, was wollen Sie denn bei sich malern? Mein Schlafzimmer. So, Ihr Schlafzimmer. Wie möchten Sie in Ihrem Schlafzimmer eigentlich haben? Eigentlich möchte ich mein Schlafzimmer schön ruhig haben. Ich meine, welche Farbe möchten Sie im Schlafzimmer haben? Im Schlafzimmer. Nun, ich dächte da so an Nachtblau. Ja, ja. Nachtblau. Aha. Und was ist mit der Decke? Damit decke ich mich zu. Mit der Zimmerdecke? Damit decke ich mich nicht zu. Die wird doch wohl weiß. Ja, ich weiß. Eine Decke muss man weißen. Verstehen Sie? Man muss weißen. Was muss man? Weißen. Entschuldigung, das muss man wissen. Man sagt weißen und man sagt aber auch wissen. Das ist mir neu. Aber man kann ja auch nicht alles weißen. Nein, da heißt es wissen. Also nochmal. Wie wird nun Ihre Decke? Die wird gewisst. Geweißt! Das habe ich gewusst. Machen Sie doch, was Sie wollen. Was kümmert mich denn Ihr Schlafzimmer? Ich nehme mir lieber eine Malerfirma. Zum Beispiel die Firma Rembrandt. Was? Der olle Rembrandt hat eine Firma. Quatsch! Rembrandt lebte doch 1606. Und so lange gibt es die Firma schon? Die Firma heißt doch nur wieder Maler aus Holland. Sozusagen aus Reklamegründen. Verstehen Sie mich denn nicht? Solange Sie nicht Holländisch sprechen. Ich kann doch gar kein Holländisch. Darum verstehe ich Sie auch gut so. Menschenskind! Warum reden Sie denn bloß so einen Käse? Sozusagen aus Reklamegründen. Herr Preil, da sind Sie ja endlich. Und ich dachte schon, Sie hätten meine Einladung vergessen. Aber wo werde ich denn? Ich wollte noch ein kleines Mitbringsel besorgen. Hier, die Blumen sind für Ihre Gattin und dieser Karton ist für Sie. Was sind das denn für Blumen? Tulpen. Ach, wie schön. Gerade die mag sie nicht. Oh, das tut mir aber leid. Ja, das hätten Sie sich sparen können. Ja, weil die Höflichkeit gebietet es. Und was ist mit dem Karton? Na, das ist ein Geschenk für Sie. Na, was sagen Sie jetzt? Die Höflichkeit gebietet es. Na, was ist es denn? Ich habe ein Spielemagazin für Sie ausgesucht. Ein Spielemagazin habe ich mir schon immer gewünscht. Sie wissen, was ein Spielemagazin ist, ja? Nein, keine Ahnung. War es teuer? Ganz schön, ja. Na, dann nehme ich es. Da sind die unterschiedlichsten Spiele drin. Die kann man alle spielen? Ja, sehen Sie her. Ein Spielbrett, auf dem können Sie erstens Schach spielen. Und zweitens kann ich es auch lassen. Warum denn das? Ich kann Sie nicht dauernd von Ihren sehen. Ist aber großzügig von Ihnen. Dann spielen wir eben was anderes. Bitte, wie Sie wollen. Es soll ja ein netter Abend werden. Abwarten. Noch haben wir nichts gespielt. Na? Oh, Herr Preil, sehen Sie mal hier. Hier habe ich ja ein Spiel für Sie. Ja, was? Mensch, ärgere dich nicht. Ich ärgere mich nie. Dann werde ich es eben mit meiner Frau spielen. Was ärgert Sie denn an Ihrer Frau? Jedes Wort. Aber man kann ja, wie ich sehe, noch mehr spielen. Ja, da Sie Schach ablehnen, kann man auf diesem Brett auch was anderes spielen. Das ist ja toll. Und was bitte? Dame. Aha. Wie bitte? Dame. Dame. Ja, Dame. Wir beide sollen Dame spielen. Warum fragen Sie das so komisch? Na ja, weil Sie mit mir Dame spielen wollen. Was ist denn dabei? Sie mit mir. Na ja. Und Sie glauben, das geht? Aber warum denn nicht Menschenskind? Warum sollen wir beide nicht Dame spielen? Ja, ist ja klar. Wir kennen uns schon so lange. Warum sollen wir nicht mal Dame spielen? Als Kinder haben wir ja auch Doktorspiele gemacht. Ach, das hat doch damit nichts zu tun. Naja, also ich weiß es ja nicht. Aber vielleicht erklären Sie mir mal, wie Sie so mit mir, was Sie so mit mir vorhaben. Ich meine, wie Sie mit mir Dame spielen wollen. Also, bitte sehen Sie sich dieses Brett genau an. Was stellen Sie fest? Es hat überhaupt keine Ähnlichkeit mit einer Dame. Ach, Quatsch. Sie sehen weiße und schwarze Felder. Nicht wahr? Und was sehen Sie noch? Immer noch keine Damen. Menschenskind, wo soll denn jetzt schon eine Dame herkommen? Na, Sie lassen garantiert gleich eine kommen. Sie sind jetzt erst einmal am Zug. Aha, geht schon los. Ich bin jetzt erst einmal am Zug. Mhm. Und was machen Sie nun? Ich hole die Dame ab. Was denn für eine Dame? Die, mit dem Zug mitgekommen ist. Ach, da ist doch keine Dame mitgekommen. Und was soll ich dann am Zug? Ach, mein Gott, verstehen Sie denn immer noch nicht. Was ist denn daran so schwer? Vielleicht der Koffer der Dame. Lassen Sie bitte den Koffer weg. So, nochmal von vorne. Sie nehmen einen Stein. Ich nehme einen Stein. Was machen Sie damit? Ich werfe ihn der Dame zu. Nein! Gut, ich werfe ihn der Dame nicht zu. Den schieben Sie diagonal über die Felder. Wiederholen Sie. Den schiebe ich kardinal über die Felder. Diagonal, das heißt schräg. Und was ist ein Kardinal? Eine schräge Dame. Das ist ein Kirchenfürst. Und den schiebe ich über die Felder? Ja, wo wollen Sie denn plötzlich einen Kardinal herbekommen? Vielleicht ist er auch mit dem Zug mitgekommen. Was weiß denn ich? Das ist ein dämliches Spiel. Das ist gar kein dämliches Spiel. Sie müssen nur aufpassen. Aber gut, wir haben ja noch mehr im Karton. Spielen wir was anderes. Na, das würde ich auch vorschlagen. Ja, dann spielen wir jetzt mal Mühle. Oh, fein. Das ist also eine Mühle? Ja, das ist Mühle. Ich hatte eigentlich eine Mühle anders in Erinnerung. Aber man kann sich ja auch täuschen. Wir können beginnen. Wo ist der Müller? Dabei gibt es doch keinen Müller. Keine Müller? Ah, verstehe. Die Mühle ist vollautomatisch. Ja, können Sie sich vorstellen, was hier drin klappert? Noch eine Mühle. Wieso denn? Na, weil das nicht so heißt. Es klappert die Mühle am Rauschenden. Das sind Steine. Verstehe. Die Mühsteine. Wollen Sie jetzt bitte endlich spielen? Ich könnte schon längst gewonnen haben. Na, also bitte. Nur noch eine Frage. Wenn ich mir das hier so betrachte, möchte ich zu gerne wissen... Was wollen Sie wissen? Wo kommt zum Beispiel hier das Mehl raus? Mehl? Sagen Sie mal, wollen Sie mich für dumm verkaufen? Ich frage Sie jetzt erstmal nach den Steinen. Welche Farbe wollen Sie? Blau. Können Sie mir bitte sagen, wo hier blau ist? Ach, hei, nicht dabei. Sicher ein gebrauchtes Spiel. Schluss jetzt, ich hab's satt. Tja, Mehl macht satt. Also was nun, weiß oder schwarz? Ich nehme weiß. Ich bin ein Müller für Weißbrot. Sie nehmen schwarz. Warum bitte? Sie essen doch immer Pumpernickel. Ach, ich merke schon, das hat alles keinen Zweck. Ich schlage vor. Sie schlagen vor. Ich schlage vor. Wir widmen uns jetzt mal den Karten. Das ist ein feiner Vorschlag. Was halten Sie davon? Ich schlage nach. Wir widmen uns jetzt den Karten. Was kennen Sie denn für welche? Also, da kenne ich Ansichtskarten, Landkarten. Bitte, ich meine was ganz anderes. Sie meinen ja immer etwas ganz anderes. Ja, ich meine zum Beispiel Spielkarten. Sehen Sie hier? So? Nun sagen Sie mir bitte, was das hier ist. Ein Kästchen. Und was ist in dem Kästchen? Karten. Zwei Kartenspiele. Und woher kommen diese Karten? Aus dem Kästchen. Was steht denn hier? Rommi. Ah, die kenne ich. Was, wen kennen Sie? Rommi Schneider. Die Schauspielerin heißt Rommi Schneider. Aber das hier sind französische Spielkarten. Und woher kommen die? Aus Frankreich. Aus Altenburg. Guck an. Ja, guck an. Und wo liegt jetzt Altenburg? In Frankreich. Quatsch. Im fruchtbaren Hügelland westlich der Pleiße. Und wo fließt die Pleiße? In Frankreich. Nein, verdammt nochmal. Dann weiß ich es auch nicht, verdammt nochmal. Das ist ein rechter Nebenfluss der weißen Elster. Und ich dachte, die Elster ist ein Vogel. Der isst sie doch auch. Zurück zum Rommi. Rommi heißt das Spiel. Es kommt aus Altenburg, der Stadt der Spielkarten. Was kennen Sie noch? Speisekarten, Ansiskarten, Eintrittskarten, Autokarten. Nein. Doch, ich weiß das jetzt ganz, 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 ganz genau. Ich weiß es aber, ich meine Spielkarten. Sehen Sie hier. Was ist zum Beispiel das für eine Karte? Eine schöne Karte. Was ist das für eine Figur? Ein Ritter. Das ist ein Bube. Das kann nicht sein. Wieso denn nicht? Bei dem Vollbart. Trotzdem ist es ein Bube. Sicher ein böser Bube. Es ist ein Kreuzbube. Na also. Was heißt na also? Mein Vater sagte immer, es ist ein Kreuz mit dem Buben. Bitte, wir reden jetzt nicht von Ihrem Vater. Schade. Mein Vater spielte gern mit Karten. Das mag ja sein. Aber jetzt erst mal zu dieser Karte. Wer ist das hier? Also, da möchte ich beinahe sagen, das ist der Vater von dem Buben. Das ist der König. Mein Vater war doch kein König. Aber wir reden denn hier von Ihrem Vater. Hier auf der Karte ist der Herzkönig. So. Und wer ist das hier? Die Frau vom König. Unsinn. Die Mutter vom Buben. Bube, Dame, König haben keine familiären Beziehungen. Na, das finde ich auch ein starkes Stück. Keine familiären Beziehungen, aber ein Kind haben. Na, was denn für ein Kind? Na, die ist ein halbstarken Buben. Mein Gott, was reden Sie denn für einen Blödsinn zusammen? Wie wollen Sie da Karten spielen? Wer sagt denn, dass ich das will? Wir können ja auch was anderes spielen. So. Und was? Zum Beispiel Milano. Kennen Sie Milano? Natürlich kenne ich Milano. Das ist eine Stadt in Norditalien. Aber, Herr Preil, Milano ist ein Spiel mit Holzstäbchen, die man einfach hinschmeißt und wieder aufsammelt, ohne zu wackeln. Was Sie meinen ist Mikado, ein Stäbchenspiel aus Japan. Aber wir wollten doch jetzt Karten spielen. Gut. Spielen wir Karten. Langsam, langsam, langsam. Ich möchte erst noch feststellen, ob Sie die anderen Karten im Spiel auch kennen. Ich kenne alle Karten von Altenburg bis zu diesem ordinären Fluss. Ordinären Fluss? Da hinten mit Eise. Das war die Pleiße. Pleiße? Dann muss ich das falsch verstanden haben. Ach, was ist das hier für eine Karte? Eine schöne Karte. Das ist ein Ass. Ein schönes Ass. Kurz. Ein schönes Ass. Kurz. Ein schönes Ass. Womit spielen Sie lieber? Mit deutschen oder französischen Karten? Mit englischen. Ach, englische gibt es doch gar nicht. Und was spielt der Engländer? Golf. Ohne Karten? Mit einem Schläger. Und wenn er verliert, dann verprügelt er mich. Ach, was? Das ist doch kein Spieler, der um sich schlägt. Er spielt mit einem Schlagstock. Damit schlägt der Golfer den Ball wohin? In den Golfstrom. Wieso denn das? Er wird seine Gründe haben. Ach, das ist doch alles Schwachsinn. Das finde ich allerdings auch. Können wir nun mit den Karten beginnen? Ja, das ist mir recht. Also, welche Karte wollen Sie nun? Hm, vielleicht von jedem Spiel die Hälfte? Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Was denn nun schon wieder? Also, jetzt würde ich gerne den Schlagstock benutzen. Nein, in den französischen Karten heißt es Dame. Und in der deutschen Karte heißt es Ober. Was schließen wir daraus? Daraus schließe ich, dass es hier um ausschließliche Damenbedienung geht. Verkehrt! Es geht um Kartenbegriffe. Verstanden? Es war ja laut genug. Ja, im französischen Spiel heißt er Unterbube. Was folgern Sie daraus? Daraus folgere ich, das Unterhaus ist ein Bubenhaus. Ach so, so ein Unsinn! Sehen Sie hier, das ist Schellen. Ich sehe es, aber sollte man nicht besser sagen, man hört es Schellen. Besser, ich frage umgekehrt. Was ist Karo? Das fragen Sie noch? Kennen Sie denn nicht den bissigen Hund von Marleski? Also, Sie begreifen es nicht, Sie begreifen es nicht. Hören Sie doch genau hin, was ist Karo? Der isst nicht, der frisst am liebsten Hundekuchen. Also, wollen wir nun Karten spielen oder nicht? Ich warte schon eine ganze Stunde drauf. Bitte, hier haben Sie Ihr Blatt, ja? Bitte mischen. Gut, ich mische mein Blatt. Was machen Sie denn? Was wollen Sie denn auf diese Weise spielen? Herbst. Was soll das denn sein? Die Blätter sind gefallen. So. Ah, die scheinen doch besser zu sein. Was? Lassen Sie meine Karten in Ruhe. Sind Sie noch zu retten? Was ist denn das für eine Spielregel? Meine. Ach, das geht doch so nicht. Jetzt einmal Trumpf auf den Tisch. Was ist jetzt wieder los? Sie sollen jetzt den Trumpf auf den Tisch legen. Was Sie alles von mir wollen. Aber bitte, ich bin ja kein Kartenverderber. Lassen Sie gefälscht Ihren Schuh an. Wer soll denn das aushalten? Das verbitte ich mir. Meine Strümpfe sind sauber. Ach, Strümpfe ohne. Spielen Sie doch nun endlich aus, verdammt nochmal. Mal. Jawohl. Ich spiele aus der Hand. Sie dürfen sich eine ziehen. Aber wir spielen doch nicht Quartett. Na, weiß ich doch. Wir haben ja auch gar keine Instrumente dabei. Schuss! Aus! Aus! Ich spiele nicht mehr. Sie beherrschen ja keine einzige Spielregel. Sie beherrschen keine einzige Spielregel. Das ist ja gar nicht wahr. Ich beherrsche regelmäßig alle Regeln. Zum Beispiel die französischen und auch die deutschen Kartenregeln. Die Engländer kennen das nicht. Die spielen dafür Golf. Es wird meist in der Nähe des Golfstromes gespielt. Dazu benötigen sie Schläger, die sich Golfschläger nennen und meist bärtige Kreuzbuben sind. Vorsicht aber vor den englischen Hunden, die da Caro heißen. Eine unverständliche Regel ist es, die Strümpfe auf den Tisch zu legen, weil das Spiel ein sehr gemischtes ist. Finden öfters Ritterspiele statt, die sie Kreuzstechen nennen. Weil ich mit diesen Schlägerbanden nichts zu tun haben will, haue ich jetzt... Aber bitte, wo wollen Sie denn hin? Zu Romy Schneider nach Altenburg. Was wollen Sie denn da? Ihr Sagen, mit ihnen zu spielen ist eine einzige... Pleiße. Da sitzt man nun vor seiner Schreibmaschine und überlegt und überlegt und findet schließlich alles gar nicht mehr so komisch, was da auf dem Papier steht. Naja, vielleicht liegt es daran, dass man etwas Komisches schreiben wollte. Aber was, was ist schon komisch? Na gut, schön, die Schachpartie, Hoppegarten, der Klavierkauf, das war sicher alles sehr ulkig. Und das Publikum hatte ja auch mächtig darüber gelacht. Dabei bin ich eigentlich nur bemüht, Rolf Herr recht ernsthaft darüber aufzuklären, was es im Leben Wissenswertes gibt. Und dann sagt man uns nach, wir zankten uns dabei. Naja, so war es ja wohl schon immer, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und der lachende Dritte ist nun mal das Publikum. Ich habe die deutsche Sprache ja nicht erfunden und dass manche Worte in ihrer Doppelsinnigkeit Verwirrung stiften. Zum Beispiel, nehmen Sie das Wort anbauen. Man kann an seinem Hause etwas anbauen. Man kann aber auch im Garten etwas anbauen. Wobei man bei letzterem Anbauen anpflanzen meint. Natürlich kann ich an meinem Haus keinen Balkon anpflanzen, das ist doch logisch. Aber es ist eben kompliziert. Ach, meinen Sie nicht? Na bitte, dann hören Sie mal zu. Sehen Sie mal, Herr Herrrich, weil Sie nichts tun für Ihre Gesundheit, darum sind Sie immer so müde. Jedes Mal, wenn ich Sie treffe, sind Sie müde. Da haben Sie recht, Herr Preil. Jedes Mal, wenn ich Sie treffe, wäre ich sofort müde. Na, 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 na. Ich wollte sagen, jedes Mal, wenn ich Sie treffe, wollte ich Sie schon immer bitten, Herr Preil, was kann ich tun gegen diese Müdigkeit? Was kann man dagegen tun? Frische Luft schnappen. Frische Luft. Spaziergänge. Spaziergänge. Gartenarbeit. Ja, sehen Sie mal, Gartenarbeit. Ich schlage Ihnen sogar vor, kaufen Sie sich mal eine kleine Parzelle. Ja, die nehme ich an die Leine und mache damit Spaziergänge. Moment, Moment, wen nehmen Sie an die Leine? Die kleine Garzelle. Nein, ich sagte nicht Garzelle, ich sagte Parzelle. Eine Parzelle ist ein kleiner Garten und eine Garzelle ist... Ist ein großer Garten, ja. Nein, das ist eine Antilope. Ach, und die nehme ich an die Leine und gehe damit spazieren. Aber nicht doch, die leben doch in Nordafrika. Ja, dann geht's ja nicht, so lange Leinen gibt's ja nicht. Sag ich mal, wollen Sie mich nicht verstehen oder was ist los? Gern, 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 Herr Preil, aber das ist die Müdigkeit. Ach, die Müdigkeit. Ich sagte ja eben, Sie brauchen einen Garten. Ich brauche keinen Garten. Wieso brauchen Sie keinen Garten? Ja, was soll ich mit zwei Gärten, nicht? Ach, Sie haben schon einen Garten? Ich habe schon einen, ja. Na ja, warum sagen Sie das denn nicht gleich? Wir sprechen ja hier von Antilopen und sowas. Aber nein, wir reden auch vom Garten, bitte schön, ja. Nun erzählen Sie mal was über den Garten. Ja. Was haben Sie denn so angebaut? Ich habe im letzten Sommer einen Schuppen angebaut. Nein, ich meine mit anbauen, anpflanzen. Ja, wie Sie wollen. Also ich habe einen Schuppen angepflanzt. Aber nicht doch. Bitte, bitte, nicht missverstehen. Also gut, bleiben wir erstmal beim Schuppen. Bitte. Was haben Sie in dem Schuppen drin? Geräte. Na ja, was für Geräte? Auch schöne Geräte. Na ja, haben Sie eine Hacke? Das verbitte ich mir. Na ja, Mensch. Ich meine doch, mit Hacke meine ich ein Gartengerät. Genau wie eine Harke. Ah ja, eine Harke habe ich. Ja, die kann ich Ihnen zeigen, wenn Sie mal kommen. Nein, die brauchen Sie mir nicht zu zeigen. Ich kenne doch eine Harke. Ja, man sagt doch so, dem werde ich zeigen, was eine Harke ist, nicht? So, und was machen Sie zum Beispiel mit der Harke? Damit harke ich. Ja, oder? Ich harke nicht. Pflegen Sie damit Ihre Gartenwege? Ja, natürlich. Pflegen Sie damit Ihre Beete? Auch die Beete, ja. Auch die Beete? Ja, ja. Sie haben Beete? Ja, natürlich habe ich Beete. Ach, Sie haben Beete. Beete über Beete. Also ich habe rote Beete, schwarze Beete, grüne Beete, gelbe Beete, lauter bunte Beete. Ja, nur erzählen Sie hier keinen Kohl, nicht? Ja, Kohl habe ich auch. Ja, ja. Schweißkohl, Rotkohl, Grünkohl, Braunkohl, also reinste Blumenkohl. Also damit wollen Sie wohl dokumentieren, dass Sie auch Blumen haben, ja? Ja, natürlich habe ich Blumen. So. Ja, ja, ja. Gleich, wenn Sie reinkommen, bei mir in den Garten, da ist links, da sind die Schwiegermütterchen. Was? Stief. Nein, stehen gerade, nicht schief. Also die sind vollkommen klar. Und da habe ich die Glöckchen, die Schneeglöckchen, die Maiglöckchen, die Osterglöckchen, das ist ein Gebimmel den ganzen Tag herbstfrei. Also reden Sie doch keinen Unsinn. Moment mal eine Frage, haben Sie zufällig auch meine Lieblingsblume? Ja, bestimmt, ja, ja. Ja, ja, bestimmt, Sie wissen ja noch gar nicht welche. Ja, ich vermute Löwenmaul. Bitte! Hyazinthen! Ja, ganz hinten! Ja, da habe ich die, da habe ich die Klodalien, diese... Moment, bitte wen? Die Klodalien, kennen Sie wieder nicht, das sind die großen bunten Dicken, die langen, die Klodalien, na die... Sie meinen Gladiolen. Ne, meine ich bestimmt nicht, ich habe ja keine Krokodile im Garten, nicht? Moment, da verwechseln Sie jetzt mit Alligatoren. Verwechseln überhaupt nicht, das kenne ich, da gibt es ein Musikstück, das heißt Einlauf der Alligatoren. Na, nicht doch, nein, 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 nein. Das ist der Einzug der Gladiatoren, ja? Und Gladiatoren sind römische Schwertkämpfer. Schwertlilien. Schwertlilien sind Blumen. Eben, ja. Blumen, eben, ja, aus der Familie der Hesperis. Ne, kenne ich nicht, ich kenne nur die Familie Krüger, wohnt nebenan bei mir. Aber nicht doch, das sind doch Nachtschattengewächse. Nein, sind... Kann nicht sein, sind nette Leute, haben mir neulich erst Tomatenstauden geschenkt. Tomaten? Ja, Tomaten. Tomaten, das sehen Sie mal an, das sind doch auch Nachtschattengewächse. Das ist ja wunderbar. Gar nicht wunderbar, waren so klein und mickrig diese. Na ja, klar, zu Anfang sind sie so klein und mickrig, denn die brauchen ordentlichen Dünger. Ja, ja, was für Dünger? Ordentlichen Dünger. Sehen Sie mal, Sie haben Ihre Tomaten also in Reih und Glied gepflanzt. Ja, habe ich gemacht, ja. Ja, was haben Sie dann gemacht? Dann habe ich die Tomaten gegessen. Als Sie noch ganz klein waren. Als ich noch ganz klein war, habe ich auch schon gern Tomaten gegessen. Nein, als die Tomate noch ganz klein war, haben Sie sie doch gedüngt. Da habe ich sie gedüngt, ja. Ja, sehen Sie mal, und womit haben Sie sie gedüngt? Da habe ich sie gedüngt. Na, nur zum Beispiel mit Phosphor. Ah ja. Ja, und warum? Damit Sie nachts im Schatten besser leuchten. Bitte! Sie haben gesagt, das sind Nachtschattengewächse. Na, sagen Sie mal, was sind Sie denn für ein Gärtner? Ein guter. So, eine andere Frage, eine ganz andere Frage. Bitte. Kompost. Ja, Post kommt zweimal in der Woche. Briefträger. Ich rede von einem Haufen. Ja, manchmal kommt ein Haufen Post, nicht? Das ist verschieden, manchmal weniger. Bitte schön. Ich rede von einem Komposthaufen. Jeder macht doch in seinem Garten einen Haufen. Ja, also ich nicht. Jeder gute Gärtner macht in irgendeiner Ecke einen Haufen. Ja, das tut mir leid für die anderen Gärtner. Mein Garten bleibt sauber. Auch wenn was heißt denn sauber hier? Sauber, sauber. Apropos sauber. Ja. Müssen Sie Ihr Wasser eigentlich pumpen? Nein, ich brauche mir nichts zu worgen, weil ich habe gleich hinterm Haus einen kleinen Bach, der plätschert da so lang. Aber Sie haben einen Bach? Einen kleinen Bach, ja. Das ist ein Wassergrundstück. Ja, natürlich. Das ist ja wunderbar. Das ist ja richtig bequem. Sehr bequem, ja. Was können Sie da zum Beispiel machen? Ja, ich könnte es mir bequem machen. Nein. Ich meine, da können Sie doch jede Zeit Ihren Garten sprengen. Könnte jeder. Sollen wir einen Garten sprengen? Ja, natürlich, zum Beispiel das Obst. Das Obst soll ich sprengen? Na, die Äpfel. Ach so, darum sagt man Granatäpfel. Ach bitte. Was wissen Sie von der Gärtnerei? Nichts. Kennen Sie Äpfel? Kennen Sie zum Beispiel einen Klarapfel? Na klar kenne ich einen Apfel. Gibt es zum Beispiel einen Gallensteiner nicht? Nein. Den gibt es nicht, denn der heißt Grafensteiner. Ach so. Und dann gibt es den Holzkopf. Bitte? Das ist nicht der Holzkopf, das ist der Bosskopf. Sagen Sie mal, Herr Herrich, ich habe Sie im Verdacht, Sie wollen mich hier veräppeln. Nein, keineswegs. Über, also das liegt mir fern. Na? Ja, aber. Na, eine andere Frage. Wo spielt der Apfel eine ganz bedeutende Rolle? Beim Apfelmus. Nein, am Theater. Ach so, da meinen Sie Schneewittchen. Nein, meine ich nicht. Ne. Wo steht geschrieben, durch diese hohle Gasse muss er kommen? In der Straßenverkehrsordnung. Nein. Bei Wilhelm Tell. Und dieser Wilhelm Tell, ja? Ja. Der schoss wohin? In die hohle Gasse. Nein. Der schoss auf einen Apfel. Und wer hatte den Apfel auf dem Kopf? Schneewittchen. Aber nicht noch. Der Sohn. Ach, der Sohn von Schneewittchen. Von Wilhelm Tell. Schneewittchen hat den Sohn von Wilhelm Tell? Ach nein, ist denn das die Möglichkeit? Was Sie hier so... Das ist ein Drama. Und in diesem Drama Wilhelm Tell schoss der Vater Tell auf den Apfel, den sein Sohn auf dem Kopf hatte. Ist das klar? Das ist klar. Ist das völlig klar? Völlig klar. Und warum schoss er auf den Apfel? Es war ein Klar-Apfel. Also, ich verruf die Möglichkeit. Mensch, das ist ein klassisches Drama. Aha. Ja, sehen Sie, ich habe den Tell, habe ich selbst einmal gespielt. Ja, da muss ein Drama gewesen sein. Herr Herricht. Ja? Ich habe eine Idee. Ach du liebe Zeug. Was heißt ach du liebe Zeug? Na ja, ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt haben Sie einen Laden. Sie heißen Tell und Sie verkaufen Apfel. Ich muss da rein, muss die Äpfel kaufen. Nein, nicht doch. Diesmal nicht verkaufen. Diesmal spielen wir beide Theater. Ach ja. Was machen wir? Wir beide spielen Theater. Nein. Ja, die berühmte Apfelschussszene. Ja, die spielen wir beide, damit Sie sie kennenlernen. Ja, gut. Aber Herr Paltz, Sie nehmen den Apfel auf den Kopf, ich schieße. Nein, 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 nein. Der Wilhelm Tell ist meine Rolle. Den Text von den anderen Rollen kann ich gar nicht. Ja, wenn ich erst geschossen habe, brauchen Sie keinen Text mehr. Bitte? Wilhelm Tell ist meine Rolle. Sie spielen den Walter. Nehmen Sie mal den Apfel. Ja. Ach, und Sie haben die Pistole. Das ist doch keine Pistole. Keine Pistole. Na, was ist das? Das ist eine? Eine. Armbrust. Ah. Sehen Sie mal, das ist ein Ding, was? Ja. Das hier vorne ist der Bogen. Ja. Und das hier hinten ist die Brust. Nein. Das hier ist die Pfanne. Ah ja. Und was kommt in die Pfanne? Ach, der Apfel. Machen wir Brattapfel. Nein. In die Pfanne kommt der Pfeil. In die Pfanne kommt der Pfeil. Bitte. Sie stellen sich jetzt da drüben hin. Ich? Da drüben hin. Ich bleibe hier stehen. Jawohl. Sie legen den Apfel auf den Kopf. Mach ich. Und ich lege die Armbrust an. Herr Pau, wenn ich jetzt den Apfel auf dem Kopf habe, bin ich dann der Sohn? Das habe ich ihm landenbreit erklärt. Sie sind jetzt mein Sohn. Ist recht, Vati. Bitte. Also, los, wir können. Äh, Vater, schießt du dahin, wo du hinguckst? Natürlich. Oh, dann muss ich den Apfel hier hinhalten. Schluss, jetzt geben Sie den Apfel her, nehmen Sie die Armbrust. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie man einen Sohn darstellt. Aha. Ja, warum denn nicht gleich so? Also, jetzt nehmen Sie den Apfel auf die Birne. Und, äh, bitte. Bist du bereit, mein Junge? Frisch, Vater, zeig, dass du ein Schütze bist. Was ist jetzt wieder los? Das ist klassischer Text. Ah. Und Sie müssen sagen, öffnet die Gasse. Platz. Muss ich sagen? Ja, das ist ja selbstverständlich. Jetzt. Jetzt. Öffnet die Kasse. Oder ich platz. Nein! Kleinschenskind ist denn das so schwer? Herr Schweigengel, isst deinen Apfel. Du brauchst Vitamine. Sonst rufe ich die Mutter, die Telltellerine. Ja. Gut, ich gebe Ihnen recht. Das klingt schon amüsant. Aber es ist doch reichlich verwirrend. Uns selbst macht es zwar auch immer wieder einen Heidenspaß, mit Worten und Begriffen zu jonglieren, sodass man oft meint, in ein unentwirrbares Gestrüpp geraten zu sein. Sehen Sie, das, was bei unseren Zuschauern und Hörern diese Lachstürme auslöst, sind eigentlich oft Schockwirkungen, da Sie sich selbst ertappen, an eine ganz andere Wortdeutung gedacht zu haben. So, und nun noch etwas zu den Aufnahmen. Das sind natürlich alles Mitschnitte. Mitschnitte aus den verschiedensten Veranstaltungen und daher in der Wiedergabe recht unterschiedlich. Aber uns kam es auf die Publikumsresonanz an. Sie ist oft so mitreißend, dass es Ihnen sicher auch Freude machen wird, sich diesem Kreis anzuschließen. Gemeinsam lacht es sich nun mal besser. Setzen Sie sich mal allein vor einen Fernseher und betrachten Sie ein Lustspiel oder das gleiche unter vielen Zuschauern im Kino. Apropos Kino. Nur das ist ja ein herrlicher Übergang. Eine Kinosszene ging mir nämlich schon lange durch den Kopf. Aber welcher Stoff eignete sich am besten, ihm komische Seiten abzugewinnen? Da kam mir nun an einem Fernsehabend der Krimi zu Hilfe. Ein Krimi von Edgar Wallace. Und die Kino-Krimi-Szene konnte beginnen. Ich habe nämlich wenig Zeit. Ich möchte nämlich jetzt gerne ins Kino gehen. Sie gehen ins Kino? Ja, gehen Sie jetzt ja nicht gerne ins Kino. Oh, ich gehe gerne ins Kino. Nicht oft, aber gern. Aha, wie war es denn? Aufregend. Wieso aufregend? Ich hatte meine Eintrittskarte vergessen. Typisch, typisch. Typisch. Ich dachte schon, Sie hätten einen Krimi gesehen. Nein, in Krimis gehe ich ja nicht. Was, Sie gehen nicht in Krimis? Wieso nicht? Das ist mir die Handlung zu kompliziert. Was, die Handlung? Jeder sieht heute Krimi. Jeder liebt Krimi. Krimi gehört da zum guten Ton. Nee, aber trotzdem, Herr Breit, ich verstehe Krimis nicht. Was? Ich weiß aber nicht, wer ist der Täter und so und die vielen Figuren. Sagen Sie mal, gehen Sie in den Krimi? Ja, ich gehe jetzt. Ach, Herr Pall, das ist natürlich eine Idee. Ich komme mit, Sie erklären mir alles. Da verstehe ich sogar einen Krimi. Nein, 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 nein. Außerdem bekommen Sie auch gar keine Karte mehr. Naja, nur eine Karte wird man ja wohl noch kriegen. Wetten, dass Sie keine Karte mehr bekommen. Ich kann es doch versuchen. Sie können es versuchen, aber ohne mich, denn ich gehe jetzt. Denn ich möchte den Anfang meines Krimis nämlich nicht verpassen. Der Anfang eines Krimis ist nämlich das Wichtigste. Ja, gerade bei einem Edgar Wallace. Sonst versteht man den so schlecht. Ach, der spricht wohl undeutlich. Sagen Sie mal, kennen Sie Edgar Wallace nicht? Nein, ich kenne keine Filmschauspieler. Das ist ein ganz berühmter Schriftsteller. Und der spricht undeutlich? Der schreibt. Ach, der schreibt undeutlich. Blödsinn. Der schreibt Blödsinn und dann ist der berühmt. Das ist ein Engländer. Und mit dem gehen Sie ins Kino. Ein Edgar Wallace erwartet mich im Kino. Ach, der ist schon da, der wartet auf Sie. Das ist ja prima, das ist schon nett. Das ist ein Kriminalschriftsteller, der hat viele Bücher geschrieben. Kennen Sie zum Beispiel den Hexer? Nein, kenne ich nicht. Kennen Sie den Zinker? Nein, kenne ich auch nicht. Und mit allen dreien gehen Sie ins Kino? Ich gehe mit niemandem ins Kino. Du hast ja drei Karten übrig, ich könnte mir doch eine abgeben. Nein, ich gebe Ihnen keine, aber ich habe nämlich nur eine Karte. Ich möchte im Kino meine Ruhe haben. Ach. Der Film ist nämlich sehr schwierig und sehr kompliziert. Der heißt, her mit dem Zaster. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Da geht es um Geld, um eine Bank und eine schöne Frau. Ach, und die fährt den LKW. Was denn für ein LKW? Was sagten Sie nicht? Her mit dem Laster. Ach, Quatsch, meinst du? Nicht Laster, ich sagte, her mit dem Zaster. Und Zaster ist Jargon. Ach, das ist Jargon. Was? Das ist Jargon. Dann das nur wieder. Ja. In den englischen Krimis, da sprechen doch die Verbrecher eine ganz besondere Sprache. Nämlich Englisch. Nein, Jargon. Ja? Jargon. Ja, muss ich Ihnen noch einen Verbrecher-Jargon erklären? Wäre schön. Wäre schön. Ja, sagen Sie zum Geld immer Geld? Bitte? Wenn Sie Geld bekommen, was sagen Sie da? Donnerwetter schon, wieder so wenig. Nein! Naja, Sie nicht, Sie haben wahrscheinlich genug. Kennen Sie den Ausdruck Lappen? Lappen kenne ich, ja. Ja, wo kommt der vor? Vorwiegend in Lappland. Nein, das ist Jargon. Ach, das ist Jargon. Das ist Jargon. Und das ist Jargon, wenn ich zum Beispiel zu Ihnen sage, na, Sie haben aber Zorn in der Hose. Ja, das ist eine Schweinerei. Das ist eine Schweinerei. Aber eine echte. Nein, das heißt volle Brieftasche. Das heißt volle Brieftasche. Wie war das? Das heißt Zorn in der Hose. Das Jargon. Das ist Jargon, ja. Was ist denn? So sprechen die Verbrecher. Ja, im Krimi. Im Krimi. Aber wenn Sie es nicht glauben, hier lesen Sie im Filmspiegel, da steht alles drin, was Sie über den Inhalt dieses Filmes wissen müssen. Bitte. Hier. So, bitte sehr. So. Krimi. Na, Krimi. Nur lesen Sie mal. Was steht da? Nichts. Bitte, was steht da? Nichts konnte Eddie davon abhalten, in dieser Nacht den Plan auszuführen. Dichter gelber Nebel lagerte in den Straßen. Die Straßenlaternen waren kaum sichtbar. Das ist ja gruselig. Ein Krimi muss ja auch gruselig anfangen. Man muss gruselig anfangen. Sehen Sie mal, an der nächsten Ecke passiert nämlich schon ein Überfall auf eine Bank. Auf eine Bank? Auf eine Bank. Eine ganz besondere Bank. Eine Eckbank. Nein. Kennen Sie denn keine Bank? Natürlich kenne ich Bänke. Nein, nicht Bänke. Banken. Die Einzahl heißt Bank und die Mehrzahl heißt? Bänke. Banken. Im Gegensatz zu Schrank. Da heißt es? Schranken. Nein. Schränke. Aber ich weise Sie in die... Schränke. Nein, Schränke. Nicht, dann machen Sie mich nicht schuldig. Ja, für ein Krimi braucht man harte Nerven. Bitte. So, also, Herr Palm. Aber das Beste, wir machen es wie immer. Sie erklären es mir anhand eines praktischen Beispiels. Was? 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 Eine Szene spielen? Eine Szene spielen. Wir spielen den Krimi, dann verstehe ich ihn. Was? Sie spielen hier diesen, diesen Eddie. Ja, das ist doch der Ganove. Das passt ja prima. Na? Aber dann ganz von vorne bitte, damit nichts schief geht. Dann müssen wir das so machen. Ich erkläre Ihnen einen ganz normalen Vorgang auf einer Bank. Wir nehmen mal diesen Tisch, ja? Den Tisch, ja. Das ist jetzt unsere Bank. Ach, der Tisch ist eine Bank. Der Tisch ist eine Bank. So, und jetzt? Na, jetzt komme ich und frage. Ach, Entschuldigung, ist noch ein Plätzchen frei? Nein, das ist doch keine Sitzbank. Ach so. Der Tisch ist jetzt ein Schalter. So, und ich, ich stehe jetzt hinter dem Schalter als Haupt... Schalter. ...Haupt Kassierer. Aha. Ja, und Sie kommen rein. Und ich kassiere. Nein, Sie sind jetzt die Kundschaft. Ach, das hätten Sie doch gleich sagen. Das habe ich doch gesagt die ganze Zeit. Alles klar, ich komme. Was machen Sie denn da? Ich kundschafte. Ach, was kundschafte? Ich meine, ich lese erst mal die Öffnungszeiten. Lassen Sie den Blödsinn sein, kommen Sie jetzt gefälligst rein. Bitte schön. So, haben Sie einen Drehwurm? Drehzür. Hat ein bisschen zu viel Schwung. Entschuldigung. Also bitte jetzt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Herr Hauptmann. Hauptkassierer. Oder so. Guten Tag, meine Herren. Sie wünschen? Ich wünsche, ja, ich wünsche... So, jetzt müssen Sie Geld abheben. Ich muss Geld abgeben? Ich habe nicht einen Pfennig. Nicht abgeben, abheben. Ich habe das Geld, ich zahle es Ihnen aus. Sie haben zum Beispiel ein kleines Formular ausgefüllt und auf dieses Formular hin, zahle ich Ihnen jetzt 100 Mark aus, ja? Ist das klar? Wir nehmen mal mein Geld hier, damit das besser gespielt werden kann. So, ich zahle Ihnen jetzt, wie Sie sehen werden, das Geld aus. So, so macht man das. Einfach bitte. So, mein Herr, was ist das? Das Betro. Bitte, was ist das? Sie sprachen von 100 Mark, das sind nur 5. Oh nein, es geht nochmal, wir spielen doch bloß. So, bitteschön. So, was ist das? Das sind 2,50 Mark Scheine. Das ist ein ganz normaler Vorgang auf einer Bank. Ach, das ist ein ganz normaler Vorgang? Jawohl. Haben Sie das endlich verstanden? Nein, ich glaube nicht. Was? Wieso denn nicht? Müssen wir gleich nochmal machen, nicht? Moment, jetzt kommen wir nämlich zum Clou. Wissen Sie was? Jetzt spielen wir nämlich mit dem Geld, ja, die Filmszene. Ah, jetzt kommt der Grimm. Jetzt kommt der Grimm. Fangen Sie auf, ich werde Ihnen zeigen, wie raffiniert dieser Eddie auf der Bank vorgeht, ja. Ja, und so kommen Sie, ich spiele jetzt mal den Kassierer. Ah, ich? Ich spiele jetzt den Ganoven. Ja, endlich mal eine richtige Fachrolle für Sie. Bitte? Alles klar, wir können. So, Kragen hoch. Jawohl, ist noch. Sie doch nicht. Ich kann mich erkälten, na, ist ja klar. Passen Sie auf, Eddie kommt. Eddie, Eddie, guck, guck, hier bin ich. Sie dürfen mich doch nicht bemerken. Ach, ich darf Sie nicht bemerken. Nein. Kommen Sie am besten nochmal. Ich komme ganz unauffällig zu Ihrem Schalter. Ja. Passen Sie auf, so rum, unauffällig. Jetzt bin ich da und ich bemerke nichts. Natürlich, jetzt bemerken Sie etwas. Jetzt bemerke ich etwas. Ja, und was bemerken Sie? Etwas Bemerkenswertes. Na, was ist das? Das ist eine Pfeife. Das ist keine Pfeife, das ist eine Pistole und ich nehme dazu nur meine Pfeife. Denn ich will was von Ihnen haben. Na, vielleicht Feuer. Nein. Geld. Und warum? Damit Sie sich ein Feuerzeug kaufen können. Nein, Mensch, es geht nochmal. Was bin ich? Sehen Sie doch her. Sie sind eine Pfeife. Mensch. Ich bin ein Ganove. Wir waren Freiländer und das wissen wir alle. Entschuldigung. Also, alles klar. Her mit den Mäusen. Ja, würde ich in der Zohhandlung versuchen. Ist gleich hier. Her mit den Piepen. Das ist zum Piepen, was Sie alles wollen. Wirklich. Hints up. Ja, wo ist was ab? Hands up. Das heißt Hände hoch. Das ist Englisch. Ich bedrohe Ihr Leben. Ich will das Geld. Ja, warum schreien Sie denn so? Da liegt es ja. Nun, nehmt es doch. Es gehört doch Ihnen. Ey, es geht doch. Sie begreifen es nicht. Sie begreifen es nicht. Ich habe es von Anfang an gesagt. Ich verstehe Krimis nicht. Na, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Ach doch. Wir könnten die Rollen vielleicht mal tauschen. Was tauschen? Darf ich mal Ihre Pfeife rauchen? Haben. Eine Frage noch, Herr Pfeil. Ja, bitte. Wann fing der Krimi an? Ich habe Ihnen schon mal gesagt, Sie bekommen keine Karte mehr. Jetzt lassen Sie mal meine Sorge sein. Also, ich bin der Eddi. Doch, Herr Wettler, ist das hier eine Bank? Unauffällig. Eine ganz unauffällige Bank. Ich darf Sie doch nicht bemerken. Haben Sie da irgendetwas zu bemerken? Jetzt erst einmal Hände ab und zu mal hoch. Oder wie das? Gut, 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 gut. Halt Sie Ihren Jargon, sonst hören Sie die Mäuse piepen. Hier ist das Geld. Ich will kein Geld. Ich will die Brieftasche. Wollt ich meine Brieftasche auf? Ich habe vielleicht eine Wut in der Jacke. In der Hose? Ich habe doch Jacke wie Hose. Hier will ich es geben. Nehmen Sie doch alles, verdammt mal. Ich will nicht alles, ich will nur die Kino, Papa. Hose! Hose! Nun hören Sie sich das an. Man sollte meinen, ich wohnte im Walde. Diese geschwätzige Dame, die ihren Schnabel nicht halten kann, ist Erna. Erna, unser Stubengeier. Auf Lateinisch Melopsitacus undulatus. Oder zu Deutsch der Wellensittich. Da staunen Sie. Ja, aber so etwas musste ich alles erforschen, da ich durch unsere Erna erst auf die Idee kam, einmal eine Szene über unsere kleinen Freunde zu schreiben. Ich stellte es mir ganz lustig vor, Rolf Herricht als zukünftiger Haustierbesitzer, sei es nun Hund, Katze oder Vogel, und ich als erfahrener Tierexperte, der schon einen Vogel... Naja, ich will nicht vorgreifen. Ich hatte es mir leichter gedacht und hoffte Rolf Herricht zu überzeugen, dass die Haltung von Haustieren nicht ganz einfach sei. Denn wenn man sich ein Tier anschaffen will... Ja? Ja, dann muss man zumindest ein bisschen Ahnung von Tieren haben. Das ist klar. Und aus diesem Grunde habe ich mir dieses Tierbuch hier gekauft. Das ist klug, was? Das Buch. Nein, ich meine die Idee, sich ein Tierbuch zu kaufen, da steht ja alles drin, was man über Tiere wissen muss, zum Beispiel Tierzucht, Tierpflege, Tierkrankheiten und so weiter und so weiter. Ist ja klar. Na ja, Sie wissen doch, ich habe doch einen Vogel. Ja, ich. Ja, das weiß ja jeder, nicht? Bitte! Ich meine doch einen richtigen. Ja, und was haben Sie eigentlich für ein Vögelchen? Ich habe einen Harzer Roller. Bitte, was haben Sie? Ich habe einen Harzer Roller. Ah ja. Sprachen wir nicht eben vom Vogel? Sag mal, kennen Sie denn keinen Harzer Roller? Ja doch, ja, ja. So klein und gelb. Ja, ja, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht so. Der riecht doch so. Bitte? Der riecht doch nicht. Na ja, wenn er frisch ist, riecht er noch nicht so, zugegeben. Das heißt nicht frisch, das heißt jung. Das ist gut, das ist klar. Ich habe es nie gehört, aber wie Sie wollen. Also der Käse ist nicht frisch, er ist jung. Wir reden hier von einem Käse. Der Harzer Roller ist ein Kanarienvogel. Aber wie der Name schon besagt, kommt er woher? Aus dem Harz. Nein, von den Kanarischen Inseln, dort fliegt er frei umher. Guck mal. Ja, Kanarische Inseln heißen aber gar nicht so, die heißen eigentlich Hundeinseln. Ach ja. Ja, nun wissen Sie hoffentlich, was Harzer Roller sind, ja? Ja, fliegende Hunde. Bitte! Das ist ja wieder, um junge Hunde zu kriegen. Ja, sehr sehr. Und nun kommen wir endlich zum Thema. Also wie gesagt, ich will mir einen Hund anschaffen. Nun fangen Sie zuerst mal klein an. Mit kleinen Hunden? Nein, wir werden nachsehen in meinem Buch, da wird sich ja was drinstehen, was passendes für Sie, wenn wir schon finden. Oh, hier. Was? Hier? Ah ja. Da sehen Sie, aufgeschlagen, schon habe ich es. Eine Hundehütte. Was ist das? Eine Hundehütte. Das ist ein Terrarium. Ach so. Und was kommt da rein in das Terrarium? Ein Terrier. Nein. Da kommt rein zum Beispiel ein Goldhamster. Ein Goldhamster. Goldhamster? Goldhamster. Ja. Aber teuer. Wieso teuer? Zwei bis drei Mark das Stück. Ja, das sind es aber nicht die echten. Bitte! Also lesen Sie erst mal nach, was hier steht über den Hamster. Ja, ja, bitte schön. Taramci bufinace kaluppe. Was ist jetzt los? So rum! Bitte, der Hamster. Ich dachte, es ist Lateinisch. Na gut, also. Hier, andere Seite, da fängt es an. Da ist er. Der Hamster ist bösartig und übellaunig. Sehen Sie mal an, Herr Preil, der auch. Nicht nur so. Bitte! Also sehen Sie sich erst mal den Hamster an. Gefällt er Ihnen? Oh, gefällt mir gut. Gefällt Ihnen gut, ja. Was fällt Ihnen da zum Beispiel am Kopf auf? Am Kopf fällt mir nichts auf. Nein. Doch, natürlich, ja. Fällt mir auf. Zwei Ohren fallen mir auf. Nein. Nein, Ohren fallen mir nicht auf. Gut, 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 gut. Ich meine doch die Hamstertaschen. Die Hamst... Na, wo hat er denn die Hamstertaschen? Wo hat er denn die Hamstertaschen? Na nur. Ich würde ja die Hamster... Vielleicht hat er sie vergessen, oder was? Wisst ihr, die hat er am Kopf. Und wie sagt man dazu? Der hat was am Kopf. Ach was? Backentaschen. 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 Jawohl. Und was trägt er in den Backentaschen? Backware. Oder... Und so was will sich ein Hund kaufen? Ja, gern. Er möchte bloß wissen, was für einen. Das kann ich Ihnen sagen, diesen hohen, wie heißen die, diese langen... Hä? Warte mal. Ja, ja. Acht Fundländer, diesen... Neufundländer! Na, auf einen Pfund mehr oder weniger kommt es ja wohl nicht an. Sonst mal, kennen Sie sich überhaupt aus in Hunderassen? In Hunde aber, Herr Breit. Wenn der Jäger auf die Jagd geht, nimmt er was mit? Eine Flinte. Was denn noch? Noch eine Flinte. Wieso denn? Vielleicht eine Doppelflinte. Ich weiß nicht. Den Dackel! Eine Flinte für den Dackel. Nein. Sonst haben Sie schon mal Dackel schießen sehen? Ganz selten. Ganz selten, Herr Breit. Wenn der Jäger auf die Fuchsjagd geht, dann setzt er den Dackel auf die Fährte. Ach, und darauf reitet der Dackel hinterher? Nein! Ich sagte nicht Fährte, ich sagte Fährte. Fährte. Fährte, ja. Nun passen Sie auf, plötzlich knackt es im Unterholz. Was macht der Fuchs, na? Was macht der Fuchs? Was macht der? Er schnürt plötzlich davon. Was macht der? Er schnürt plötzlich davon. Ach. Und was macht der Dackel? Der schnürt auch davon. Der schnürt sein Päppchen. Ich weiß doch nicht, was die Tiere da am Walde treiben. Ihm packt das Jagdfieber. Ach, jetzt kriegt der auch noch Fieber. Dann müssen wir mit ihm zum Arzt oder irgendwas. Aber doch nicht zum Arzt. Keine Krankheit? Das ist eine Krankheit. Aber eine richtige Tierkrankheit ist zum Beispiel die Tollwut. Ah ja. Ja, die kennen. Tollwut kennen ich. Sie kennen immer alles. Tollwut kennen ich. Woran erkennen Sie denn die Tollwut? Tierkrankheit ist schön. Stech in der Blick. Ja? Gereiztheit. Ja? Wutanfälle. Immer zu. Und übertragbar auf den Menschen. Ja, das wissen wir ja nicht. Bitte! Lieber Herr Herrig, wenn Sie ein Tierhalter sind, dann müssen Sie ein bisschen Ahnung von Tieren haben. Ja, das ist wahr. Von Tierkrankheiten. Das muss man. Sie stellen sich vor, Sie stellen sich vor, Ihr armer Hund würde eines Tages krank. Das ist nicht so schlimm. Dann gibt es ja Tierärzte, nicht? Ich bin Tierarzt fertig. Der arme Tierarzt. Wieso denn? Waren Sie schon mal in der Tierarztpraxis? Nein, noch nie. Aber wie ich Sie kenne, werden Sie es mir ja gleich erklären. Lerne ich wieder so viel von Ihnen. Ach, Sie wollen was lernen? Ja. Gut, schön. Für die höchste Zeit. Sie sind jetzt der Tierarzt? Der Tierarzt. Und ich bin? Der Hund. Nein. Ich bin das Herrchen. Das Herrchen. Bitte? Das Herrchen. Was gibt es denn da zu lachen, sagen Sie mal? Ist alles klar, Herr Breyer. Jeder Hund hat ein Herrchen. Jeder hat ein Herrchen. So, und jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Ja? Ja, Moment mal, Herrchen. Was denn? Nur schon wieder. Hat denn das Herrchen ein Hundchen? Ja, das will ich ja jetzt gerade holen. Einen richtigen Hund? Na, nicht einen richtigen Hund, ein Spielzeug holen. Ach so, ja, dann ist prima. Ist klar, ja? Alles klar. So, Sie ziehen sich mal den Kittel hier an. Ich ziehe einen Kittel. Was mache ich denn? Sie ziehen sich den Kittel bitte an. Rufen Sie mich herein. Dann rufe ich herein. Nein, Sie rufen mich herein. Denn hier ist das Behandlungszimmer, da hinten ist das Wartezimmer und da werde ich jetzt warten. Ja, können Sie lange warten. Bitte. Da kann man bestimmt schön warten. Ja, ja. Also, ich gehe warten. Ja, ist richtig. Jetzt machen wir auch noch mit Kostümen. Es wird immer schöner. Sehen wir, was wir hier machen können. So. Das sind so die Kittel, die Herr Preil besorgt, nicht wahr? Das ist hier. Ach so, das geht so. Entschuldigung. Das war, ich weiß nicht, schick so, nicht? So können das, ja. Dauert denn das noch lange? Hat da nicht eben ein Hund gebellt? Na, was sollte ich sagen? So eine Marei hier. Sag mal, ich höre wohl schlecht, was? Sie hören schlecht, wenn Sie zum Urnarzt, der wohnt gleich um die Ecke. Das heißt, der Nächste, bitte. Ja, das ist der Nächste. Die anderen wohnen viel weiter. Wenn Sie mich hereinrufen, heißt das der Nächste, bitte. Ach. Ja, und dann müssen wir beide uns erst mal bekannt machen. Ich kenne Sie doch. Sie sind das Herrchenpeilchen. Bitte. Das gehört doch zum Spiel. Ah ja. Ich komme noch mal. Der Nächste, bitte noch mal. Guten Tag, Preil. Guten Tag, Herrich. Mein Hund ist krank. Ach ja, auch das ist nicht so schlimm. Wie, wie? Halt! Was ist denn du wieder? Was sagen Sie, was soll denn das? Was ist denn? Was ist denn? Warum haben Sie die Knöpfe hinten? Ach so, ich stehe verkehrt rum, Herr Paul. Möchten Sie sich bitte erst mal vernünftig anziehen? Entschuldige, Herr Preil, es war vorhin so eilig und das Wartezimmer voller Hunde. Also es ist ja alles ganz schlimm. Aber jetzt werden wir, jetzt wird es werden. Alles wird gut, Herr Preil. Nicht vertreten. Fertig. Ist gleich geht's. Ist denn das die Möglichkeit? Entschuldige, hier fehlt ein Stück Stoff hier oben. Dann gucken Sie mal unten. Da fehlt auch ein Stück. Das ist total verschnitten. Wo haben Sie denn den her? Lassen wir ihn auf. Können wir nun endlich anfangen? Jetzt können wir endlich anfangen. Also, zum dritten Mal. Mein Hund ist krank. Zum dritten Mal. Und da kommen Sie jetzt erst? Warum kommen Sie nicht beim ersten Mal? Da hätte ich vielleicht noch helfen können. Jetzt ist zu spät. Wollen Sie bitte endlich untersuchen? Ja, bitte machen Sie sich frei. Der Hund ist krank. Machen Sie den Hund frei? Also, bitteschön, Sie müssen doch als Tierarzt alles erfragen. Erst einmal die Anamnese. Bitte? Die Anamnese. Der Hund heißt Anna. Wieso kommen Sie darauf? Sprachen Sie nicht von Annas Nese? Anamnese heißt Krankengeschichte. Der Tierarzt muss alles wissen. Erst einmal, ja. Das ist ein Zwergpudel. Woher stammt er? Von den Zwergen. Aus welchem Zwinger? Aus Dresdner Zwinger kommt. Ist ja natürlicher. Zum letzten Mal wächst. Der Hund fühlt sich elend. Ach, Hunde-Elend. Er kratzt sich dauernd hinter den Ohren. Ja, der denkt vielleicht über sein Elend nach, nicht? Außerdem hat er dauernd seinen Schwanz eingeklemmt. Drum ist der auch so kurz. Bitte. Wenn ein Hund sich nicht wohlfühlt, dann klemmt er den Schwanz ein. Und sowas hilft? Auch möglich. Was schließen Sie aus einer belegten Zunge? Er aß belegte Brötchen. Quatsch! Magenverstimmung! Guck mal. Ja, guck mal an. Was machen Sie? Nachsehen. Nachsehen? Ja, wohl. Nein, ist gut. Komm nicht hinten. Machen Sie doch mal die Schnauze aus. Was mache ich? Nein, ja. Beim Hund? Ach, schön dumm, nachher beißt der mich. Nein, nein. Der beißt doch nicht. Ein Tierarzt darf doch keine Angst haben. Ich möchte Ihnen den Kittel her, das werde ich Ihnen zeigen, wie ein Tierarzt vorgeht. Sie sind jetzt der Hundebesitzer, ich bin der Tierarzt. So, da werden Sie sehen, wie das gemacht wird. Der muss nicht jeder Handgriff, muss da sitzen. Ja, Moment mal, Herr Preiß, jetzt muss ich mal fragen. Sie würden also so einem Hund so richtig in die Schnauze fassen? Machen Sie mal keine Sorge, ja? Nur Wettung. Ja, ein Tierarzt hat nämlich keine Angst. Dann kann ich ja jetzt kommen. Ja, warten Sie aber, bis ich Sie hereinrufe, ich muss erst den Kittel anziehen. Ich muss noch mal fragen, ein Tierarzt hat überhaupt keine Angst? Löchern Sie mich nicht dauernd. Sie werden es ja gleich erleben, wie ich das Tier richtig anpacke. Richtig anpacken Sie, Angsthase. Aber sich einen Hund kaufen, was? Das haben wir gerne. So, Moment, ich bin soweit. Es geht los, Achtung. Bitte der Nächste. Oh. 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 Das war natürlich beim Publikum ein Schrei der Überraschung, obwohl man sich denken konnte, dass Rolf Herrisch mit einem richtigen Hund in meinem Sprechzimmer auftauchen würde, um sich für die entnervenden und andauernden Belehrungen zu revanchieren. Für die Schallplatte haben wir das Hundebellen nachsynchronisiert, um den Schlussgag, da sie ja nicht sehen konnten, was da auf das Publikum zukam, verständlich zu machen. In der späteren Autogrammpost bat man uns sogar des Öfteren um ein Bild mit der großen Dogge. Tja, was alles so gesammelt wird. Da ist Briefmarkensammeln etwas völlig Alltägliches. Und gerade, weil es so alltäglich erschien, reizte mich die Vorstellung, meinen lieben Freund Herrisch letztlich auch noch zum Briefmarkensammler zu stempeln. Müssen Sie mir denn alles nachmachen? Na ja, gehe ich zum Pferderen, müssen Sie auch zum Pferderen, spiele ich Schach, müssen Sie auch Schach spielen und jetzt noch Briefmarken sammeln. Oh, oh, Herr Pall, also jetzt haben Sie mich missverstanden. Ich will doch nicht Briefmarken sammeln. Ich wollte nur zur Post schnell und ein paar Marken holen. Ich bin doch gar kein Philharmonist. Ein Philatelist, ja? Ja. Sammelt Briefmarken. Und ein Philharmonist? Sammelt keine Briefmarken. Ein Philharmonist ist ein Musiker und kein Briefmarkensammler. Moment, das kann nicht stimmen. Ich kenne einen Musiker, der sammelt Briefmarken. Na ja, natürlich kann er ja auch nebenbei. Aber ansonsten muss er Geige spielen oder muss Trompete blasen. Zum Briefmarkensammeln. Wieso zum Briefmarkensammeln? Man sagt doch, es wird zum Sammeln geblasen. Auf der Jagd wird zum Sammeln geblasen, auf einem Horn, das große Halali. Ah ja. Ja, und wer bläst das? Die Halalisten. Die Hornisten. Nein, 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 die stechen, die blasen nicht. Das sind die Hornisten. Aber ich rede nicht von Hornisten, ja? Ich rede jetzt von der Briefmarkenkunde. Guck mal, bitte? Ich rede von der Philatelie, das ist die Briefmarkenkunde. Wie? Die Briefmarkenkunde. Der Briefmarkenkunde. Herr Pfeil, Sie meinen der Briefmarkenkunde, nur halber nicht. Nicht der Ordnung halber, die heißt es. Ja, die Briefmarkenkundin, das geht nicht. Nein. So können wir uns einigen. Also bitte, dann streiten wir uns nicht, Sie sammeln ja doch nicht, ne? Ach, nur was denken Sie, was ich alles sammle? Aber, aber, Herr Pfeil. Wenn ich Sie so ansehe, was sammeln Sie denn schon? Na, wenn ich Sie so ansehe, dann fällt es mir direkt ein, Flaschen, Lumpen, Altpapier. Bitte? Ich rede von Briefmarkensammeln. Kennen Sie Sätze? Natürlich kenne ich Sätze. Na, dann nennen Sie mir mal einen Briefmarkensatz. Nennen? Nennen. Einen Satz? Einen Satz. Gut, ich nenne einen Satz. Satz mit Briefmarken. Die Briefmarken kleben schlecht. Bitte? Ich meine doch das Motiv. Was wird das? Schlechte Gummierung oder was? Das Motiv auf der Briefmarke ist das Bild auf der Briefmarke. Ist das klar? Alles klar. Ist alles klar. Ja, und was ist da drauf? Da sind Gemälde drauf, da sind Blumen drauf, da sind Vögel drauf, da sind... Ach, was erzähle ich Ihnen nach? Ich habe ja mein Sammelbüchlein bei mir. Schauen Sie sich das mal an. Oh nein, das kann ich... Das ist ja zauberhaft. Na, 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 na. Bunt. Bunte Magen. Ist ja eine Schar Vögel hier. Was ist das? Eine Schar Vögel. Vögel. Das ist ein Satzvögel. Na ja, es ist eine Schar Vögel. Das ist ein Vogelsatz. Bitte, was ist das? Ein Vogelsatz. Ah ja, es ist ein Vogelsatz. Ja. Na ja, gut, dann müssen wir das Lied ändern. Was ist denn für ein Lied ändern? Amsel, Drossel, Fink und Spatz und der ganze Vogelsatz. Ich rede von einem Briefmarkensatz und das hier ist ein Briefmarkensatz. Ganz besondere Vögel. Schauen Sie doch hin. Was ist das hier zum Beispiel? Ah ja, das ist eine Brieftaube. Das ist keine Brieftaube, das ist ein Wanderfalke. Guck mal. Ja, was ist das Besondere an ihm? Der fliegt nicht, der wandert. Nein, das Besondere ist sein Ruf. Was ruft der? Was kann der rufen? Das Wandern ist das Müllers. Der ruft der. Der ruft Kiki, 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 Kiki. Ah ja. Hä? Ich würde sagen, bitte eben. Was ruft der? Der ruft Kiki, 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 Kiki. Sie wandern auch viel, weißt du? Das ist ein Raubvogel. Guck an. Genau wie dieser hier. Was ist das? Ah, das ist die Brieftaube. Das ist auch keine Brieftaube, das ist eine Schleiereule. Drum. Was heißt drum? Schlecht zu erkennen, so verschleiert. Bist du? Was ist das? Das ist die Brieftaube. Das ist auch keine. Was wollen Sie dauernd mit Ihren albernen Tauben? Kennen Sie überhaupt Tauben? Ja, kenne ich. Aus dem Märchen her, weil da hacken die Tauben so. Da gibt es so einen Spaß. Die guten ins Töpfchen und die schlechten ins Kröpfchen oder so. Kennen Sie das? Ja, also Sie kennen Märchen? Ja, natürlich kenne ich Märchen. Das ist ja großartig. Ah, wunderbar. Sie wollten zur Post gehen? Zur Post, ja. Tun Sie mir einen Gefallen? Gerne, ja. Bringen Sie mir meine Märchenbriefmarken mit. Ich sammle doch Märchenbriefmarken. Aber nichts leichter. Junge Mädchen, so einfach ist das nicht. Schauen Sie mal, das sind ja keine gewöhnlichen Marken, das sind Sondermarken, das sind Sammlermarken. Was sagen Sie da zu den Postangestellten? Was soll ich sagen? Guten Tag. Und dann? Da sagt der guten Tag. Nein, ich meine, was verlangen Sie für ein Märchen? Ja, das werde ich Ihnen fragen. Was verlangen Sie denn so für ein Märchen? Aber nicht so verlangen. Ich meine, das sind Märchenbriefmarken, da sind Märchenfiguren drauf, wie zum Beispiel die sieben Geißlein. Kenn ich doch. Ach, kenn ich. Also Sie kennen immer alles. Alle sieben, alle sieben. Alle sieben kennen Sie, ja, ja. Soll ich es beweisen? Na bitte beweisen Sie es. War mal ein Mann, der hatte sieben Söhne. Ja, das sind die sieben Raben. Ja, ja, das war ein Rabenvater. Und die wollten die ganze Welt durchziehen. Ja, das sind die sieben Schwaben. Ja, bis nach Schwaben. Aber dann kam Meister Nadelöhr und er schlug sie alle sieben und das war sein letzter Streich. Ach, ist denn das, ich merke, ich habe alles durcheinander, sieben auf einen Streich. Naja, so ungefähr. Es hat keinen Zweck, dass ich Sie zur Post schicke, Sie bringen doch alles durcheinander. Ach, Herr Frey. Das hat keinen Zweck. Nein, ich mache es nicht. Erklären Sie es mir doch genau. Was soll ich denn erklären? Ich will doch wieder was von Ihnen lernen. Gut, machen wir es, ja. Patsch, ich bin der Postangestellte. Herr Frey, bitte, lassen Sie mich dem Postangestellten. Sie wollen den, ja gut, ich bin der Briefmarkenkunde. Ja, Sie sind der Kunde. Ja, das ist die Post hier. Ist der Post? Ja, das ist die Post, ja. Schön, ja? Das ist hier der Tisch hier, das ist in einem Schalter, der Postbeamte sitzt. Ach, das ist ein Posträuber, oder? Nein. Der Postbeamte sitzt hinter dem Schalter. Und schaltet und waltet. Dann nur walten Sie mal erst Ihres Amtes, hier haben Sie mein Briefmarkenkunde. Ja, ich bin jetzt der Angestellte. Sie sind der Angestellte, damit Sie was zu tun haben, ja? Jetzt geht's los. So, das Brüchlein, dann habe ich hier noch das. Oh, nee, brauchen Sie ja gar nicht. Ein Monokokel. Ein Monokokel. Nein. Das ist ja so. Das ist doch kein Monokokel. Kein Monokokel? Nein, das ist ein Vergrößerungsglas, das braucht der Sammler. Ach, Ein Monokokel. Damit kann man vergrößern? Ja, muss man vergrößern. Was würden Sie zum Beispiel vergrößern? Ja, zunächst mein Gehalt. Na, bitte. Dadurch betrachtet man die Marken. Eier. Na doch, nicht mich. Ich wollte nur mal sehen, was für eine Marke auf meine Post kommt. So, spielen wir hier ernsthaft? Jetzt spielen wir ganz ernsthaft. Jetzt geht's los. Ernsthaft. Richtig los. Also, ich komme. Jawohl. Ich komme durch eine Tür. Ist recht. Herr Pall. Bitte, was denn nur schon wieder? Gar keine Tür da. Doch nur angenommen. Gut, ja, ja. Vorsicht. Was denn? Stufe. Ist doch gar keine Stufe da. Na doch, nur angenommen. Also, ich komme jetzt nochmal. Oh, das heißt, kommen und gehen hier. Es muss die Hauptpost sein. Ich komme jetzt. Ja, es wird auch Zeit. Wir schließen gleich. Wollen Sie mir vielleicht jetzt etwas ernsthaft entgegenkommen und höflich vor allen Dingen. Höflich? Ja, ich komme. Sie bleiben hinter Ihrem Fenster. Ach, hier ist ein Fenster? Natürlich. Dann will ich es erstmal öffnen. Ich glaube, hier gibt es noch dicke Luft. Womit nicht. So, jeder Schalter hat doch ein Fenster. Das brauchen Sie nicht zu öffnen. Das ist doch ein Loch drin. Ach, schon kaputt? Na, nicht doch. Das ist ein Sprechloch. Ja. Das ist ein Sprechloch. Ah, ja. Das ist hier in dieser Höhe. Ist das Loch in der Scheibe drin? Ja, ja. Durch dieses Loch wird gesprochen. Ist das klar? Ja, ja. Herr Warte, ist jetzt alles klar? Wir können jetzt richtig anfangen. Wirklich? Ja, 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 ja. Kann ich mich doch verlassen? Sie können sich jetzt alles klar. Ich komme jetzt. So, jetzt endlich. Gott sei Dank. So. Guten Tag. Hallo. Hören Sie mich denn nicht? Guten Tag. Entschuldigen Sie mein Loch. war noch geschlossen. Kann ich jetzt bitte endlich meine Marken bekommen? Ja, aber bitte nicht in diesem Ton und stellen Sie erst mal hinten an. Was soll ich mit dran stellen? Haben Sie noch nie eine Post gesehen mit einer Schlange? Das ist doch keine richtige Post. Das ist ja auch keine richtige Schlange. Guten Tag. Guten Tag. Spielen wir jetzt? Jetzt spielen wir. Gut. Guten Tag. Nicht mehr aufregen, ne? Ach, überhaupt mehr. In aller Ruhe jetzt. In aller Ruhe. Ja, mein Kunde. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe festgestellt, mir fehlt etwas. Herr Freilich, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe schon lange festgestellt, dass Ihnen was... Ich möchte bitte Brüderchen und Schwesterchen. Ich möchte bitte Brüderchen und Schwesterchen. Ja, Herr Breit, bis hierhin ist alles klar. Ich muss Sie nur darauf aufmerksam machen, hier ist die Post und nicht der Klapperstorch. Das ist doch ein Märchen. Ja, warum erzählen Sie es mir dann? Das ist ein Märchen von Grimm. Sag mal, hat Ihre Großmutter denn früher nie Märchen vorgelesen? Ja, hat sie gemacht. Hat sie denn nicht Brüderchen und Schwesterchen vorgelesen? Nein, nur mir. Ich war ein Einzelkind. Was ist das? Was ist das? Das sind Märchenmarken und das ist Brüderchen und Schwesterchen, ja? Schön, ja, ja. Das sind Märchen von Grimm. Ah, ja. Wer ist das hier hinten? Das Frau Grimm. Ach, dumme, sorry. Das ist Ihre Mutter. Ach, das ist meine Mutter? Dann nehmen Sie doch die Lupe und vergrößern Sie die Mutter, dann sehen Sie es genau. Die Mutter. Oh, jetzt wird sie groß. Das ist eine Großmutter. Nimm Sie den Daumen darunter. Warum denn? Na ja, Sie verletzen doch die Zähne. Wen bitte? Sie verletzen die Zähne. Von der Großmutter? Nein, außen herum. Die Großmutter hat die Zähne außen herum. Falsch. Sie hat falsche Zähne, ja, ist klar. Nein, ich meine doch die Zacken. Die Großmutter hat Zacken. Was? Die Briebbarke hat Zacken und diese Zacken nennt man Zähne. Ach, die Zähne nennt man Zacken. Also jetzt hören Sie auf, Herr Palt. Ich bringe ja Zackenschmerzen hier bei Ihnen. Jetzt kommen wir endlich dazu. Kommen wir bitte zur Sache. Nein, das wird Zeit. Ich habe hier einen Brief. Eine Drucksache? Nein, das ist ein ganz gewöhnlicher Brief. Ach so. Ist ja schön, ja. Was steht denn drin? Den habe ich doch geschrieben. Da müssen Sie ja wissen, was drin steht. Das interessiert doch niemanden. Ach, das interessiert niemanden. Brauchen wir einen Brief ja nicht abschicken. Das sehen Sie wohl. Dem Postbeamten interessiert nur die Adresse. Sonst nichts. Ach, das ist interessant. Dem Posteingestellten interessiert nur die Adresse. Sonst nichts. Ja, Herr Palt, jetzt habe ich alles verstanden. Jetzt können wir richtig anfangen. Dann los frankieren. Nach Frankreich. Das geht nicht, Herr Palt. Wir haben im Augenblick keine Brieftauben. Doch keine Brieftauben, bitte schön. Na gut, nehmen wir Ihren Wanderfalken hier. Der macht's auch. Ja, zack. Was? Und? Hörst du, deine guten Marken, warum kleben Sie es denn auf die Rückseite? Das gleich für einen Rückfluch. Nee, das ist doch. Was ist da hier? Ist denn das so schwer? Ja, schwer. Oh, der hat ja Übergewicht. Das wird der Falke gar nicht schaffen. Nehmen wir noch die, nehmen wir noch die Eule dazu. Nee, warte. Stopp, stopp. Prima, kann weg. Schluss ausrauschen. Schluss ausrauschen. Jetzt will ich Ihnen zeigen, wie es auf der Post zugeht. Ach du Liebescheid. Haben Sie einen Brief? Ich habe keinen Brief, nein. Sie haben keinen Brief, nein. Ich wollte ja nur zur Post schnell rüber und wollte eine Postanweisung aufgeben. Eine Postanweisung? Nehmen Sie die Postanweisung, da welches Zeichen, das gemacht wird. Herr Frey, eine Frage hat den Postangestellten interessiert nur die Adresse, sonst nichts. Sonst nichts. Herr Frey, ich komme jetzt. Bitte kommen Sie. Guten Tag. Guten Tag, sehr verehrter Herr Brieföffner. Ja, ja. Na, Sie wissen ja. Ich habe hier eine Postanweisung. Ja. Möchten Sie Märchenmarken, möchten Sie eine Sondermarke, vielleicht ist der Empfänger Sammler, bitte schön. Hätten Sie Knüppel aus dem Sack? Das war, wen ist denn das? Das ist ja an mich. Ja, eben drum. Ich wollte Ihnen endlich die 100 Mark zurückschicken, wissen Sie die? Na, die brauchen Sie mir doch nicht zurückschicken, die können Sie doch gleich hier geben. Finger weg. Aua. Dem Postangestellten interessiert nur die Adresse, sonst nichts. Nein. Da sitzt man nun vor seiner Schreibmaschine und überlegt und überlegt und findet schließlich alles gar nicht mehr so komisch, was da auf dem Papier steht. Naja, vielleicht liegt es daran, dass man etwas Komisches schreiben wollte. Ja, aber was ist schon komisch? Na gut, schön. Die Schachpartie, Hoppegarten, der Klavierkauf, das war sicher alles sehr ulkig. Und das Publikum hatte ja auch mächtig darüber gelacht. Dabei bin ich eigentlich nur bemüht, Rolf Herr recht ernsthaft darüber aufzuklären, was es im Leben Wissenswertes gibt. Und dann sagt man uns nach, wir zankten uns dabei. Naja, so war es ja wohl schon immer, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und der lachende Dritte ist nun mal das Publikum. Ich habe die deutsche Sprache ja nicht erfunden und dass manche Worte in ihrer Doppelsinnigkeit Verwirrung stiften. Zum Beispiel, nehmen Sie das Wort anbauen. Man kann an seinem Hause etwas anbauen. Man kann aber auch im Garten etwas anbauen. Wobei man bei letzterem Anbauen anpflanzen meint. Und natürlich kann ich an meinem Haus keinen Balkon anpflanzen, das ist doch logisch. Aber es ist eben kompliziert. Ach, meinen Sie nicht? Na bitte, dann hören Sie mal zu. Sehen Sie mal, Herr Herrrich, weil Sie nichts tun für Ihre Gesundheit, darum sind Sie immer so müde. Jedes Mal, wenn ich Sie treffe, sind Sie müde. Haben Sie recht, Herr Breil, jedes Mal, wenn ich Sie treffe, wäre ich sofort müde. Na, 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 na. Jetzt wirklich, ich wollte sagen, jedes Mal, wenn ich Sie treffe, wollte ich Sie schon immer bitten, Herr Breil, was kann ich tun gegen diese Müdigkeit? Was kann man dagegen tun? Frische Luft schnappen. Frische Luft. Spaziergänge. Spaziergänge. Gartenarbeit. Spaziergänge. Ja, sehen Sie mal, Gartenarbeit. Ich schlage Ihnen sogar vor, kaufen Sie sich mal eine kleine Parzelle. Ja, die nehme ich an die Leine und mache damit Spaziergänge. Moment, Moment, wen nehmen Sie an die Leine? Die kleine Garzelle. Nein, ich sagte nicht Garzelle, ich sagte Parzelle. Eine Parzelle ist ein kleiner Garten und eine Garzelle ist... Ist ein großer Garten, ja. Nein, das ist eine Antilope. Ach, und die nehme ich an die Leine und gehe damit spazieren. Aber nicht doch, die leben doch in Nordafrika. Ja, dann geht's ja nicht, so lange Leinen gibt's ja nicht. Sag ich mal, wollen Sie mich nicht verstehen oder was ist los? Gerne, 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 Herr Breil, aber das ist die Müdigkeit. Die Müdigkeit? Ich sagte ja eben, Sie brauchen einen Garten. Ich brauche keinen Garten. Wieso brauchen Sie keinen Garten? Ja, was soll ich mit zwei Gärten, ne? Ach, Sie haben schon einen Garten? Ich habe schon einen, ja. Na ja, warum sagen Sie das denn nicht gleich? Wir sprechen ja hier von Antilopen und sowas. Aber nein, wir reden auch vom Garten, bitteschön, ja. Nun erzählen Sie mal was über den Garten. Ja. Was haben Sie denn so angebaut? Ich habe im letzten Sommer einen Schuppen angebaut. Nein, ich meine mit anbauen, anpflanzen. Ja, wie Sie wollen. Also ich habe einen Schuppen angepflanzt. Aber nicht doch. Bitte, bitte, nicht missverstehen. Also gut, bleiben wir erstmal beim Schuppen. Bitte. Was haben Sie in dem Schuppen drin? Geräte. Na ja, was für Geräte? Auch schöne Geräte. Na ja, haben Sie eine Hacke? Das verbitte ich mir. Na ja, Mensch. Ich meine doch, mit Hacke meine ich ein Gartengerät. Genau wie eine Harke. Ah ja, eine Harke habe ich. Die kann ich Ihnen zeigen, wenn Sie mal kommen. Den brauchen Sie mir nicht zu zeigen. Ich kenne doch eine Harke. Ja, man sagt doch so. Dem werde ich zeigen, was eine Harke ist. So, und was machen Sie zum Beispiel mit der Harke? Damit harke ich. Ja, oder? Ich harke nicht. Pflegen Sie damit Ihre Gartenwege? Ja, natürlich. Pflegen Sie damit Ihre Beete? Auch die Beete, ja. Auch die Beete, ja. Sie haben Beete? Ja, natürlich habe ich Beete. Ach, Sie haben Beete? Beete über Beete. Also ich habe rote Beete, schwarze Beete, grüne Beete, gelbe Beete. Lauter bunte Beete. Ja, nur erzählen Sie hier keinen Kohl, nicht? Ja, Kohl habe ich auch. So. Ja, ja. Schweißkohl, Rotkohl, Grünkohl, Braunkohl. Also reinste Blumenkohl. Also damit wollen Sie wohl dokumentieren, dass Sie auch Blumen haben, ja? Ja, natürlich habe ich Blumen. So. Ja, ja, ja. Gleich, wenn Sie reinkommen, bei mir in den Garten, da ist links, da sind die Schwiegermütterchen. Was? Stief. Nein, stehen gerade, nicht schief. Also die sind vollkommen klar. Und da habe ich die Glöckchen, die Schneeglöckchen, die Maiglöckchen, die Osterglöckchen. Das ist ein Gebimmel den ganzen Tag herbreit. Also Ihnen so kein Unsinn. Moment mal eine Frage. Haben Sie zufällig auch meine Lieblingsblumen? Ja, bestimmt. Ja, ja. Ja, ja, bestimmt. Sie wissen ja noch gar nicht, welche. Ja, ich vermute Löwenmaul. Bitte! Hyazinthen! Ja, ganz hinten. Ja, da habe ich die Klodalien, diese... Moment, bitte wen? Die Klodalien. Kennen Sie wieder nicht. Das sind die großen, bunten, dicken, die langen. Die Klodalien. Na, die... Sie meinen Gladiolen. Ne, meine ich bestimmt nicht. Ich habe ja keine Krokodile im Garten, nicht? Moment, das verwechseln Sie jetzt mit Alligatoren. Ich verwechsel überhaupt nicht, das kenne ich. Da gibt es ein Musikstück, das heißt, Einlauf der Alligatoren. Na, nicht doch, nein, 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 nein. Das ist der Einzug der Gladiatoren. Und Gladiatoren sind römische Schwertkämpfer. Schwertlilien. Schwertlilien sind Blumen. Eben. Blumen, eben, ja, aus der Familie der Hesperis. Nee, kenne ich nicht, ich kenne nur die Familie Krüger, wohnt nebenan bei mir. Aber nicht doch. Das sind doch Nachtschattengewächs. Nein, kann nicht sein, sind nette Leute, haben mir neulich erst Tomatenstauden geschenkt. Tomaten? Ja, Tomaten. Tomaten, das sehen Sie mal an, das sind doch auch Nachtschattengewächse. Das ist ja wunderbar. Gar nicht wunderbar, waren so klein und mickrig. Na ja, klar, zu Anfang sind sie so klein und mickrig, denn die brauchen ordentlichen Dünger. Ja, ja. Was für Dünger? Ordentlichen Dünger. Sehen Sie mal, Sie haben Ihre Tomaten also in Reih und Glied gepflanzt. Ja, hab ich gemacht, ja. Ja, was haben Sie dann gemacht? Dann hab ich die Tomaten gegessen. Als Sie noch ganz klein waren? Als ich noch ganz klein war, hab ich auch schon gern Tomaten gegessen. Nein! Als die Tomate noch ganz klein war, haben Sie sie doch gedüngt. Da hab ich sie gedüngt. Ja, sehen Sie mal, und womit haben Sie sie gedüngt? Da hab ich sie gedüngt. Na nun, zum Beispiel mit Phosphor. Ah ja. Ja, und warum? Damit Sie nachts im Schatten besser leuchten. Bitte! Ich bin nicht der Kühlschattengewächse. Sie haben gesagt, das sind Nachtschattengewächse. Na sagen Sie mal, was sind Sie denn für ein Gärtner? Ja, ein guter. So, eine andere Frage, eine ganz andere Frage. Kompost. Ja, Post kommt zweimal in der Woche. Der Briefträger. Ich rede von einem Haufen. Ja, manchmal kommt ein Haufen Post. Das ist verschieden, manchmal weniger. Bitteschön. Ich rede von einem Komposthaufen. Ja. Jeder macht doch in seinem Garten einen Haufen. Ja, also ich nicht. Jeder gute Gärtner macht in irgendeiner Ecke einen Haufen. Ja, das tut mir leid für die anderen Gärtner. Mein Garten bleibt sauber. Auch wenn ich mich heute nenne, sauber hier. Sauber. Apropos sauber. Ja. Müssen Sie Ihr Wasser eigentlich pumpen? Nein, ich brauche mir nichts zu borgen, weil ich habe gleich hinterm Haus einen kleinen Bach. Der plätschert da so lang. Aber Sie haben einen Bach? Einen kleinen Bach, ja. Das ist ein Wassergrundstück. Ja, natürlich. Das ist ja wunderbar. Ja, ja. Das ist ja richtig bequem. Sehr bequem. Was können Sie da zum Beispiel machen? Ja, ich könnte es mir bequem machen. Nein. Ich meine, da können Sie doch jederzeit Ihren Garten sprengen. Könnte jeder. Soll ich meinen Garten sprengen? Ja, natürlich. Zum Beispiel das Obst. Das Obst soll ich sprengen? Na, die Äpfel. Ach so, darum sagt man Granatäpfel. Was wissen Sie von der Gärtnerei? Nichts. Kennen Sie Äpfel? Kennen Sie zum Beispiel einen Klarapfel? Na klar kenne ich einen Apfel. Gibt es zum Beispiel einen Gallensteiner nicht? Nein. Den gibt es nicht, denn der heißt Grafensteiner. Ach so. Und dann gibt es den Holzkopf. Bitte? Das ist nicht der Holzkopf, das ist der Bosskopf. Sagen Sie mal, Herr Herrich, ich habe Sie im Verdacht. Sie wollen mich hier veräppelt. Nein, keineswegs. Über, also das liegt mir fern. Na? Ja, aber. Na, eine andere Frage. Wo spielt der Apfel eine ganz bedeutende Rolle? Beim Apfelmus. Nein, am Theater. Ach so, da meinen Sie Schneebittchen. Nein, meine ich nicht. Passen Sie mal auf. Wo steht geschrieben, durch diese hohle Gasse muss er kommen? In der Straßenverkehrsordnung. Nein, bei Wilhelm Tell. Und dieser Wilhelm Tell, der schoss wohin? In die hohle Gasse. Nein, der schoss auf einen Apfel. Und wer hatte den Apfel auf dem Kopf? Schneebittchen. Aber nicht noch der Sohn. Ach, der Sohn von Schneebittchen. Von Wilhelm Tell. Schneebittchen hat den Sohn von Wilhelm Tell. Aber nicht, ist denn das die Möglichkeit? Was Sie hier so... Das ist ein Drama. Und in diesem Drama, Wilhelm Tell, schoss der Vater Tell auf den Apfel, den sein Sohn auf dem Kopf hatte. Ist das klar? Das ist klar. Ist das völlig klar? Völlig klar. Und warum schoss er auf den Apfel? Es war ein klarer Apfel. Alter, ich habe die Möglichkeit. Mensch, das ist ein klassisches Drama. Aha. Ja, sehen Sie, ich habe den Tell, habe ich selbst einmal gespielt. Ja, das muss ein Drama gewesen sein. Herr Herrricht. Ja? Ich habe eine Idee. Ach, du liebe Zeug. Was heißt ach, du liebe Zeug? Naja, ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt haben Sie einen Laden. Sie heißen Tell und Sie verkaufen Apfel. Ich muss da rein, muss die Äpfel kaufen. Nein, nicht noch. Diesmal nicht verkaufen. Diesmal spielen wir beide Theater. Ach ja. Was machen wir? Wir beide spielen Theater. Nein. Ja, die berühmte Apfelschussszene. Ja, die spielen wir beide, damit Sie sie kennenlernen. Ja, gut. Ja, aber Herr Palt, Sie nehmen den Apfel auf den Kopf, ich schieße. Nein, 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 nein. Der Wilhelm Tell ist meine Rolle. Den Text von den anderen Rollen kann ich gar nicht. Na, wenn ich erst geschossen habe, brauchen Sie keinen Text mehr. Bitte? Wilhelm Tell ist meine Rolle. Sie spielen den Walter. Nehmen Sie mal den Apfel. Ja, und Sie haben die Pistole. Das ist doch keine Pistole. Keine Pistole. Na, was ist das? Das ist eine? Eine? Armbrust. Ah. Sehen Sie mal, das ist ein Ding, was? Das hier vorne ist der Bogen. Ja. Und das hier hinten? Das ist die Brust. Nein. Das hier ist die Pfanne. Ah, ja. Und was kommt in die Pfanne? Ach, der Apfel. Machen wir Bratapfel. Nein. In die Pfanne kommt der Pfeil. In die Pfanne kommt der Pfeil. Bitte. Sie stellen sich jetzt da drüben hin. Ich? Da drüben hin. Ich bleibe hier stehen. Jawohl. Sie legen den Apfel auf den Kopf. Mach ich. Und ich lege die Armbrust an. Herr Palt, wenn ich jetzt den Apfel auf dem Kopf habe, bin ich dann der Sohn? Das habe ich Ihnen lang und breit erklärt. Sie sind jetzt mein Sohn. Ist recht, Vati. Bitte. Also, los. Wir können. Äh, Vater. Schießt du dahin, wo du hinguckst? Natürlich. Oh, dann muss ich den Apfel hier hin halten. Schluss, jetzt geben Sie den Apfel her. Nehmen Sie die Armbrust. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie man einen Sohn darstellt. Aha. Ja, warum denn nicht gleich so? Also, jetzt nehmen Sie den Apfel auf die Birne. Und bitte. Bist du bereit, mein Junge? Frisch, Frischvater. Frischvater, zeig, dass du ein Schütze bist. Gut, ich gebe Ihnen recht. Das klingt schon amüsant. Aber es ist doch reichlich verwirrend. Und selbst macht es zwar auch immer wieder einen Heiden Spaß, mit Worten und Begriffen zu jonglieren, sodass man oft meint, in ein unentwirrbares Gestrüpp geraten zu sein. Sehen Sie, das, was bei unseren Zuschauern und Hörern diese Lachstürme auslöst, sind eigentlich oft Schockwirkungen, da sie sich selbst ertappen, an eine ganz andere Wortdeutung gedacht zu haben. So, und nun noch etwas zu den Aufnahmen. Das sind natürlich alles Mitschnitte. Mitschnitte aus den verschiedensten Veranstaltungen und daher in der Wiedergabe recht unterschiedlich. Aber uns kam es auf die Publikumsresonanz an. Sie ist oft so mitreißend, dass es Ihnen sicher auch Freude machen wird, sich diesem Kreis anzuschließen. Gemeinsam lacht es sich nun mal besser. Setzen Sie sich mal allein vor einen Fernseher und betrachten Sie ein Lustspiel. Oder das Gleiche unter vielen Zuschauern im Kino. Apropos Kino. Nur das ist ja ein herrlicher Übergang. Eine Kinoszene ging mir nämlich schon lange durch den Kopf. Aber welcher Stoff eignete sich am besten, ihm komische Seiten abzugewinnen? Da kam mir nun an einem Fernsehamt der Krimi zu Hilfe. Ein Krimi von Edgar Wallace. Und die Kino-Krimi-Szene konnte beginnen. Ich habe nämlich wenig Zeit. Ich möchte nämlich jetzt gerne ins Kino gehen. Ach, Sie gehen ins Kino? Ja, gehen Sie jetzt ja nicht gerne ins Kino? Oh, ich gehe gerne ins Kino. Nicht oft, aber gern. Ah, wie war es denn? Aufregend. Wieso aufregend? Ich hatte meine Eintrittskarte vergessen. Typisch, typisch. Typisch. Ich dachte schon, Sie hätten einen Krimi gesehen. Nein, in Krimis gehe ich ja nicht. Was, Sie gehen nicht in Krimis? Wieso nicht? Das ist mir die Handlung zu kompliziert. Was, die Handlung? Jeder sieht heute Krimi. Jeder liebt Krimi. Krimi gehört doch zum guten Ton. Naja, aber trotzdem, Herr Pahl, ich verstehe Krimis nicht. Was? Ich weiß aber nicht, wer ist der Täter und so und die vielen Figuren. Sagen Sie mal, gehen Sie in einen Krimi? Ja, ich gehe jetzt. Ach, Herr Pahl, das ist natürlich eine Idee. Ich komme mit, Sie erklären mir alles. Da verstehe ich sogar einen Krimi. Nein, 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 nein. Außerdem bekommen Sie auch gar keine Karte mehr. Naja, nur eine Karte wird man ja wohl noch kriegen. Wetten, dass Sie keine Karte mehr bekommen. Ich kann es doch versuchen. Sie können es versuchen, aber ohne mich, denn ich gehe jetzt, denn ich möchte den Anfang meines Krimis nämlich nicht verpassen. Der Anfang eines Krimis ist nämlich das Wichtigste. Ja, gerade bei einem Edgar Wallace, sonst versteht man den so schlecht. Ach, der spricht wohl undeutlich. Sagen Sie mal, kennen Sie Edgar Wallace nicht? Ich kenne keine Filmschauspieler. Das ist ein ganz berühmter Schriftsteller. Und der spricht undeutlich? Der schreibt. Ach, der schreibt undeutlich. Blödsinn. Der schreibt Blödsinn und dann ist der berühmt. Das ist ein Engländer. Und mit dem gehen Sie ins Kino. Ein Edgar Wallace erwartet mich im Kino. Ach, der ist schon da. Der wartet auf Sie. Das ist ja prima. Das ist ja nett. Das ist ein Kriminalschriftsteller. Der hat viele Bücher geschrieben. Kennen Sie zum Beispiel den Hexer? Nein, kenne ich nicht. Kennen Sie den Zinker? Nein, kenne ich auch nicht. Und mit allen dreien gehen Sie ins Kino? Ich gehe mit niemandem ins Kino. Du hast ja drei Karten übrig. Können Sie mir doch eine abgeben? Nein, ich gebe Ihnen keine ab. Ich habe nämlich nur eine Karte. Ich möchte im Kino meine Ruhe haben. Der Film ist nämlich sehr schwierig und sehr kompliziert. Der heißt, her mit dem Zaster. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Da geht es um Geld, um eine Bank und eine schöne Frau. Ach, und die fährt den LKW. Was denn für ein LKW? Sagten Sie nicht, her mit dem Laster. Ach, Quatsch, mein Schild. Nicht Laster, ich sagte, her mit dem Zaster. Und Zaster ist Jargon. Ach, das schon. Was? Das ist Jargon. Sind das nur wieder? Ja. In den englischen Krimis, da sprechen doch die Verbrecher eine ganz besondere Sprache. Nämlich Englisch. Nein, Jargon. Ja? Jargon. Ja, muss ich Ihnen denn noch einen Verbrecher-Jargon erklären? Wäre schön. Wäre schön. Ja, sagen Sie zum Geld immer Geld. Bitte? Wenn Sie Geld bekommen, was sagen Sie da? Donnerwetter schon, wieder so wenig. Nein! Naja, Sie nicht, Sie haben wahrscheinlich genug, weiß ich nicht. Kennen Sie den Ausdruck Lappen? Lappen kenne ich, ja. Ja, wo kommt der vor? Vorwiegend in Lappland. Nein, das ist Jargon. Ach, das ist Jargon. Das ist Jargon. Und das ist Jargon, wenn ich zum Beispiel zu Ihnen sage, Sie haben aber Zorn in der Hose. Ja, das ist eine Schweinerei. Das ist eine Schweinerei. Aber eine echte. Nein, das heißt volle Brieftasche. Das heißt volle Brieftasche. Wie war das? Das heißt Zorn in der Hose. Das ist Jargon. Das ist Jargon, ja. Was ist denn? So sprechen die Verbrecher. Ja, im Krimi. Im Krimi. Aber wenn Sie es nicht glauben, hier lesen Sie im Filmspiegel, da steht alles drin, was Sie über den Inhalt dieses Filmes wissen müssen. Bitte. Hier. So, bitte sehr. So. Krimi. Na Krimi. Nun lesen Sie mal. Was steht da? Nichts. Bitte, was steht da? Nichts konnte Eddie davon abhalten, in dieser Nacht den Plan auszuführen. Dichter gelber Nebel lagerte in den Straßen. Die Straßenlaternen waren kaum sichtbar. Das ist ja gruselig. Ein Krimi muss ja auch gruselig anfangen. Man muss gruselig. Die Einzahl heißt Bank und die Mehrzahl heißt? Bänke. Banken. Im Gegensatz zu Schrank. Da heißt es? Schranken. Nein. Schränke. Aber ich weise Sie in die? Schränke. Nein, Schränke. Nichts, machen Sie mich nicht zu. Ja, für einen Krimi braucht man harte Nerven. So, also, Herr Palt. Aber das Beste, wir machen es wie immer. Sie erklären es mir anhand eines praktischen Beispiels. Was? 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 Eine Szene spielen? Eine Szene spielen. Wir spielen den Krimi, dann verstehe ich ihn. Was? Sie spielen hier diesen Eddie. Ja, das ist doch der Ganova. Das passt ja prima. Nein. Aber dann ganz von vorne bitte, damit nichts schief geht. Dann müssen wir das so machen. Ich erkläre Ihnen einen ganz normalen Vorgang auf einer Bank. Wir nehmen mal diesen Tisch, ja? Den Tisch, ja. Das ist jetzt unsere Bank. Ach, der Tisch ist eine Bank. Der Tisch ist eine Bank. So, und jetzt? Na, jetzt komme ich und frage auch. Entschuldige, ist noch ein Plätzchen frei. Nein, ist doch keine Sitzbank. Ach so. Der Tisch ist jetzt ein Schalter. So, und ich stehe jetzt hinter dem Schalter. Als Haupt... Schalter. Hauptkassierer. Aha. Ja, und Sie kommen rein. Und ich kassiere. Nein, Sie sind jetzt die Kundschaft. Ach, das hätten Sie doch gleich sagen. Das habe ich doch gesagt die ganze Zeit. Alles klar, ich komme. Was machen Sie denn da? Ich kundschafte. Ach, was kundschafte. Ich meine, ich lese erst mal die Öffnungszeiten. Lassen Sie den Blödsinn sein. Kommen Sie jetzt gefälligst rein. Bitte schön. Sonst haben Sie einen Drehwurm. Oh, Drehtür. Hat ein bisschen zu viel Schwung. Entschuldige, Föger. Also bitte jetzt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Herr Hauptmann. Hauptkassierer. Oder so. Guten Tag, meine Herren. Sie wünschen? Ich wünsche. Ja, ich wünsche... Jetzt müssen Sie Geld abheben. Ich muss Geld abgeben? Ich habe nicht einen Pfennig. Nicht abgeben, abheben. Ich habe das Geld. Ich zahle es Ihnen aus. Sie haben zum Beispiel ein kleines Formular ausgefüllt. Und auf dieses Formular hin zahle ich Ihnen jetzt 100 Mark aus. Ist das klar? Wir nehmen mal mein Geld hier, damit das besser gespielt werden kann. So. Ach, ach, ach. Da ist ja auch die Kinokarte hier. Ja, die bleibt richtig. Die interessiert überhaupt nichts. So, ich zahle Ihnen jetzt, wie Sie sehen werden, das Geld aus. So macht man das hier. Einfach bitte. So, mein Herr, was ist das? Das Betrug. Bitte, was ist das? Sie sprachen von 100 Mark. Das sind nur 5. Ach nein, es geht nochmal. Wir spielen doch bloß. So, bitteschön. So, was ist das? Das sind 2,50 Mark Scheine. Das ist ein ganz normaler Vorgang auf einer Bank. Ach, das ist ein ganz normaler Vorgang. Jawohl, haben Sie das endlich verstanden? Nein, ich glaube nicht. Was? Wieso denn nicht? Müssen wir gleich nochmal machen. Moment, Moment, Moment. Jetzt kommen wir nämlich zum Clou. Wissen Sie was? Jetzt spielen wir nämlich mit dem Geld die Filmszene. Jetzt kommt der Krim. Jetzt kommt der Krim. Hören Sie auch, ich werde Ihnen zeigen, wie raffiniert dieser Eddie auf der Bank vorgeht. Ja, und so kommen Sie, ich spiele jetzt mal den Kassierer. Ah, ich? Ich spiele jetzt den Ganoven. Ja, endlich mal eine richtige Fachrolle für Sie. Bitte? Alles klar, wir können. So, Kragen hoch. Jawohl, ist noch. Sie doch nicht. Ich kann mich erkälten, ist ja klar. Lassen Sie auf, Eddie kommt. Eddie, Eddie, guck, guck, hier bin ich. Sie dürfen mich doch nicht bemerken. Ach, ich darf Sie nicht bemerken? Nein. Dann kommen Sie am besten nochmal. Ich komme ganz unauffällig zu Ihrem Schalter. Ja. Passen Sie auf, so rum. Unauffällig. Ja. Jetzt bin ich da. Und ich bemerke nichts. Natürlich, jetzt bemerken Sie etwas. Jetzt bemerke ich etwas. Ja. Und was bemerken Sie? Etwas Bemerkenswertes. Na? Was ist das? Das ist eine Pfeife. Das ist keine Pfeife, das ist eine Pistole und ich nehme dazu nur meine Pfeife. Denn ich will was von Ihnen haben? Na, vielleicht Feuer. Nein! Geld. Und warum? Damit Sie sich ein Feuerzeug kaufen können. Nein, Mensch, es geht nochmal. Was bin ich? Sehen Sie doch her. Oh, Sie sind eine Pfeife. Mensch. Ich bin ein Ganove. Wir waren ein Schwein, das wissen wir alle. Entschuldigung. Also, alles klar. Her mit den Mäusen. Ja, würde ich in der Zohrhandlung versuchen. Ist gleich hier. Her mit den Piepen. Das ist zum Piepen, was Sie alles wollen. Wirklich. Hands up. Ja, wo ist was ab? Hands up, das heißt Hände hoch, das ist Englisch. Ich bedrohe Ihr Leben. Ich will das Geld. Ja, warum schreien Sie denn so? Da liegt es ja. Nun, nehmen Sie es doch. Es gehört doch Ihnen. Es gehört doch Ihnen. Es geht doch. Sie begreifen es nicht. Sie begreifen es nicht. Ich habe es von Anfang an gesagt. Ich verstehe Krimis nicht. Na, dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Ach doch. Wir könnten die Rollen vielleicht mal tauschen. Was tauschen? Darf ich mal Ihre Pfeife rauchen? Habe, habe. Eine Frage noch, Herr Pfeil. Ja, bitte. Wann fing der Krimi an? Ich habe Ihnen schon mal gesagt, Sie bekommen keine Karte mehr. Jetzt lassen Sie mal meine Sorge sein. Also, ich bin der Edi. Doch, bitte, ist das hier eine Bank. Unauffällig. Eine ganz unauffällige Bank. Ich darf Sie doch nicht bemerken. Haben Sie da irgendetwas zu bemerken? Jetzt erst einmal Hände ab und zu mal hoch. Gut, 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 gut. Halt Sie Ihren Jargon, sonst hören Sie die Mäuse kippen. Hier ist das Geld. Ich will kein Geld, ich will die Brieftasche. Wo ist meine Brieftasche auf? Ich habe vielleicht eine Wut in der Jacke. In der Hose. Doch, Jacke wie Hose. Hier, Mensch, nehmst du doch alles, verdammt, Mauer. Ich will nicht alles, ich will nur die Kinokarte. Halt Sie mich. Nun hören Sie sich das an. Man sollte meinen, ich wohnte im Walde. Diese geschwätzige Dame, die ihren Schnabel nicht halten kann, ist Erna. Erna, unser Stubengeier. Auf Lateinisch Melopsitacus undulatus. Oder zu Deutsch der Wellensittich. Da staunen Sie. Ja, aber so etwas musste ich alles erforschen, da ich durch unsere Erna erst auf die Idee kam, einmal eine Szene über unsere kleinen Freunde zu schreiben. Ich stellte es mir ganz lustig vor, Rolf Herricht als zukünftiger Haustierbesitzer, sei es nun Hund, Katze oder Vogel, und ich als erfahrener Tierexperte, der schon einen Vogel, naja, ich will nicht vorgreifen. Ich hatte es mir leichter gedacht und hoffte Rolf Herricht zu überzeugen, dass die Haltung von Haustieren nicht ganz einfach sei. Denn wenn man sich ein Tier anschaffen will, dann muss man zumindest ein bisschen Ahnung von Tieren haben. Und aus diesem Grunde habe ich mir dieses Tierbuch hier gekauft. Das ist klug, was? Das Buch. Nein, ich meine die Idee, sich ein Tierbuch zu kaufen, da steht ja alles drin, was man über Tiere wissen muss, zum Beispiel Tierzucht, Tierpflege, Tierkrankheiten und so weiter und so weiter. Ist ja klar. Na ja, Sie wissen doch, ich habe doch einen Vogel. Ja, das weiß ja jeder, nicht? Bitte! Ich meine doch einen richtigen. Ja, und was haben Sie eigentlich für ein Vögelchen? Ich habe einen Harzer Roller. Bitte, was haben Sie? Ich habe einen Harzer Roller. Ah ja, sprachen wir nicht eben vom Vogel. Sag mal, kennen Sie denn keinen Harzer Roller? Ja, ja, ja. Zu klein und gelb. Ja, ja, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht so. Der riecht doch so. Bitte? Der riecht doch nicht. Na ja, wenn er frisch ist, riecht er noch nicht so, zugegeben. Das heißt nicht frisch, das heißt jung. Das ist gut, das ist klar. Ich habe es nie gehört, aber wie Sie wollen. Also der Käse ist nicht frisch, er ist jung. Wer redet denn hier von einem Käse? Der Harzer Roller ist ein Kanarienvogel. Aber wie der Name schon besagt, kommt er woher? Aus dem Harz. Nein, von den Kanarischen Inseln, dort fliegt er frei umher. Guck mal an. Ja, Kanarische Inseln heißen aber gar nicht so, die heißen eigentlich Hundeinseln. Ach ja. Ja, nun wissen Sie hoffentlich, was Harzer Roller sind, ja? Ja, fliegende Hunde. Bitte! Das ist ja wieder, um junge Hunde zu kriegen. Ja, sehr sehr. Und nun kommen wir endlich zum Thema. Also wie gesagt, ich will mir einen Hund anschaffen. Nun fangen Sie doch erst mal klein an. Mit kleinen Hunden? Nein, wir werden nachsehen in meinem Buch, da wird ja sicher was drinstehen, was passendes für Sie, wenn wir schon finden. Oh, hier. Was, hier? Ah ja, da sehen Sie, aufgeschlagen, schon habe ich's. Ja, eine Hundehütte. Was ist das? Eine Hundehütte. Das ist ein Terrarium. Ach so. Und was kommt da rein in das Terrarium? Ein Terrier. Nein, da kommt rein zum Beispiel ein Goldhamster. Ein Goldhamster. Goldhamster? Goldhamster? Ja. Aber teuer. Wieso teuer? Zwei bis drei Mark das Stück. Ja, das sind's aber nicht die echten. Bitte. Also lesen Sie erst mal nach, was hier steht über den Hamster, ja? Bitte schön. Taramci bufinace kaluppe. Was ist jetzt los? So rum. Bitte, der Hamster. Ich dachte, es ist Lateinisch. Na gut. Na gut, also. Hier, andere Seite, da fängt's an. Da ist er. Der Hamster ist bösartig und übellaunig. Sehen Sie mal an, Herr Preil, der auch. Nicht nur so. Bitte. Entschuldigung. Also sehen Sie sich erst mal den Hamster an. Gefällt er Ihnen? Oh, gefällt mir gut. Gefällt Ihnen gut, ja. Was fällt Ihnen da zum Beispiel am Kopf auf? Am Kopf fällt mir nichts auf. Nein. Doch, natürlich auch. Fällt mir auf. Zwei Ohren fallen mir auf. Nein. Nein, Ohren fallen mir nicht auf. Gut, bitte, bitte. Ich meine doch die Hamstertaschen. Die Hamster. Na, wo hat er denn die Hamstertaschen? Wo hat er denn die Hamstertaschen? Na nur. Ich würde ja die Hamster... Vielleicht hat er sie vergessen, oder was? Bitte. Die hat er am Kopf. Und wie sagt man dazu? Der hat was am Kopf. Ach was? Backentaschen. 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 Jawohl. Und was trägt er denn in den Backentaschen? Backware. Komm, noch besser noch. Oh, welches Kind. Und sowas will sich ein Hund kaufen. Ja, gern. Ich möchte bloß wissen, was für einen. Das kann ich Ihnen sagen. Diesen hohen... Wie heißen die? Diese langen... Hä? Warten Sie mal. Ja, ja. Acht-Fund-Länder. Diesen... Neufund-Länder. Na auf einen Pfund mehr oder weniger kommt es ja wohl nicht an. Sonst mal, kennen Sie sich überhaupt aus in Hunderassen? In Hunde aber, Herr Breit. Wenn der Jäger auf die Jagd geht, nimmt er was mit? Eine Flinte. Was denn noch? Noch eine Flinte. Wieso denn? Vielleicht eine Doppelflinte. Den Dackel. Eine Flinte für den Dackel. Sonst mal, haben Sie schon mal Dackel schießen sehen? Ganz selten. Ganz selten. Wenn der Jäger auf die Fuchsjagd geht... Ja. Ja, dann setzt er den Dackel auf die Pferde. Ach, und darauf reitet der Dackel hinter... Nein! Ich sagte nicht Pferde, ich sagte Pferde. Pferde. Pferde, ja. Nun passen Sie auf, plötzlich... Ja. ...knackt es im Unterholz. Was macht der Fuchs, na? Was macht der Fuchs? Was macht der? Er schnürt plötzlich davon. Was macht der? Er schnürt plötzlich davon. Ach. Und was macht der Dackel? Der schnürt auch davon. Der schnürt sein Pätschel. Ich weiß doch nicht, was die Tiere da im Walde treiben. Merkel. Ihn packt das Jagdfieber. Ach, jetzt kriegt der auch noch Fieber. Dann müssen wir mit ihm zum Arzt oder irgendwas. Aber doch nicht zum Arzt. Keine Krankheit? Das ist eine Krankheit. Aber eine richtige Tierkrankheit ist zum Beispiel die Tollwut. Ah ja. Ja, die kennen. Tollwut kenne ich. Sie kennen immer alles. Tollwut kenne ich. Woran erkennen Sie denn die Tollwut? Die erkennt es, ähm... Na? Stechender Blick. Ja. Gereiztheit. Ja. Wutanfälle. Immer zu. Und übertragbar auf den Menschen. Ja, das wissen wir ja nicht. Bitte! Lieber Herr Herrig, wenn Sie ein Tierhalter sind, dann müssen Sie ein bisschen Ahnung von Tieren haben. Ja, das ist wahr. Von Tierkrankheiten. Das muss man. Der Tierarzt fragt ja nicht das Tier, er fragt Sie. Ja, das ist wahr. Sie stellen sich vor, Ihr armer Hund würde eines Tages krank. Das ist nicht so schlimm. Gibt es ja Tierärzte, nicht? Ich zum Tierarzt fährt. Der arme Tierarzt. Wieso denn? Waren Sie schon mal in der Tierarztpraxis? Nein, noch nie. Aber wie ich Sie kenne, werden Sie das mir ja gleich erklären. Lerne ich wieder so viel von Ihnen. Ach, Sie wollen was lernen? Ja. Gut, schön. Für Sie auch höchste Zeit. Sie sind jetzt der Tierarzt? Der Tierarzt. Und ich bin? Der Hund. Nein! Ich bin das Herrchen. Das ja. Bitte? Das Herrchen. Lachen, sagen Sie mal. Ist alles klar, Herr Preil. Jeder Hund hat ein Herrchen. Jeder hat ein Herrchen. So, und jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Ja? Ja, Moment mal, Herrchen. Was denn? Nur schon wieder. Hat denn das Herrchen ein Hundchen? Ja, das will ich ja jetzt gerade holen. Einen richtigen Hund? Na, nicht einen richtigen Hund, ein Spielzeug holen. Ach so, ja, dann ist es prima. Ist klar, ja? Alles klar. So, und Sie ziehen sich mal den Kittel hier an. Ich ziehe den Kittel. Was mache ich denn? Sie ziehen sich den Kittel bitte an. Ich ziehe den Kittel. Jawohl. Und dann rufen Sie mich herein. Dann rufe ich herein. Nein, Sie rufen mich herein. Denn hier ist das Behandlungszimmer, da hinten ist das Wartezimmer und da werde ich jetzt warten. Ja, können Sie lange warten. Bitte. Da kann man bestimmt schön warten. Ja, ja. Also, ich gehe warten. Ja, ist richtig. Jetzt machen wir auch noch mit Kostümen. Es wird immer schöner. Was ist das? Sehen wir, was wir hier machen können. So. Das sind so die Kittel, die Herr Preil besorgt. Nicht wahr? Das ist das hier. Ach so. Geht so lang. Entschuldigung. Das war, was ich jetzt schick so, nicht? So können Sie das... Ja. Dauert denn das noch lange? Hat da nicht eben ein Hund gebellt? Nein. Nein. Na, was sollte ich sagen? So eine Marei hier. Sag mal, ich höre wohl schlecht, was? Sie hören schlecht, müssen Sie zum Urnarzt, der wohnt gleich um die Ecke. Das heißt, der Nächste bitte. Ja, das ist der Nächste. Die anderen wohnen viel weiter. Wenn Sie mich hereinrufen, heißt das der Nächste bitte. Ach. Ja, und dann müssen wir beide uns erst mal bekannt machen. Ich kenne Sie doch. Sie sind das Herrchen Peilchen. Bitte. Das gehört doch zum Spiel. Ah ja. Ich komme noch mal. Der Nächste bitte noch mal. Guten Tag, Peil. Guten Tag, Herrich. Mein Hund ist krank. Ach ja, auch das ist nicht so schlimm. Wie, wie ich... Auch! Was ist denn? Nur wieder. Was sagen Sie, was soll denn das? Was ist denn? Was ist denn? Warum haben Sie die Knöpfe hinten? Ach so, ich stehe verkehrt rum, Herr Paul. Möchten Sie sich bitte erst mal vernünftig anziehen? Entschuldige, Herr Preiss, es war vorhin so eilig und das Wartezimmer voller Hunde. Also, es ist ja alles ganz schlimm. Aber jetzt werden wir... Jetzt wird es werden. Alles wird gut, Herr Preiss. Nicht vertreten. Es gleich geht. Ist denn das die Möglichkeit? Entschuldige, hier fehlt ein Stück Stoff hier unten. Dann gucken Sie mal unten. Da fehlt auch ein Stück. Das ist total verschnitten. Wo haben Sie denn den her? Lassen wir ihn auf. Können wir nun endlich anfangen? Jetzt können wir endlich anfangen. Also, zum dritten Mal. Mein Hund ist krank. Zum dritten Mal. Und da kommen Sie jetzt erst? Warum kommen Sie nicht beim ersten Mal? Da hätte ich vielleicht noch helfen können. Jetzt ist es zu spät. Wollen Sie bitte endlich untersuchen? Ja, bitte machen Sie sich frei. Der Hund ist krank. Machen Sie den Hund frei? Also, bitteschön. Sie müssen doch als Tierarzt alles erfragen. Erst einmal die Anamnese. Jetzt klar. Bitte? Die Anamnese. Der Hund heißt Anna. Wieso kommen Sie darauf? Sprachen Sie nicht von Annas Nese? Anamnese heißt Krankengeschichte. Der Tierarzt muss alles wissen. Erst einmal. Das ist ein Zwergpudel. Woher stand er? Von den Zwergen. Aus welchem Zwinger? Aus Dresdner Zwinger. Ist der natürlicher. Zum letzten Mal, Wett. Der Hund fühlt sich elend. Ach, Hunde-Elend. Er kratzt sich dauernd hinter den Ohren. Ja, der denkt vielleicht über sein Elend nach. Außerdem hat er dauernd seinen Schwanz eingeklemmt. Drum ist der auch so kurz. Bitte. Wenn ein Hund sich nicht wohlfühlt, dann klemmt er den Schwanz ein. Und sowas hilft? Auch möglich. Was schließen Sie aus einer belegten Zunge? Er aß belegte Brötchen. Quatsch! Magenverstimmung! Guck mal. Ja, guck mal an. Was machen Sie? Nachsehen. Nachsehen. Nein, ist gut. Komm nicht hinten. Machen Sie mal die Schnauze aus. Was mache ich? Nein, ja. Mein Hund. Ach, schön dumm. Nachher beißt der mich. Nein, nein. Der beißt doch nicht. Ein Tierarzt darf doch keine Angst haben. Möchtlich geben Sie den Kittel her. Das werde ich Ihnen zeigen, wie ein Tierarzt vorgeht. Sie sind jetzt der Hundebesitzer. Ich bin der Tierarzt. So, dann werden Sie sehen, wie das gemacht wird. Der muss nicht. Jeder Handgriff muss da sitzen. Ja, Moment mal. Jetzt muss ich mal fragen. Sie würden also so einem Hund so richtig in die Schnauze fassen. Machen Sie mal keine Sorge, ja? Nur Wetter. Ja, ein Tierarzt hat nämlich keine Angst. Dann kann ich ja jetzt kommen. Ja, warten Sie aber, bis ich Sie hereinrufe. Ich muss erst den Kittel anziehen. Muss ich doch mal fragen. Ein Tierarzt hat überhaupt keine Angst. Löchern Sie mich nicht dauernd. Wir werden es ja gleich erleben, wie ich das Tier richtig anpacke. Richtig anpacken Sie, Angsthase. Aber sich einen Hund kaufen, was? Das haben wir gerne. So, Moment. Ich bin soweit. Es geht los. Achtung. Bitte der Nächste. Applaus Das war natürlich beim Publikum ein Schrei. Der Überraschung. Obwohl man sich denken konnte, dass Rolf Herrisch mit einem richtigen Hund in meinem Sprechzimmer auftauchen würde, um sich für die entnervenden und andauernden Belehrungen zu revanchieren. Für die Schallplatte haben wir das Hundebellen nachsynchronisiert, um den Schlussgag, da sie ja nicht sehen konnten, was da auf das Publikum zukam, verständlich zu machen. In der späteren Autogrammpost bat man uns sogar des Öfteren um ein Bild mit der großen Dogge. Tja, was alles so gesammelt wird. Da ist Briefmarkensammeln etwas völlig Alltägliches. Und gerade, weil es so alltäglich erschien, reizte mich die Vorstellung, meinen lieben Freund Herrich, letztlich auch noch zum Briefmarkensammler zu stempeln. Müssen Sie mir denn alles nachmachen? Na ja, gehe ich zum Pferderen, müssen Sie auch zum Pferderen, spiele ich Schach, müssen Sie auch Schach spielen und jetzt noch Briefmarken sammeln. Oh, oh Herr Peil, also jetzt haben Sie mich missverstanden. Ich will doch nicht Briefmarken sammeln. Ich wollte nur zur Post schnell und ein paar Marken holen. Ich bin doch gar kein Philharmonist. Ein Philatelist, ja? Ja. Sammelt Briefmarken. Und ein Philharmonist? Sammelt keine Briefmarken. Ein Philharmonist ist ein Musiker und kein Briefmarkensammler. Moment, das kann nicht stimmen. Ich kenne einen Musiker, der sammelt Briefmarken. Na ja, natürlich kann er ja auch nebenbei. Aber ansonsten muss er Geige spielen oder muss Trompete blasen. Zum Briefmarkensammeln. Wieso zum Briefmarkensammeln? Man sagt doch, es wird zum Sammeln geblasen. Auf der Jagd wird zum Sammeln geblasen, auf einem Horn, das große Halali. Ah ja. Ja, und wer bläst das? Die Halalisten. Die Hornisten. Nein, 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 die stechen, die blasen nicht. Das ist die Hornisten, aber ich rede nicht von Hornisten, ja? Ich rede jetzt von der Briefmarkenkunde. Guck mal, bitte? Ich rede von der Philatelie, das ist die Briefmarkenkunde. Wie? Die Briefmarkenkunde. Die Briefmarkenkunde. Äh, Herr Pahl, Sie meinen der Briefmarkenkunde, nur Halber, nicht? Nicht der Ordnung Halber, die heißt es. Ja, die Briefmarkenkundin, das geht nicht. Nein. So können wir uns einigen. Also bitte, dann streiten wir uns nicht, Sie sammeln ja doch nicht, ne? Ach, na, was denken Sie, was ich alles sammle? Aber, aber, Herr Pahl. Wenn ich Sie so ansehe, was sammeln Sie denn schon? Na, wenn ich Sie so ansehe, dann fällt's mir direkt ein, Flaschenlumpen Altpapier. Bitte! Ich rede von Briefmarkensammeln. Ich rede von Briefmarkensammeln. Kennen Sie Sätze? Natürlich kenne ich Sätze. Na, ja, dann nennen Sie mir mal einen Briefmarkensatz. Nennen? Nennen. Einen Satz? Einen Satz. Gut, ich nenne einen Satz. Ich will. Satz mit Briefmarken. Die Briefmarken kleben schlecht. Bitte. Ich meine doch das Motiv. Was wird das? Schlechte Gummierung oder was? Das Motiv auf der Briefmarke ist das Bild auf der Briefmarke. Ist das klar? Alles klar. Ist alles klar. Ja, und was ist da drauf? Da sind Gemälde drauf, da sind Blumen drauf, da sind Vögel drauf, da sind... Ach, was erzähl ich Ihnen? Ich hab ja mein Sammelbüchlein bei mir. Schauen Sie sich das mal an. Oh, nein, das kann ich... Na, doch, bitte. Das ist ja zauberhaft. Na, 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 na. Bunt. Bunte Magen. Ist ja eine Schar Vögel hier. Was ist das? Eine Schar Vögel. Vögel. Das ist ein Satz Vögel. Naja, es ist eine Schar Vögel. Das ist ein Vogelsatz. Bitte, was ist das? Ein Vogelsatz. Naja, es ist ein Vogelsatz. Ja. Naja, gut, dann müssen wir das Lied ändern. Was ist denn für ein Lied ändern? Amsel, Drossel, Fink und Spatz und der ganze Vogelsatz. Ich rede von einem Briefmarkensatz. Und das hier ist ein Briefmarkensatz. Ganz besondere Vögel. Schauen Sie doch hin. Was ist das hier zum Beispiel? Ah ja, das ist eine Brieftaube. Das ist keine Brieftaube, das ist ein Wanderfalke. Guck mal. Ja, was ist das Besondere an ihm? Der fliegt nicht, der wandert. Naja, das Besondere ist sein Ruf. Was ruft der? Was kann der rufen? Das Wandern ist das Müllers. Der ruft der. Der ruft Kiki, 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 Kiki. Sie wandern auch viel, weißt du? Das ist ein Raubvogel. Guck an. Genau wie dieser hier. Was ist das? Ach, das ist die Brieftaube. Das ist auch keine Brieftaube, das ist eine Schleiereule. Drum. Was heißt drum? Schlecht zu erkennen, so verschleiert. Wisst ihr, was ist das? Das ist die Brieftaube. Was wollen Sie dauernd mit Ihren albernen Tauben? Kennen Sie überhaupt Tauben? Ja, kenne ich. Aus dem Märchen her, weil da hatten die Tauben so, da gibt es so einen Spruch. Die guten ins Töpfchen und die schlechten ins Kröpfchen oder so. Kennen Sie das? Ja, sagst du mal, Sie kennen Märchen? Ja, natürlich kenne ich Märchen. Das ist ja großartig. Ah, wunderbar. Sie wollten zur Post gehen? Zur Post, ja. Schauen Sie mir einen Gefallen? Gerne, ja. Bringen Sie mir meine Märchenbriefmarken mit, ich sammle doch Märchenbriefmarken. Nichts leichter. Junge, so einfach ist das nicht. Schauen Sie mal, das sind ja also keine gewöhnlichen Marken, das sind Sondermarken, das sind Sammlermarken. Was sagen Sie da zu den Postangestellten? Was soll ich sagen? Guten Tag. Na ja, und dann? Da sagt der guten Tag. Nein, ich meine, was verlangen Sie für ein Märchen? Ja, das werde ich Ihnen fragen. Was verlangen Sie denn so für ein Märchen? Aber nicht so verlangen, ich meine, das sind Märchenbriefmarken, da sind Märchenfiguren drauf, wie zum Beispiel die sieben Geißlein. Kenn ich doch. Also Sie kennen immer alles. Alle sieben, alle sieben. Alle sieben kennen Sie, ja, ja. Soll ich es beweisen? Na bitte beweisen Sie es. Es war mal ein Mann, der hatte sieben Söhne. Ja, das sind die sieben Raben. Ja, ja, es war ein Rabenvater. Und die wollten die ganze Welt durchziehen. Ja, das sind die sieben Schwaben. Ja, bis nach Schwaben. Aber dann kam Meister Nadelöhr und er schlug sie alle sieben und das war sein letzter Streich. Aber ich dachte, ich möchte alles durcheinander, sieben auf einen Streich. Naja, so ungefähr nicht. Es hat keinen Zweck, dass ich sie zur Post schicke, sie bringen doch alles durcheinander. Ach, Herr Brey. Das hat keinen Zweck. Nein, ich mach's nicht. Erklären Sie es mir doch genau. Was soll ich denn erklären? Ich will doch wieder was von Ihnen lernen. Gut, machen wir es. Ja. Warten Sie auf, ich bin der Postangestellte. Herr Brey, bitte lassen Sie mich dem Postangestellten. Sie von denen, ja gut, Sie sind auch der Briefmarkenkunde. Ja, Sie sind der Kunde. Ja, das ganze ist die Post hier. Ist das der Post? Ja, das ist die Post, ja. Schön, ja. Schön, ja. Das ist hier der Tisch hier, das in einem Schalter der Postbeamte sitzt. Ach, das ist ein Posträuber, oder? Nein. Der Postbeamte sitzt hinter dem Schalter. Und schaltet und waltet. Na nun, walten Sie mal erst Ihres Amtes. Hier haben Sie mein Briefmarkenkundrücklein. Ja, ich bin jetzt der Angestellte. Sie sind angestellt, damit Sie was zu tun haben, ja? Jetzt geht's los. So, das Brüchlein, dann hab ich hier noch das. Oh, nee, brauchen Sie ja gar nicht. Ein Monokokel. Ein Monokokel. Nein. Das ist ja so. Das ist doch kein Monokokel. Kein Monokokel. Nein, das ist ein Vergrößerungsglas. Das braucht der Sammler. Ach, ein Monokokel. Damit kann man vergrößern? Ja, muss man vergrößern. Was würden Sie zum Beispiel vergrößern? Ja, zunächst mein Gehalt. Na, bitte. Dadurch betrachtet man die Marken. Eier. Na doch, nicht mich. Ich wollte nur mal sehen, was für eine Marke auf meine Post kommt. So, spielen wir hier ernsthaft? Jetzt spielen wir ganz ernst. Jetzt geht's richtig. Ernsthaft. Richtig los. Also, ich komme. Jawohl. Ich komme euch an die Tür. Ist recht, ja. Herr Pall. Bitte, was denn nur schon wieder? Gar keine Tür da. Doch nur angenommen. Gut, ja, ja. Vorsicht. Was denn? Stufe. Ist doch gar keine Stufe da. Na doch, nur angenommen. Bitte. Also, ich komme jetzt nochmal. Oh, das ist ein Kommen und Gehen hier. Es muss die Hauptpost sein. Ich komme jetzt. Ja, es wird auch Zeit. Wir schließen gleich. Wollen Sie mir vielleicht jetzt etwas ernsthaft entgegenkommen und höflich vor allen Dingen. Höflich. Ja, ich komme. Sie bleiben hinter Ihrem Fenster. Ach, hier ist ein Fenster. Natürlich. Dann will ich es erstmal öffnen. Ich glaube, hier gibt es noch dicke Luft. Womit? Aber nicht doch. Jeder Schalter hat doch ein Fenster. Das brauchen Sie nicht zu öffnen. Das ist doch ein Loch drin. Ach, schon kaputt? Na, nicht doch. Das ist ein Sprechloch. Das ist ein Sprechloch. Ah, ja. Das ist hier in dieser Höhe. Ist das Loch in der Scheibe drin? Ja, ja. Durch dieses Loch wird gesprochen. Ist das klar? Ja, weiß ich. Jetzt alles klar. Wir können jetzt richtig anfangen. Wirklich? Ja, ja, ja. Kann ich mich doch verlassen? Sie können sich jetzt alles sagen. Ich komme jetzt. So, jetzt endlich. Gott sei Dank. So. Guten Tag. Hallo. Hören Sie mich denn nicht? Guten Tag. Entschuldigen Sie, mein Loch war noch geschlossen. Guten Tag. Kann ich jetzt bitte endlich meine Marken bekommen? Ja, aber bitte nicht in diesem Ton und stellen Sie erst mal hinten an. Was soll ich mit anstellen? Haben Sie noch nie eine Post gesehen mit einer Schlange? Das ist doch keine richtige Post. Das ist ja auch keine richtige Schlange. Guten Tag. Guten Tag. Spielen wir jetzt? Jetzt spielen wir. Gut. Du brauchst mich nicht mehr aufregen, ne? Ach, überhaupt nicht. In aller Ruhe. Ich habe festgestellt, mir fehlt etwas. Herr Preil, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe schon lange festgestellt, dass Ihnen was... Ich möchte bitte Brüderchen und Schwesterchen. Jetzt noch? Das ist... Verstehen Sie mich denn nicht? Ich möchte bitte Brüderchen und Schwesterchen. Ja, Herr Preil, bis hierhin ist alles klar. Ich muss Sie nur darauf aufmerksam machen, hier ist die Post und nicht der Klapperstorch. Das ist doch ein Märchen von Grimm. Ja, warum erzählen Sie es mir dann? Das ist ein Märchen von Grimm. Sag mal, hat Ihre Großmutter denn früher nie Märchen vorgelesen? Ja, hat sie gemacht. Hat sie denn nicht Brüderchen und Schwesterchen vorgelesen? Nein, nur mir, ich war ein Einzelkind. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Kommen Sie her, kommen Sie her und schauen Sie das an. Das sind Märchenmarken und das ist Brüderchen und Schwesterchen. Schön, ja. Wie ist das ein Märchen von Grimm? Ah ja. Wer ist das hier hinten? Das Frau Grimm. Ach du, das ist Ihre Mutter. Ach, das ist meine Mutter? Dann nehmen Sie doch die Lupe und vergrößern Sie die Mutter, dann sehen Sie es genau. Die Mutter? Oh, jetzt wird sie groß. Das ist eine Großmutter. Bitte? Nimm Sie den Daumen darunter. Warum denn? Na ja, Sie verletzen doch die Zähne. Wen bitte? Sie verletzen die Zähne. Von der Großmutter? Nein, außen herum. Die Großmutter hat die Zähne außen herum? Falsch. Sie hat falsche Zähne, ja, ist klar. Nein, ich meine doch die Zacken. Die Großmutter hat Zacken. Ach was? Die Briebbarke hat Zacken und diese Zacken nennt man Zähne. Ach, die Zähne nennt man Zacken. Also jetzt hören Sie auf, Herr Palt. Ich kriege ja Zackenschmerzen. Das ist ja voll. Das ist ja voll. Kommen wir bitte zur Sache. Na, es wird Zeit. Ich habe hier einen Brief. Eine Drucksache? Nein, nein. Das ist ja ein ganz gewöhnlicher Brief. Ach so, ist ja schön, ja. Was steht denn drin? Den habe ich doch geschrieben. Da müssen Sie ja wissen, was drin steht. Das interessiert doch niemanden. Ach, das interessiert niemanden. Brauchen wir einen Brief ja nicht abschicken. Dem Postbeamten interessiert nur die Adresse. Sonst nichts. Ach, das ist interessant. Dem Posteingestellten interessiert nur die Adresse. Sonst nichts. Ja, Herr Palt, jetzt habe ich alles verstanden. Jetzt können wir richtig anfangen. Dann muss ich frankieren. Nach Frankreich. Gut, das geht nicht, Herr Palt. Wir haben im Augenblick keine Brieftauben. Doch keine Brieftauben, bitte schön. Na gut, nehmen wir Ihren Wanderfalken hier. Der macht's auch. Hörst du, meine guten Marker, warum kleben Sie es denn auf die Rückseite? Das ist gleich für einen Rückfluch. Das ist da hier. Ist denn das so schwer? Ja, schwer. Oh, der hat ja Übergewicht. Das wird der Falke gar nicht schaffen. Nehmen wir noch die Eule dazu. Gut, das ist prima, kann weg. Schluss, aus, raus. Schluss, aus, raus. Jetzt will ich Ihnen zeigen, wie es auf der Post zugeht. Ach du liebes. So, haben Sie einen Brief? Ich habe keinen Brief, nein. Sie haben keinen Brief? Nein, ich wollte ja nur zur Post schnell rüber und wollte eine Postanweisung aufgeben. Eine Postanweisung? Nehmen Sie die Postanweisung, da welches Zeigen, das gemacht wird. Herr Palt, eine Frage hat den Postangestellten interessiert nur die Adresse, sonst nichts. Sonst nichts. Herr Palt, ich komme jetzt. Bitte kommen Sie. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, sehr verehrter Herr Brieföffner. Bitte? Ja, ja. Na, Sie wissen ja. Ich habe hier eine Postanweisung. Ja? Möchten Sie Märchenmarken, möchten Sie eine Sondermarke, vielleicht ist der Empfänger Sammler, bitte schön. Hätten Sie Knüppel aus dem Sack? Das war, wen ist denn das? Das ist ja an mich. Ja, eben drum. Ich wollte Ihnen endlich die 100 Mark zurückschicken, wissen Sie die? Na, die brauchen Sie mir doch nicht zurückschicken, die können Sie doch gleich hier geben. Finger weg. Aua. Den Postangestellten interessiert. Vielen Dank.